Meine Damen und Herren, im Namen von Deutscher Galopp, im Namen von Wetzlar und im Namen vom Rennverein hier in Dortmund, herzlich willkommen. Es ist endlich wieder soweit. Deutscher Galopp-Rennsport hier in Dortmund. Endlich wieder rennen. Wir haben lange darauf gewartet. Es gab eine sehr lange Pause. Schuld daran, das Wetter und die Kapriolen. Auf einmal war tiefster Winter auch hier in Dortmund. Und da wollte man natürlich beim letzten abgesagten Renntag überhaupt kein Risiko eingehen. Weder für die Tiere noch für die Menschen, logischerweise. Und deswegen haben wir gesagt, heute sorgen wir für umso schöneres Wetter. Und der Frühling ist endlich da hier in Dortmund. Wir haben acht Rennen für Sie. Warum das so ist, das wird Ihnen gleich der Präsident höchstpersönlich sagen. Und das ist Andreas Tietke, den ich begrüße. Herr Tietke, es ist ja ein Traumwetter. Also Sie haben alles richtig gemacht. Es ist ein Traumwetter, umso ärgerlicher, dass kein Publikum zugelassen ist. Das muss man sagen. Bei dem Wetter wären natürlich hier schon sicherlich die Leute aus der Umgebung gekommen. Wir können nur hoffen, dass bei den niedrigen Inzidenzzahlen irgendwann auch Common Sense in der Politik mal herrschen wird. Ich habe gehört, dass Golf als Freiluftsport erlaubt ist. Warum man nicht auf solch einer riesigen Anlage wenigstens 300, 400 Leute zulässt unter allen Hygienekonzepten, ist mir bis heute schleierhaft. Und ich kann nur hoffen, dass irgendwann da auch etwas mehr Vernunft und Realität hineinkehrt. Es wird von Experten am Montag eine Pressekonferenz geben, die sich hinter verschlossenen Türen zusammengesetzt haben und genau über dieses Thema schon beraten haben, wie es denn mit Großveranstaltungen vor allen Dingen an der frischen Luft dann aussieht in Zukunft. Da drücken wir uns in dem Fall die Daumen. Herr Tietke, jetzt habe ich gerade gesagt, acht Rennen. Normalerweise waren wir in diesem Winter sechs Rennen gewohnt. Warum sind es jetzt acht? Eigentlich wären es ja immer nur vier. Das sind die, die in die PMU übertragen werden. Wir haben nach der Absage wetterbedingt gesagt, dass wir versuchen, die Rennen aufzuholen. Das hat partiell funktioniert. Natürlich merkt man jetzt, dass auch die Trainingsquartiere zeitweilig nicht trainieren konnten. Wir haben aber zwei Rennen an diesem Renntag mehr und auch für nächste Woche nochmal zwei Rennen zusätzlich ausgeschrieben. Hoffen, dass die auch so zustande kommen. Und was besonders erfreulich ist für unsere Zuschauer, die es sich jetzt vielleicht auf dem eigenen Balkon gemütlich gemacht haben oder der Terrasse, wenn bei Ihnen auch die Sonne so schön scheint. Es gibt heute wieder eine Viererwette. Im vierten Rennen, es geht wieder um richtig viel Geld. Und ich finde, wenn ich so auf das Starterfeld schaue, Preis der Viererwette, Powered von VETSTAR mit 12.000 Euro Garantieauszahlung. Das ist doch eigentlich machbar mit zwölf Kandidaten, die da antreten. Das ist eigentlich auch die optimale Zahl. Das haben wir hier ja über die Jahre auch festgestellt. Diese Rennen mit 15, 16, 17 Pferden, abgesehen davon, dass wir nur 14 starten lassen können, sind für den Wetter schwierig, weil einfach zu viel zu kombinieren ist. Zwölf Pferde, 12.000 Euro Garantie, darunter 2.000 Euro Jackpot, was die Abzüge deutlich vermindert. Das ist insoweit ein spannendes Rennen. Und ich habe ja die Hoffnung bei den vielen Startern von Frank Fuhrmann, dass der in diesem Jahr jetzt wieder durchstartet. Pferde haben sich alle ein bisschen runterlaufen lassen. Und wenn man an letztes Jahr denkt, hoffe ich mal, dass er jetzt durchstartet und heute den einen oder anderen ganz nach vorne bringt. Wir drücken die Daumen. Ein weiterer Trainer, der auch sehr, sehr viele Pferde am Start hat, ist Uwe Schwinn. Wenn Sie sehen wollen, was er über seine Starter denkt, dann gehen Sie bitte mal zum Beispiel auf Facebook bei VETSTAR. Da hat er uns nämlich jedes einzelne Pferd nochmal vorgestellt. Heute, lieber Tietke, sind wir nicht alleine, denn Stefanie Stopp ist wieder mit von der Partie. Stefanie darf sich schon mal dazustellen, natürlich immer so mit 1,50 Abstand, so wie wir das haben. Und unser Kameramann versucht sie dann mal mit einzufangen. Also wir werden heute wieder gemeinsam für Sie am Start sein bei diesem Traumwetter. Und Stefanie wird vor allen Dingen die Interviews gleich mit unseren siegreichen Reitern am Geläuf führen. Und wenn ich gerade über die Reiter spreche, vielleicht schlagen Sie einfach mal in Ihrem Rennprogramm das zweite Rennen auf. Da werden Sie einen relativ neuen Namen lesen. Ugo Tavares-Origera nämlich. Der Mann arbeitet jetzt am Quartier von John David Hillis in München. Und er hat sich kurz die Zeit genommen, bevor er sich ins Auto gesetzt hat, um Sie jetzt mal auf ganz spezielle Art und Weise zu grüßen und sich selbst vorzustellen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ugo Oliveira. Ich bin ein 20 Jahre alt. Leider in meinem Deutsch nicht so gut. Mein Deutsch nicht noch so gut. Das ist so, ich spreche in Englisch jetzt. Ich habe angefangen sehr jung, mit meinem Vater, weil er ein Trainer zwischen Portugal und Spanien. Und alles ging von dort hin. Ich bin in England und in France. Ich bin glücklich, dass ich ein paar Wiener bin, während ich da war. Und jetzt ist mein Zeitpunkt in Deutschland. Und ich hoffe, dass ich viele Möglichkeiten habe, um hier zu fahren. Und ich hoffe, dass ich hier ein lange Zeit bleiben muss. Vielen Dank. Wir drücken ihm die Daumen. Wer hat es so schön gesagt, er hofft, dass er ganz lange hier in Deutschland bleiben kann. Und diesen Wunsch schließen wir uns an. Eine abschließende Frage noch an Herrn Tietke, bevor wir zum ersten Rennen kommen. Wenn ich mir die Renntitel jetzt wieder so durchlese, dann fällt mir auf, Sie sind ein Freund klassischer Musik. Ja, das ist in der Tat richtig. Man muss ja manchmal schauen, dass man auch Renntitel hat, die nicht immer heißen Preis der beheizten Glastribüne, wo kein Publikum, brauchen wir die auch nicht. Am Ende geht es der Kulturbranche momentan sehr, sehr schlecht. Und die bemühen sich alle, irgendwie ein virtuelles Programm zu haben. Man kann auch nur da hoffen, dass das irgendwann wieder aufgeht. Und ich kann es für mich persönlich sagen, ich vermisse das jetzt schon, dass man seit einem Jahr dieses kulturelle Leben doch auf Null reduziert hat. Das stimmt, definitiv. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf unser erstes Rennen, New York Philharmonic Orchestra Rennen. Es geht über die 1950 Meter. Steffi und ich, wir werden jetzt gleich den Weg Richtung Geläufe antreten. Sie sehen jetzt die Startaufstellung, damit Sie schon mal wissen, wer in dem Rennen dabei ist. Herr Tietke, vielen Dank. Wir werden uns bei den Siegerehrungen gleich wiedersehen. Und allen Aktiven an dieser Stelle schon mal Hals und Bein und Ihnen natürlich auch in den Acht-Rennen heute hier in Dortmund. Wenn Sie, und da bin ich sicher, mit ein paar Wetten dabei sind. Sie sehen es, favorisiert ist die 5. Das ist Zenith. Und da kommt die Startaufstellung. Steffi und ich marschieren rüber. Wir haben mit der 1 Andorra mit Micky Cadedu. Dann haben wir San Diego mit der 2. Schon Burn wird reiten. Reiterwechsel auf Power Bullet mit der 3. Da haben wir nämlich Josef Beuko. Taurus, den kennen Sie doch. Der liebt Dortmund. Er ist ja mittlerweile ein Superstar hier. Mit Lili Mary Engels im Rennsattel. Wir haben auch schon gemeinsam gewonnen. Zenith, die 5. Mit Mirko Sanner. Anna van den Trost auf Redemptorist. Mit der 6. Iniesta mit Miguel Lopez. Der ist gerade an uns vorbeigelaufen. Der trägt die Programm Nummer 7. Und ich habe schon vorhin gesagt, Uwe Schwinn, der hat heute einige Kandidaten hier am Ablauf. Und wenn Sie noch mal sehen wollen, was er denkt und was er vielleicht so an Tipps noch mitgeben kann, dann klicken Sie einfach mal bei Wetzta rein. Die Facebook-Seite empfiehlt sich, wenn Sie da uns folgen wollen. Der Mann, der heute Ihr Rennkommentator ist, das ist Pan Crispin. Lieber Pan, du wirst uns noch ein paar Änderungen mit jetzt auf den Weg geben und wirst uns vielleicht auch noch mal die Karte in der Gänze vorstellen. Und ich bin gespannt, wen du dir rausgepickt hast für das 1. Rennen. Ja, ich grüße euch auch. Und wir haben noch mal den Überblick über das heutige Renngeschehen, die 8 Rennen, die heute stattfinden. Wir haben ja die ersten Rennen, Ausgleich 4 Prüfungen, die Rennen 1 bis 5. Dann das Medenrennen, Ausgleich 4, das 7. Rennen über 2.500 Meter. Und dann das Highlight, Ausgleich 3, das höchste Handicap des Tages, das 8. Rennen. Nichtstarter noch mal für Sie, wenn Sie die noch nicht gefunden haben. Da ist im 2. Rennen die Nummer 4, Tajani, ein Nichtstarter. Und dann ein weiterer, der nicht läuft, im 7. Rennen. Da haben wir im Lincoln Center Rennen als Nichtstarter die 3, Galina Dumoulin. Thorsten hat schon gesagt, der Reiterwechsel im 1. Rennen. Josef Beuko reitet Power Bullet, das Gewicht unverändert, 61 Kilo. Ein richtig formstarkes Feld im 1. Rennen. Und die Strecke 1950 Meter. Ich habe da Pferde rausgesucht. Und ja, ich habe natürlich mit dabei auf jeden Fall. Auch einen, der etwas länger steht. Andor ist das. Beginn aber bei Power Bullet. Meine 1. Wahl. Der ist wieder in Schwung gekommen. Jetzt hat Josef Beuko den Ritt für Martin Seidel übernommen. Das Pferd ist wirklich gut in Gang und hat mal wieder einen Treffer verdient. Die letzten Leistungen gut. Hinter Jolin war man zwar 2. Zenit, hat man in Schach gehalten, der heute wieder antritt. Jolin hat sich ja gut entwickelt. Also da hat man gegen ein gutes Pferd verloren. Auch davor mischte man mit. Am 3. Januar im kleinen Feld. Und in einem größeren Feld war man 4. zuvor Mitte Dezember. Also das ist auf jeden Fall eine gute Chance. Die Nummer 3, denke ich. Am Toto aber die 5. Zenit. Favorit bei 2,80. Habe ja heute Morgen hier auf der Fahrt nach Dortmund auch mal reingeschaut. Bei racebets.de im Internet. Und der racebets.de-Trader hatte das Pferd bei 3 Euro als Favoriten stehen. Zenit, der aber nach Doppeltreffer zweimal nur platziert war. Also der kam da nicht ganz hin. War auch hinter Power Bullet zuletzt. Also Zenit ist bei Racebets auf jeden Fall Favorit bei den Festkursmärkten. Steht 2,90 jetzt aber auch hier auf der Bahn. Im Moment der heißeste des Tages. Also zwei Pferde schon mal von mir. Power Bullet Zenit. Gibt natürlich andere. Es sind viele Formstarter. Vielleicht habt ihr ein Interview. Ihr beiden aus dem Führing. So, die Pferde sind schon fast auf dem Weg raus auf die Bahn. Trotzdem habe ich mal die Olga Lowsnowska hier nochmal abgegriffen, bevor sie den Reiter schnell aufs Pferd wirft. Olga, du hast heute Andorra am Start. Wie ist die Form aus Monds zu bewerten und wie seid ihr über die kleine Winterphase gekommen? Gab es für euch auch viel Schnee? Ja, wir müssen mal kurz aussetzen, aber die Aussichten sehen gut aus. Wir hoffen mal an das Beste. Das ältere Pferd, der braucht nicht viel. Schauen wir mal, wie sie sich heute anstellt. Und heute sitzt Micky Kadidu drauf. Sonst war immer 5-Kilo-Reiterin Amina Mattoni. Wie glaubst du, wirkt sich das aus, dass jetzt keine 5-Kilo-Erlaubnis mehr dabei sind? Ja, natürlich, die 5-Kilo-Erlaubnis werden besser, aber leider muss man verzichten. Aber wir hoffen mal an das Beste. Alles klar, dann danke ich dir. Dann mach dich mal auf und schmeiß Micky aufs Pferd, sofern er noch wartet. Ich gebe direkt mal ab an Thorsten und schaue, ob der noch jemanden parat hat. Ich hoffe es. Ich habe es ein bisschen vorgebaut. Wir gehen mal einmal hier rüber, weil, ach, da ist er schon. Der Manfred, der weiß, dass er zu mir darf. Manfred, Taurus, ich habe vorhin gerade gesagt, das ist aus eurem Quartier sowas wie der Superstar hier in Dortmund. Also gefühlt will der Nier wieder irgendwo anders laufen. Wie ist er denn heute drauf? Ja, ich denke erst ganz gut drauf. Wir hatten natürlich auch Probleme mit dem Training. Zwischendurch war die Bahn gefroren, konnten wir aber auf Wiesen galoppieren, wo die Schnee bedeckt waren. Er macht einen frischen Eindruck. Ich hoffe, er wird wieder gut laufen. Für diejenigen, die das nicht wissen, in Iffetzheim wird gerade die Sandbahn komplett neu gemacht. Das heißt, da kann man ohnehin ja nicht drauf trainieren. Das heißt, ihr weicht jetzt wirklich auf die Bahn daneben aus beziehungsweise trainiert auch wie manch anderer Trainer vielleicht ein bisschen in Frankreich? Ja, wir sind fast mit allen Pferden nach Wiesenburg ausgewandert. Die haben uns netterweise ihre Trainingsbahn zur Verfügung gestellt. Wir haben Gastboxen gekriegt. Wir sind zurzeit mit zwölf Pferden in Eisenburg und können dort gut trainieren. Taurus, da sollten wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen über das Wetter sprechen, weil wir haben ja in diesem Winter sehr ausführlich schon gelernt, dass der Sand nicht gleich der Sand ist. Also es gibt so diesen richtig nassen Sand, wo er auch schon gewonnen hat und es gibt den etwas trockneren wie heute. Was mag er lieber? Also es wird ja immer gesagt, dass er diesen nassen Sand mag. Ich bin mir da nicht so sicher, weil er ist im Sommer auch auf Boden gut, gut gelaufen. Also ich denke, er ist gar nicht so abhängig, wie man das vielleicht von außen sieht. Alles auf Sieg? Ja, wir hoffen es natürlich, dass er wieder gewinnt, aber es wird natürlich auch immer schwerer. Wir drücken euch die Daumen, Hals und Bein. Und ich bin sicher, dass Taurus eine Rolle spielt in ihrer Wette. Apropos Wette, die ist jetzt gefragt. Sie sehen es vielleicht hinter mir. Alle haben den Führing verlassen, das tun Steffi und ich jetzt auch. Und in der Zeit, wenn die Pferde jetzt gleich aufkaloppieren, können Sie in Ruhe ihre Wetten platzieren. Hals und Bein. Mit diesem ersten Rennen des heutigen Tages, es geht über die 1950 Meter New York Philharmonic Orchestra Rennen. Tolle Musik von dort, tolle Künstler und hoffentlich gleich auch ein tolles und spannendes Rennen hier live aus Dortmund. Der Aufgalopp ist im Gange zum ersten Rennen. Hinweis für Trainer Ralf Rohne. Kommt gerade die Meldung, Ralf Rohne oder Vertreter bitte zur Waage. Wir sehen Redemptorist beim Aufgalopp. Auch das ist ein chancenreicher im ersten Rennen. Der Starter aus Weiler-Swist von Christian Freier von der Recke. Der Starter mit guten Platzierungen, allerdings einmal hinter Andor im Dezember geblieben. Das Quartier hat auf jeden Fall Form, war noch in Mons vor ein paar Tagen erfolgreich mit Sharon für Gestüthaus Hahn und zwei zweite Plätze, Galway Girl und Seth Chancelot. Also die beiden auch ganz gut gelaufen. Der Stall hat Form von Christian Freier von der Recke. Der Starter mit Anna van den Trost. Also meine Wahl hier, Power Bullet, wie vorhin beschrieben, Zenit die 5 und Redemptorist. Pferde sind auf dem Weg zum Start. Hals und Bein jetzt mit ihren Wetten. So, jetzt nochmal neuer Hinweis. Herr Rohne, bitte nicht mehr zur Waage. Es hat sie schon erledigt, wie ich gerade hörte. Ich bin ja hier oben über den Dächern. Nicht von Nizza, sondern von Wambel. Und da habe ich natürlich keinen Blick drauf. Also Ralf Rohne braucht jetzt nicht zur Waage und auch nicht der Vertreter. Pferde sind auf dem Weg zum Start. Fünf Minuten sind es noch. Wir hatten interessante Infos von Steffi und Thorsten. Mit Manfred Weber war man im Gespräch. Und mit Olga Lasnowska. Andor sollte ja erst in Mons laufen. Jetzt hier heute in Dortmund. Viel Gewicht, 65 Kilo. Michael Kadedu an Bord. Zuletzt platziert hier im Januar noch in Belgien. Und davor war man doch weit geschlagen mit Platz 4 unterwegs. Hatte aber auch schon ein Rennen hier gewonnen. Über 1950 Meter. Man ist ja auf dieser Strecke wieder am Start heute. 9,20 Euro. Viele schreckt das Gewicht natürlich ab. Andor, der Ritt von Michael Kadedu. Ja, San Diego steht länger. Seit Oktober hat man Pause. Der Trainer ist nicht da. Er ist ja mit Sibylle Vogt in Riyadh. Ich glaube, die sind schon auf der Rückreise wieder nach dem Jockey Challenge Wettbewerb. Und da wird sicherlich Trainer am Handy mit zuschauen. Irgendwo San Diego, die 2 bei 10,90. Aus der Pause kommend ist aber Bahn- und Distanzsieger hier in Dortmund. Die Pferde nähern sich dem Start. Vier Minuten sind es noch. Und falls ihr beiden, Steffi und Thorsten, noch einen Last-Minute-Gesprächspartner habt, könnt ihr euch gerne einschalten. Ansonsten jetzt lasse ich Sie kurz zufrieden für Ihre Wettdispositionen. Für das erste Rennen starten vier Minuten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es geht in Kürze in die Boxen. Letzter Überblick, die Quoten schauen wir uns noch mal an. Die Nummer 3, Favorit Power Bullet, 3,10 Euro. Zenit die 5,10 Euro. Zweiter Favorit, also dann Taurus, der auch bei normalen Sand, den wir ja heute antreffen, was zeigen kann. Mir gefällt er eigentlich besser auf nassen Sand. Aber der kann natürlich auch auf normalen Sand was reißen. Ganz klar. Das ist auch ein Star des Winters, dieser Taurus. Wer den gewettet hat, hat jetzt zweimal Geld bekommen. Und der dritte Treffer war beim fünfletzten Start. Also ein dreifacher Wintersieger schon. Taurus, der Starter von Manfred Weber für den Stall Advokat. Lilly Marie Engels ist im Sattel. Und gut gewettet Redempturist, 5,10 Euro auch. Der Start aus Weilerswist. Übrigens im neuen Besitz. Dieter Albert Brandt ist jetzt der Eigner. Und Anna van den Prost reitet Redempturist bei Quote 5,10 Euro. Geht gleich in die Box. Die Starthelfer schwärmen aus, nehmen die ersten Pferde in Empfang. Es geht in die Boxen jetzt. Das New York Philharmonic Orchestra-Rennen wird in Kürze gestartet. Längster Außenseiter Iniesta wird auch gleich hineingehen. Der 10-Jährige. Kleiner Ansatz wieder mal. Zuletzt vierter Platz, allerdings 16 Längen hinter dem Sieger zurück. Und heute auch kein Erlaubnisreiter, sondern Miguel Lopez. So einfach wird es hier nicht. Dementsprechend lang die Quote. Der längste im Feld, die sieben. Der älteste Starter. Iniesta bei 35 Euro für einen. Die letzten beiden rücken ein. Letztes Pferd kommt heran. Das war San Diego. Der Starter aus Bexbach. Alle drin. Und Start zum ersten Rennen. Ausgleich vier. 1.950 Meter ist die Distanz. Ja, es geht gleich recht flott zur Sache. Und auch bald zum ersten Male am Ziel vorbei. Die Führung geht an San Diego mit innen Redenturist. Die beiden vor Powerbullet an der Spitze. Dahinter sieht man an der Außenseite Taurus in der vierten Position. Weiter innen galoppiert dann Iniesta. Gefolgt von Andor und Zenit mit der Wartetaktik. So kennen wir ihn. Ist am Ende des Feldes. So geht es durch den Tribünenbogen. Redenturist hat jetzt knapp das Kommando mit San Diego. Außen rückt jetzt Taurus. Diese drei sind fast auf Linie. Powerbullet auf dem vierten Platz. Dahinter Iniesta. Gefolgt von Andor und etwas Rückstand. Zenit der letzte im Feld. Die Pferde sind in der Gegenseite. Und Redenturist behauptet die Führung vor San Diego. Taurus bleibt in dritter Position. Powerbullet hat Anschluss. Zwei Lengenluft dann zu Iniesta, zu Andor. Und Zenit bleibt zunächst mal hinten. Die Pferdeausgangs der Gegenseite. Redenturist führt hier heute zum ersten Mal in den Farben unterwegs vom Besitzer Dieter Albert-Brandt mit einer Länge. Wird aber plötzlich geschoben dagegen. Taurus rückt jetzt nach in optisch guter Haltung. San Diego ist dahinter und Powerbullet ist vierter. Dann Iniesta mit Andor und Zenit. Es geht in den Einlauf. Redenturist an der Spitze. Aber schau mal die Haltung an von Lilliman und Taurus. Die sitzt ja im Moment wieder. Kommt jetzt hier heran mit dem Starter aus Iffesheim. Taurus ist jetzt zur Stelle. Redenturist aber kämpft innen. Der kann auch kämpfen. Das zeigt er hier an der Innenseite mit Anna van den Trost. Aber außen kommt Taurus. Taurus greift an mit Lilli. Marie Engels. Zenit von hinten wird jetzt schnell gemacht. Auch der hat Chancen. Taurus geht in der Distanz nach vorne. Zenit kann nachsetzen. Dahinter Redenturist. Die drei sind weit enteilt. Und Zenit ist jetzt der Gegner. Taurus muss jetzt schwitzen. Denn Zenit kommt immer näher. Mirko Sander zieht hier alle Register. Zenit kommt. Zenit herangekommen an Taurus. Der wehrt sich. Taurus innen. Taurus zieht an und gewinnt. Schon der vierte Wintertreffer. Es geht auch auf normalen Sand. Nicht nur auf nassen. Er gewinnt heute vor Zenit in einem heißen Fight. Redenturist war Dritter. Und dann weit zurück der Rest. Powerbullet da mit San Diego. Weit vor Andor. Und hinter dem Feld dann Iniesta. Und hinter dem Feld dann in einem Der vorläufige Richterspruch liegt vor, erstes Rennen, New York Philharmonic Orchestra Rennen, ein Ausgleich 4 bei 1950 Meter, Sieger ist die Nummer 4, Taurus, auf dem zweiten Platz die 5, Zenit, drittes Pferd, die 6, Redempturist, auf dem vierten Platz die 2, San Diego und fünfter war die 3, Power Bullet. Mit vorläufig 4, 5, 6, 2 und 3. Ja, da kommt er auch gleich zum Gespräch, natürlich die Reiterin Lili Marie Engels mit Taurus, das ist wirklich ein absoluter Siegertyp auf der Sandbahn. Es war bereits in diesem Winter der vierte Treffer und der Hattrick jetzt, dreimal hat man hintereinander gewonnen und nicht nur auf nassen Sand ist das möglich, dass man gewinnt und kämpft. Und hier gegen ein gutes Pferd verloren hatte also Zenit und der griff ja pausenlos an, Taurus hat da riesig gekämpft. Es geht auch auf dem normalen Sand, das haben wir heute gesehen, dass man da auch gewinnen kann, auch wenn es ein heißer Fight war, aber beide hatten sich ja zuletzt abgesetzt auf dem letzten Wegstück. Also der Sieg für Taurus, Zenit gefiel auch in der Niederlage, aber der Sieger, der ist gleich am Mikrofon, da werden wir das Interview hören. Der Starter aus Ilfezheim von Manfred Weber trainiert für den Stalladvokat mit Lili Marie Engels, gleich am Mikro. Ja, Taurus und Lili machen sich gerade auf den Weg zu mir. Ich habe eben schon mit dem Trainer Tauchter Rieke gesprochen. Sie hat mir gesagt, der kann nicht nur nassen Sand, der kann anscheinend auch normalen Sand. Oh nein, nicht schon wieder. Danke. Lili, herzlichen Glückwunsch. Geht das jetzt immer so weiter oder wie viel kann da noch kommen? Dankeschön erstmal. Also heute war es natürlich schon ein bisschen schwerer als die letzten Male, aber leichter wird es natürlich nicht. Aber der hat heute wieder alles im Griff gehabt. Er hatte natürlich selber erstmal nicht damit gerechnet, dass Zenit noch so mit so viel Speed kommt. Aber als er dann neben ihm war, hat er gekämpft und gegengehalten und der hatte alles im Griff. Ja, Zenit hat heute noch für einen super Endkampf gesorgt. Gut, da will ich euch gar nicht Leute aufhalten. Macht euch mal auf den Weg in den Absattelring. Der Taurus, der mag das nämlich nicht so gerne am Mikro. Das haben wir ja schon letztes Mal herausgefunden. Dann gebe ich mal ab an Pan für die Rennanalyse. Ja, und während Lili-Marie Engels hier nochmal etwas Grüße herüberschickt zu uns in die Kamera, noch ein Hinweis für Olga Lasnowska. Die Trainerin bitte jetzt zur Waage. Olga Lasnowska, bitte zur Waage. Und wir sehen uns das Rennen an. Das erste Rennen nochmal in der Analyse. Die 1950 Meter hier im Ausgleich vier. Ging ja gleich zügig zur Sache. Sie sehen hier, mehrere bewerben sich. Power Bullet war schnell gestartet. Redenturist und dann außen der Starter aus Bexbach, San Diego. Das waren zunächst mal die Ersten. Taurus blieb gleich dicht auf. Und das galt auch für Iniesta, den Nängsten im Feld von der Quote her. Andor, Platz sechs. Hinter dem Feld Zenit mit der Wartetaktik wie immer. Und er war früh da heute. Das werden wir gleich beobachten. Sonst kommt er immer ein bisschen später. Heute war der früh da. Der Zenit. Und fühlte ja lange Taurus auf den Zahn. Das werden wir gleich sehen im Endkampf. Vorne aber schauen wir nochmal auf das dicht gestaffelte Vordertreffen. Redenturist, San Diego. Und die konnte man fast mit einem kleinen Sauna-Handtuch hier zudecken. So eng waren die beieinander. Vierter ist dann Innenpower Bullet auf kurzem Wege. War ein guter Rennverlauf. Aber zum Schluss dann doch nur Platz fünf möglich gewesen. Der war ein bisschen enttäuschend heute unterwegs. Power Bullet, da hatte ich mehr erwartet. Und ja, Zenit kommt dann schon früh ins Rennen. Da sehen wir ganz hinten Zenit mit Mirko Sanna. Aber der hat gleich im Handstreich schon mal ein paar Plätze gut gemacht. Das werden Sie gleich erkennen, die Szene. Es geht erstmal in den Bogen hinein. Hier wurde Redenturist schon stark angefasst. Taurus kam da händevoll durch den Bogen. Also in bester Haltung. San Diego unter Druck. Dann ist Power Bullet zu sehen. Und dann kommt jetzt dieser entscheidende Vorstoß von Zenit. Und der den zweiten Platz dann im Endeffekt sicherstellte. Der hat ja ruckzuck mal die Hinteren eingesammelt. Nur Taurus war noch sein Gegner. Und dann wird er immer näher kommen. Hier sehen wir es, wie er richtig aufmarschiert. Hier ausgangs der Kurve. Wo es in den Einlauf geht. Redenturist hat sich wirklich die Reiterin das Geld verdient. Also mit Platz drei war man ja zum Schluss noch unterwegs. Anna van den Trost war da schon früh bei der Arbeit. Aber hier sehen wir Taurus. Aber dann kam Zenit. Und dann musste innen Lillimar Engels auch mal zugreifen. Weil Mirko Saner die Chance witterte. Und immer näher herankam mit Zenit. Aber innen zog Taurus entscheidend an. Hier sehen wir die letzten 100 Meter. Taurus hält den Sieg fest. Vierter Treffer im Winter. Ein Top-Siegertyp hier auf Sand in Dortmund. Und toller Erfolg für Ilfitzheim, für den Stahladvokat, für Manfred Weber und Lillimarie Engels. Also die beiden setzten sich ab. Taurus gewinnt. Schauen wir mal ganz kurz auf den Richterspruch, dass Sie das schon mal wissen. Sicher, sagt der Richter, das Pferd legte innen zu. Aber Zenit war ein würdiger Gegner. Ganz klar lief der heute wieder sehr, sehr stark. Aber eben nur der Ehrenplatz. Dritter Redenturist, früh unter Druck. Drittes Geld behalten. San Diego Vierter. Und Power Bullet dann Fünfter. Also das war die Analyse. Erstes Rennen. Wir schauen gleich in den Absattelring. warten jetzt auf die Ehrung aus der ersten Prüfung. Dankeschön, lieber Pan. Und Sie haben uns gerade nicht gesehen bei der großen Einstellung, weil wir uns hinterm Baum versteckt haben. Der Trainer, Manfred Weber, der telefoniert gerade. Und ich schätze mal, es sind die Besitzer Schrägstrich Züchter. Ich könnte jetzt einfach mal ganz frech das Mikro hinhalten. Und ich weiß, dass der Manfred eigentlich damit rechnet, dass ich das tue. Moment gerade. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich muss nachher nochmal gucken. Ich rede gerade mit dem Züchter des Taurus, der ganz zufrieden ist, weil er jetzt seinen vorderen Platz in der Statistik hat. Ich bin jetzt gerade im Interview und habe gerade mal erklärt, wie das war. Der freut sich, weil er nämlich jetzt in der Züchterstatistik ganz oben steht. Das könnte sich theoretisch noch ändern. Es sei denn, Taurus macht auf Gruppe 1 Niveau so weiter. Ja, bis zum Jahresende wird es natürlich etwas schwerer. Aber einmal vorne sein ist ja auch ganz schön. Das stimmt. Wie hast du das Rennen denn erlebt? Weil was mir total gut gefallen hat, ist, wie er ihn nochmal angezogen hat. Ja, also er sah eingangs der Gerade als leichter Sieger aus. Hatte dann Mitte der Geraden, hatte ich ein bisschen Bedenken. Als ich sah, wie das Pferd außen ankommt, an ihm sogar vorbeigeht, dachte ich, oh, das ist gelaufen. Aber dann hat er super zurückgekämpft und letztlich doch noch sicher geworden, denke ich. Für die Menschen, die mit dem Galopp-Rennsport nicht so eng verbunden sind, kann man das irgendwie trainieren eigentlich, dass die Pferde dann nochmal zurückkämpfen? Oder macht das halt den Unterschied zwischen einem guten Rennpferd und einem nicht ganz so guten Rennpferd aus? Also man kann natürlich schon ein bisschen probieren, die Pferde zu motivieren übers Training. Und was sehr wichtig ist, was wir auch machen, sehr viel Ausdauer trainieren, dann haben die Pferde auch später die Kraft, auch nochmal zurückzukommen. Manfred, ich will die nicht aufhalten. Lilly-Marie Engels, die strahlt schon, genauso wie die Sonne über Dortmund. Das heißt, wir schreiten zur Siegerjahrung. Jetzt müssen wir alle einmal um den Baum rum. Herr Tietke wird die Ehrenpreise überreichen. Wir gehen einfach mal hier und dann werde ich mal wieder meinen armen Kameramann zur Verzweiflung treiben. Steffi ist auch da, die genießt auch das schöne Wetter. Und dann sehen wir hier unsere Sieger direkt vorm Baum. Und Andreas Tietke überreicht jetzt hier also die Ehrenpreise. New York Philharmonic Orchestra Rennen, das Auftragsrennen heute hier in Dortmund. Und wir gratulieren Taurus sehr, sehr herzlich. Das ist der 5-jährige Campanologist, der den 3. Sieg in Folge schafft für den Stahl-Advokat. Manfred Weber-Neffitzheim ist der Trainer. Und Lilly-Marie Engels und Taurus, die beiden verstehen sich. Gratulation, sie hat den nächsten Sieg hier eingefahren mit Taurus in den Farben des Stahls-Advokat. Andreas Tietke auch nochmal im Gespräch hier mit den Siegern. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, liebe Steffi, bevor wir zum nächsten Rennen kommen, dass wir gleich noch den endgültigen Einlauf hören und natürlich auch die Endquoten von und mit unserem Pan, der hoffentlich da oben, lieber Pan, auch ein bisschen Sonne abkriegt. Oder bist du quasi komplett im Schatten? Ja, so leicht lacht die Sonne doch hier ins Holzgebälk hinein, hier auf dem Turm. Und wir kommen jetzt auf jeden Fall schon mal zum endgültigen Richterspruch. Der liegt vor. Erstes Rennen Sieger, die 4 Taurus. Zweites fährt die 5 Zenit. Platz 3, die 6 Redempturist. Vierter Platz, die 2 San Diego. Fünfter war die 3, Power Bullet. Sechstes fährt die 1, Andor. Und siebter Iniesta, die 7. Taurus gewann sicher mit einer halben Länge. Weitere Abstände, Elflängen. Zehn Längen und eine halbe Länge. Und die Zeit des Rennens kann ich Ihnen auch noch sagen. 2 Minuten 13,93 Sekunden. Und jetzt die Quoten. Taurus, der Siegertyp, zahlt heute 4,50 Euro für einen Euro. Die zwei Platzquoten bei sieben Pferden sind zwei Platzquoten. Die zahlen bei Taurus 2,10 Euro. Bei Zenit 2 Euro. Zweierwette, die Reihenfolge 4,5. 7,10 Euro. Und Dreierwette, Reihenfolge 4,56. So, dann gehen wir direkt über zum nächsten Rennen. Unser zweites Rennen des Tages. Es ist Boston Symphony Orchestra Rennen. Ein Ausgleich 4 über 1,700 Meter. Am Start haben wir heute 8 Pferde, ein Lichtstarter. Mit der Programm Nummer 1 starten wir einmal. Das ist Lex Luthor. Die Programm Nummer 2, Login. Die Programm Nummer 3, Janka. Die Programm Nummer 5, Maas. Novakovic hat die Programm Nummer 6. Archie's Sister, die 7. Die 8, Neriamo. Und die Nummer 9, Annie Smile. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum Führing. Und währenddessen hat Pan vielleicht schon die ersten paar Tipps für uns. Ja, Steffi, zwei Pferde habe ich schon mal vorweg. Natürlich, wir sehen, dass die oberen beiden gewettet sind. Die 1, Favorit Lex Luthor. 2,20 Euro. Login steht 5,50. Lex Luthor scheint ein Sandtalent zu sein. Von Marian Falk-Weißmeier. Den Farben von Christoph Holzbach. Der Mühlheimer Starter mit Sean Byrne. 5 Kilo Erlaubnis. Das hat bei den Sandrennen gute Leistung abgeliefert. Man konnte gegen Kito Success zuletzt verlieren. Da hat man trotzdem eine gute Form geboten. Das war keine Schande. Kito Success ist ein gutes Sandpferd. Davor auch im Geld gewesen. Im November und Oktober hinter Alpha Taurus, einem starken Galopper, war man platziert. Also der erste Sieg und im Handicap unterwegs am heutigen Tage. Der 4-jährige Lex Luthor. Sicherlich eine ganz gute Chance, was hier den Sieg betrifft. Der erste Gegner von mir, von meiner Auswahl, ist die Nummer 2 Login von Ralf Rohne für den Stall Colonia. Und ist ja schon erfolgreich gewesen auf der Sandbahn, wie man weiß. Und man war zuletzt in diesem Monat in Monsglin mit Platz 2. Auch nicht weit entfernt. Galway Girl hat ja erst Donnerstag wieder eine Platzierung geholt. Und Galway Girl konnte am 4.2. also Login schlagen. Denke mal, der Starter von Ralf Rohne sollte hier mitmischen. Und die letzte Form wirklich ausgezeichnet. Also die oberen beiden schon mal ganz wichtig für die Wetten. Und weitere Infos jetzt mit Steffi und Thorsten aus dem Führing. Ja, ich stehe schon bereit. Ich schnappe mir jetzt direkt mal Marian Falk-Weißmeier. Erstmal schönen guten Tag. Wie geht es so? Hallihallo. Ja, ganz gut. Sehr schön. Du hast hier jetzt Lex Luthor am Start. Ich sehe gerade, die letzten paar Formen, die waren alle schon in Ordnung. Aber der Sieg lässt noch ein bisschen auf sich warten. Kommt er heute nach? Ja gut, die letzten Aufgaben waren von den anderen Pferden ein bisschen schwerer besetzt. Ist aber beständig gelaufen. War immer unter den ersten Dreien. Heute mit der Laubmiss im Handicap sollte er gute Chancen haben und auch nicht schlechter als Platz drei sein. Mal gucken. Vielleicht klappt es dann mit dem Eins. Was vielleicht auch mal ganz interessant ist zu fragen, nicht nur Lex Luthor, sondern auch allgemein die Pferde in deinem Stall. Wie tun die sich so mit diesem Wetterwechsel? Vor zwei Wochen war es noch ziemlich kalt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wie verkraften jetzt diesen Umschwung hier auf die schon etwas wärmeren Temperaturen? Ja, das ist unterschiedlich. Einige sind natürlich empfindlich und anfällig, kriegen ein bisschen Rotznase. Andere stecken das ganz gut weg, so wie er jetzt zum Beispiel. Und da muss man halt immer drauf eingehen und gucken, was das Beste daraus zu machen. Alles klar, vielen Dank. Dann wünsche ich mir Hals und Bein. Und ich sehe schon nämlich den Schatten hier auf dem Boden. Thorsten wartet schon, dass ich ihm das Mikro überreiche. Das mache ich jetzt direkt mal. Steffi will damit sagen, dass ich zu dick geworden bin zum Jahreswechsel. So einen großen Schatten werfe ich mittlerweile. Sehr schön. Wir wollen sprechen über den Starter aus dem Quartier hier von John David Hillis, nämlich Neriano. Und wenn die Kamera so ein bisschen rüber geht, dann sehen wir, das ist nicht John David Hillis. Das ist Pedro Gonsalves. Das ist quasi der Schwiegersohn in Spee. Pedro, nice to have you here in Dortmund the first time. Thank you very much, thank you very much. It will be nice to change a bit. I worked in England before. Change, change a lot. And it's the first time, very first time here on the racetrack, right? The first time, no. I come the last year. I've been in Baden-Baden. And in Munich. I just come one week in holidays. And like work, it's the first time I come for the race course. It's a good start, I think. Definitiv. Also er kennt sich natürlich schon aus mit der Bahn in München. Das ist seine neue Heimatbahn. Und der Rennbahn in Baden-Baden. Da waren letztes Jahr auch mal kurz zu Gast. Pedro, so your new position is assistant trainer of John David? Yeah, yeah. Of course. Also er ist derjenige, der jetzt John David Hillis ein bisschen unter die Arme greift. And Neriano is your starter here in Dortmund. So what can we expect from this five-year-old Stefani? He has been seven plates, eight plates, last two times. So what are you expecting today? Well, he has a good chance. After his horse, it's a bit special. So he needs to have the good race to do something. But he feels well, he works well in the morning. So I think we can have the chance to be there. Also er sagt, es ist ein sehr spezielles Pferd, der wohl offensichtlich so seine Bedingungen braucht. Aber er hat sich ganz gut präsentiert am Morgen und in der Arbeit auch. Also geht man hier mit einigermaßen Hoffnungen ins Rennen. It will be the very first time for Hugo Tavares Oliveira racing in Germany. Also es ist das erste Mal, dass ein neuer Jockey mit dabei ist. Hugo Tavares Oliveira, den Sie zu Beginn der Übertragung auch schon kennenlernen durften. What will be his start today? So what do you expect from him? Well, he started a long time ago. He started young to ride horses because his father is trained in Portugal. So he started very young. He ride a lot of horses in Portugal. He ride in France. He have experience. He worked with John Gozan in England. He have a lot of experience. So I think he can do well. He has a lot of rights already. So I hope and I think he is going to be nice and do a good thing here in Germany. Also er geht davon aus, dass der Start, er wird ja heute vier von acht Rennen bestreiten, glücken wird, weil er natürlich auch sehr viel Erfahrung mitbringt. Als Vierjäger schon im Rennsattel gewesen am Quartier des Vaters, der zwischen Portugal und Spanien seinen Rennstall hat. Und er hat auch schon in Großbritannien für Trainer John Gozan gearbeitet. Also insofern, da kommt auch sehr viel Erfahrung mit. Pedro, all the best. And do you know what we say in Germany for good luck and all the best? I don't know yet. I will teach it in a short way. It's Hals und Bein. Hals und Bein. Very good. That's Pedro. Dankeschön. Thank you very much. Und jetzt ist Pan wieder dran, denn die Pferde, die verlassen jetzt hier den Führing, ich muss schon fast sagen, den Frühlingsführing in Dortmund. Denn man entwickelt so ein bisschen Frühlingsgefühle. Das ist der Moment, wo Steffi aus dem Führing renkt. Keine Sorge, Steffi, alles gut. Jetzt ist unser Pan dran. Ja, es ist wirklich Frühling. Man sieht das. Und gefällt mir persönlich auch natürlich gut. Diese Wetterverhältnisse. Ja, zweites Rennen. Wir haben eben zugehört. Also Neriano, der erste Deutschlandritt von Hugo Miguel Tavares-Olivera für John Hillis und das Duell mit Sean Byrne, der lange am Stall war. Und der Nachfolger ist ja dieser Hugo Miguel Tavares-Olivera, also im Duell mit Sean Byrne. Der hat natürlich hier leichtere Spiel, wenn man den Toto sieht bei zwei Euro. Den haben wir ja besprochen, den Starter, den Favoriten Lex Lutha, Neriano. Also der Außenseiter, also einer der Außenseiter hier aus München. Eben mit Hugo Miguel Tavares-Olivera, erster Deutschlandritt. Aber ich habe noch ein anderes Pferd. Und am Toto runter, runter, runter die Quote. Wir sehen Maas, den Fünfjährigen von Jasmin Almenreda. Das ist ein Starter im Besitz von Frau Susanne Otto-Fülling. Der Starter steht günstig auf der Sandbahn im Gewicht. 57 Kilo, Anna van den Troost reitet. Der Starter bei einer Strecke von 1700 Metern heute. Wir haben auch andere Distanzen gesehen schon, wie 1500 Meter mit zwei guten Platzierungen auf der Belgienbahn in Mons. Über die 1200 Meter kann ich Ihnen sagen, da war man im Dezember mal Sechster hier. Und heute ja 1700 Meter, ein bisschen weiter die Strecke. Aber man steht sehr günstig im Rennen. Der Sommerabend nachkomme Maas. Und am Toto bei vier Euro auch zweiter Favorit jetzt geworden. Sogar unter Lock-In gelandet im Wettmarkt. Da ist er beim Aufgalopp. Wir sehen ihn gerade hier, Maas. Der sieht auch glänzend aus und kommt dann zur Startstelle. Ja, wir haben noch sieben, acht Minuten Zeit. Wollen natürlich auch mal auf interessante Außenseiter hinweisen. Janke vielleicht mit einer kleinen Chance. War mit viel Gewicht in Mons unterwegs. Das war der Start. Der erste für Olga Lasnowska. Man war Platz fünf, hatte ein bisschen Rückstand von etwa fünf Längen. Und die Aufgaben zuvor waren doch ein bisschen schwerer in Pornichee und Deauville im alten Quartier. Jetzt eben bei Olga Lasnowska. Vielleicht ist das ein Pferd, was was zeigen kann. Denn hier im Ausgleich vier wird jetzt nicht allzu viel verlangt. Janke, also ein Pferd, so ein bisschen für verwegene Wetter. 11,20 Euro. Unmöglich ist das nicht. Starker Reiter Michael Kadedu. Vielleicht kann das Pferd hier reinlaufen. Dann werden die Kombi-Wetten auch was länger, etwas größer sein. Letzte Minuten laufen. Jetzt Hals und Bein mit ihren Wetten. Wünscht auch racebets.de die Pferdewette im Internet. Wünscht auch was ist das nicht. Amen. 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 Es sind noch in etwa vier Minuten bis zum Start. Farbenänderungen, Hinweis bei den beiden Blue Sky Rennpferden von Frank Fuhrmann. Stahl Blue Sky, da ist die sieben. Cecilia Müller trägt eine hellblaue Kappe. Und bei der sechs ist es die blau-orange Kappe mit Miguel Lopez. Das ist die Farbenänderung zweites Rennen. Das ist die Farbenänderung zweites Rennen. Das ist die Farbenänderung zweites Rennen. Das Achterfeld wird gleich in die Boxen einrücken für das Boston Symphony Orchestra Rennen. Ausgleich vier, 1700 Meter. Doppeltes Geld gibt es auf Lex Luser. Das ist der Favorit, die eins. Die Farben von Christoph Holzbach. Der Mühlheimer Starter von Marian Falk Weißmeier mit Sean Byrne im Sattel. Zweiter Favorit, die fünf, Mars, Starter auch aus Mühlheim. Jasmin Almräder trainiert, Anna van den Trost reitet. Bei 3,70 die Quote. Lock in die zwei für den Stahl Colonia. Vorbereitet in Düsseldorf von Ralf Rohne mit Shuichi Teraci. Auch fünf Kilo Erlaubnis, genauso wie bei Sean Byrne. Das Ganze also Lock in steht 6,20 Euro. Pferde werden in Kürze einrücken in die Boxen für das zweite Rennen. Pferde werden in Kürze einrücken in die Boxen für das zweite Rennen. Ja, eben in der Großaufnahme nochmal vom Kameramann eingefangen. Da haben wir gesehen Hugo, Miguel, Tavares, Oliveira. Erster Deutschlandritt, tolles Krikot natürlich für den Stahl. Immergrün mit dem Kleeblatt in Grün auf dem weißen Körper. Orangearme, grüne Kappe. Es ist ein tolles Renndress auf jeden Fall. Die Form ist nicht allzu stark. Es wird nicht einfach. Und Starter steht bei 18,70. Sehr lang Neriano. Der Starter aus München von John Hillis. Kameramann mag das Pferd. Wir sehen, er hat schon wieder das Pferd im Blick. Hier nochmal Neriano in der Nahaufnahme. Wirklich ein tolles Trikot. Ja, sagt auch der Kameramann gerade zu mir. Durch die Maske hat er es mir zugeflüstert. Also es geht los in die Boxen jetzt. Rennen zwei. Das Pferd. Alles sole Áf blastat. Die ersten Pferde sind eingerückt, da kam jetzt Lock-In heran. Ja, Lock-In ist eingeloggt sozusagen. In der Startmaschine. Auch Janke wird hineingehen, dann die beiden Starter von Frank Fuhrmann, Archie Sistada, Cecilia Müller mit hellblauer Kappe, nochmal Farbenänderung. Und bei Novakovic orange-blaue Kappe, Miguel Lopez. Ennysmal geht hinein, das Pferd aus Mannheim von Michael Alles. Alle gleich komplett in den Boxen. Und jetzt der Start, die Pferde auf der Strecke, Boston Symphony, Orchestrarrennen, Ausgleich 4, 1700 Meter. Und es geht am Ziel vorbei in den Tribünenbogen hinein. Neriano sehr, sehr schnell mit Hugo, Miguel Tavares, Olivera mit Maas an der Innenseite führen. Novakovic ist Dritter. Dahinter gleich der Favorit. Lex Lusa in vorderer Linie. Lock-In Platz 5. Dahinter dann etwas Abstand zu Archies Sistada. Und Janke am Schluss Ennysmal. Aber alles noch in geschlossener Formation. Zu Beginn der Gegenseite sind die Pferde. Maas hat einen minimalen Vorteil mit Novakovic. Neriano ist drittes Pferd. Dichter bei Lex Lusa. Lock-In ist fünfter. Archie Sistada. Ennysmal dahinter. Und letztes Pferd Janke jetzt mit der roten Laterne. Ein ganz dichtes Feld. Das Kommando. Ja, Novakovic will jetzt durchschlüpfen zur Führung. Kommt jetzt heran. Maas dabei. Lex Luta außen ist jetzt dabei. Kommt hier weiter. Greift jetzt an. Neriano bleibt dran. Durchaus in vierter Position. Und dann Ennysmal von hinten macht Boden gut. Es geht durch den Bogen. Und an der Innenseite Novakovic an der Spitze. Aber Lex Lusa, der Favorit, setzt jetzt nach. Ganz innen kurzer Weg. Janke. Dann Ennysmal. Neriano fällt jetzt schnell zurück. Vorne das Kommando bei Novakovic. Novakovic bringt das Feld gleich in den Einlauf hinein. Lex Lusa lässt sich reiten. Bleibt aber dran der Favorit. Will jetzt weiter kämpfen. Ennysmal dahinter. Archie Sister ganz außen mit dabei. Aber immer noch vorne. Rene Novakovic. Jetzt kommt der andere Blue Sky Starter. Archie Sister. Die beiden aus Magdeburg sind im Moment eins, zwei. Lex Lusa dritter. Ennysmal kann den Magdeburgern aber auch noch die Suppe versalzen. Jetzt geht außen Archie Sister an die Spitze. Und setzt sich vor das Feld. Archie Sister wird gewinnen mit Cecilia Müller. Dahinter Ennysmal jetzt zweiter. Der Favorit Lex Luta ist dritter. Vierter Platz Novakovic. Fünfter Platz. Da wird noch gerangelt. An der Innenseite Maas. Sechster Neriano. Siebter Lock-in. Und letztes Pferd im Ziel ist Janke. Janke. Vielen Dank. Die neun Annie Smile, dritter die eins Lex Luser, auf dem vierten Platz die sechs Novakovic, fünfter die fünf Mars, vorläufig sieben, neun, eins, sechs und fünf. Ja, der Toto, der zeigt auf jeden Fall eine stramme Quote. Dazu später mehr. Es gibt eine fette Quote. Es war der dritte Sieg des Pferdes von Archie Sista, einer der beiden Starter von Frank Fuhrmann in dieser Partie. Und im Moment war die Form ja nicht so ganz stark. Der letzte Sieg war ja gewesen, das war im Februar 2020. Da hat man Doppelschlag gelandet. Das ist ein fruchtbarer Monat, muss man sagen, für Archie Sista, dieser Februar. Und wir haben jetzt Februar und hatten jetzt den ersten Renntag im Februar. Und da hat sie wieder gewonnen. Also sie mag diesen Monat Archie Sista. Und die Siegerhalterin ist jetzt im Gespräch bei Steffi. Cecilia Müller. Ja, genau. Danke, Pan Espan, fürs Übergeben. Cecilia, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die letzten Formen hatten es nicht unbedingt angedeutet. Was gab jetzt den Unterschied, dass es heute so super geklappt hat? Sie mag den Boden natürlich sehr gerne. Und ich habe in die Studie jetzt ein paar Mal geritten. Und ich mag die Studie. Wir verstehen uns halt auch gut. Ja, dass die sich gut verstehen, das haben wir heute super gesehen. Ich entlasse euch dann mal zurück in Absattelringen, damit das Pferd nicht nervös wird. Und gebt mal ab an Pan für die Rennanalyse. Ja, da kommt das Pferd zurück zum Absattelringen. So ein echtes Februar-Pferd. Ich habe da eben nochmal nachgeschaut. Wirklich letztes Jahr zwei Siege im Ausgleich, vier hier im Februar. Danach dann lief nicht viel unbedingt. Auch auf Gras nicht, auf Sand, aber auch nicht in diesem Winter. Cecilia, haben wir ja eben gehört, hat das Pferd zweimal geritten. War zweimal hinter der Konkurrenz, aber einmal im Mittelfeld. Okay, zumindest mal Mitte Januar. Aber dann zuletzt unplatziert. Und heute der Treffer. Und da sehen wir uns nochmal das Rennen an. Hier ist die Phase schon. Und wir haben zunächst mal Mars in Front und sehen ein dichtgeschlossenes Feld. Die ganze Zeit waren alle nicht weit auseinander, also bis in die Endphase natürlich. Und wir hatten, Sie sehen die hellblaue Kappe, Archie Sister, noch an der Innenseite, drittletztes Pferd. Der andere von Frank Fuhrmann, Nowakowitsch, behauptete sich innen lange in der vorderen Reihe. War ja auch kurz mal vorne dann, wo es in den Bogen hineingeht. Favorit früh geritten sehen wir außen die Farben von Christoph Holzbach, Lex Lusa. Sean Birne hatte da schon die Arme lang gemacht. Gleich sehen wir das, wenn er die Attacke startet auf Nowakowitsch. Dann rückt Annie Smile auf. Guter Lauf übrigens mit dem Ehrenplatz heute für den Starter von Michael Ahles aus Mannheim. Und dann kommt dann Archie Sister außen auf. Überallt auch nichts. Cecilia hatte da die Ruhe weg. Cecilia Müller und Kappe auf die Position. Wir sehen jetzt hier die Gerade. Lex Lusa müht sich redlich. Nowakowitsch hält hier noch stand. Dann Annie Smile mit Momenten in der Bahn Mitte. Und dann kam, und da war der Schwung so richtig da, das Pferd, was am liebsten im Februar gewinnt. Und das hat das Pferd wieder bewiesen heute. Archie Sister, Cecilia Müller. Es hat also gemüllert heute in Dortmund. Und deutlich der Erfolg für eine lange Siegquote gewinnt Archie Sister recht überzeugend. Annie Smile auf jeden Fall. Guter Auftritt der Stute aus Mannheim. Lex Lusa war Dritter immerhin im Geld noch, aber nicht so ganz überzeugend heute. Und dahinter dann ja Abstand zu den anderen. Nowakowitsch war zum Schluss Vierter und Maas Fünfter. Also lange Quote gibt es und lange Kombi-Quoten auch. Nicht nur auf Sieg gibt es viel für Sie, falls Sie die Sieben gewettet haben, auch in den Kombi-Wetten. Dazu kommen wir in wenigen Minuten. Zunächst aber schalte ich mal runter in den Absattelring zu Thorsten. Dankeschön, lieber Pan. Die Pferde kreisen hier noch, bis der Einlauf endgültig ist. Und das, wir sagen es immer wieder gerne bei diesen wunderbaren äußeren Bedingungen. Vielleicht haben Sie ja gestern Abend auch schon angegrillt. Ich weiß es nicht. Oder Sie tun es heute. Sie tun es jetzt vielleicht auch während dem Renntag. Hauptsache, Sie lassen es sich gut gehen und genießen unsere Übertragung hier von VETZTA live von der Galopp-Rennbahn in Dortmund. Und apropos VETZTA, es gibt zwei Neuigkeiten, die ich Ihnen bekannt geben kann. Und zwar gibt es zwei neue Kanäle, die auf Sie warten. Einmal der, wir nennen ihn mal Kanal Zypern. Das ist also zweimal die Woche Rennsport aus Zypern. Auch ganz interessant, können Sie natürlich auch darauf wetten. Und was vielleicht für richtige Fans noch viel interessanter ist, es gibt auch einen weiteren Channel von Ikidia, der bei uns live zu sehen ist. Und zwar mit internationalem Rennsport. Im Grunde 24 Stunden non-stop. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie einfach rein auf VETZTA. Und wenn Sie da noch nicht mit dabei sind, Sie wissen, wer den Rennsport unterstützt, der ist natürlich mit dabei bei VETZTA und registriert sich noch heute. Die Pferde werden jetzt gleich den Führring hier verlassen, weil der Einlauf ist endgültig. Sie haben das Signal gehört, es wurde abgeläutet. Und ich möchte Ihnen eins zeigen, vielleicht können wir uns mal langsam drehen. Denn zum einen sehen wir jetzt die Pferde, wie sie den Führring hier verlassen. Und zum anderen können wir vielleicht einmal ranzoomen, und zwar ganz hinten an den Zaun. Da stehen gerade ein paar Zuschauer, die ja leider nicht zugelassen sind am heutigen Renntag, was uns natürlich immer noch sehr betrübt. Aber hoffentlich wird das demnächst wieder der Fall sein. Sie können mal einmal winken, dann sind Sie live im Fernsehen. Siehste, so funktioniert das. Bald hoffentlich auch wieder hier auf dem Gelände, aber heute eben im wahrsten Sinne des Wortes nur Zaungäste. Aber das bestätigt halt auch das, was der Präsident Andreas Tietke eingangs gesagt hat, nämlich an einem normalen Renntag, wenn Covid-19 kein Thema wäre, dann wären ganz viele Dortmunderinnen und Dortmunder heute hier mit dabei. Sissi, der Müller kommt zu uns. Sissi, bist du schon so weit? Komm mal einmal kurz zu mir. Willst du schon Siegerehrung machen? Ja. Dann gehen wir jetzt Siegerehrung machen. Komm, hast du Stress? Ja, ich habe nächstes Rennen wieder. Mit welchen Chancen? Ja, ich hoffe, Gute. Das ist doch mal ein Wort. Ciao, Andreas Tietke steht schon bereit. Wir wandern einmal um den Baum herum. Heute ist es für unsere Kameraleute echt schwierig. Und natürlich ist das Team von Frank Fuhrmann heute mit ganz, ganz vielen Pferden hier angereist. Und die werden, wir haben es von Cecilia gerade gehört, auch schon wieder vorbereitet fürs nächste Rennen. Jetzt erst mal Boston Symphony Orchestra Rennen. Wir haben die 1700 Meter. Und am Ende hat sich hier also Cecilia Müller wunderbar durchgesetzt. Die fünfjährige Archie Penko-Tochter, Archie Sister, gewinnt hier nämlich. Das Ganze für den Style Blue Sky. Frank Fuhrmann ist der Trainer. Und Cecilia Müller ist die siegreiche Reiterin. Und Steffi Storp ist sowas wie Frank Fuhrmann-Ersatz. Ja, würde sich auch freuen. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Im Filmjargon nennt sich das Dubeln. Ach, echt? Wollte ich einfach nochmal ganz kurz klug scheißen, ist aber nicht gut angekommen. Jetzt wollen wir natürlich gemeinsam auch nochmal auf das dritte Rennen des heutigen Tages schauen. Sie denken bitte dran. Das vierte Rennen ist die Viererwette mit einer Garantieaussage in Höhe von 12.000 Euro. Zwölf Pferde sind mit dabei. Und da ist Wetten natürlich Pflicht. Jetzt erst mal ein Orchestra of St. Luke's Rennen. Meine Damen und Herren, über die 1200 Meter. Da musst du aber ganz schön schnell auf die Beine kommen. Das ist für die Jockeys auch nicht immer das Einfachste. Und ich drehe mich mal so ein bisschen um. Hinter uns ist eine große Leinwand. Da werden wir dann gleich auf die Startaufstellung sehen. Aber zuvor höre ich, sind die Endquoten und der endgültige Einlauf soweit. Die ziehen wir vor, lieber Pan. Endgültiger Richterspruch. Zweites Rennen. Es siegte die sieben Archie Sista. Zweites Pferd die neun. Annie Smile. Dritter die eins. Lex Lusa. Vierter Platz die sechs. Novakovic. Fünfter die fünf. Mars. Archie Sista gewinnt leicht sechs Längen. War der Abstand. Die weiteren Abstände zweieinhalb Längen. Fünf Längen und acht Längen. Acht Längen. Und die Zeit der Siegerin. Eine Minute 55,85 Sekunden. Dann die Quoten für das zweite Rennen. Wenn wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Da kommt die Tafel. Und Sie sehen, ich hatte es versprochen, riesige Quoten gibt es. Auf Sieg alleine zahlt die sieben Archie Sista für einen Euro glatte 37,40 Euro. Plätze sieben Euro fünfzig. Zwei Euro. Ein Euro zehn. Der Favorit, die eins. Dritter. Zweierwette sieben neun. Sechs hundert sieben und neunundneunzig Euro fünfzig. Und die Dreierwette sieben neun eins. Zahlt. Zweitausend einhundert achtzehn Euro zehn. Für einen. Tja, da geht es rund um. Ich hoffe, Sie sind dabei gewesen. Und wenn Sie sagen, die Chance habe ich verpasst. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben heute insgesamt acht Rennen auf der Karte. Also da geht noch ein bisschen was. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es noch sechs Chancen für Sie. Ich wollte Ihnen kurz die Situation hier zeigen vor dem Waagegebäude. Und zwar dank dem Rennverein in Gelsenkirchen. Sie wissen, Trab- und Gelopprennsport, da hilft man sich auch gerne mal ein bisschen. Haben wir jetzt hier eine wunderbare Leinwand. Die können Sie da erahnen. Da sieht man auch mal den Arm. Und hier vorne sitzen also die Damen und Herren ganz genüsslich in der Sonne. Lassen es sich gut gehen. Da kann man auch mal von hinten sich ranpirschen. Und die Frage stellen, ob es gut geht. Hallo. Geht es Ihnen gut? Ja, danke. Der perfekte Platz an der Sonne. Und dann kümmern wir uns doch jetzt mal einmal um das dritte Rennen des heutigen Tages. Startaufstellung kommt. Wir sehen also Marciana mit der Programm Nummer eins. Dann haben wir Betsy Cute mit der zwei. Montsang trägt die drei. Warrior die vier. Bobby's Charm mit der fünf. Decadent Times die sechs. Hart-Hannah ist die sieben. Gabriela Laura die acht. Kerti Bückert mit der neun. Sasek Solo die zehn. Und Jungle Spirit. Das wäre doch was. Cissi der Müller. Soll ich Sie nochmal zuschlagen? Mit 49,50 für einen. Sie hat gerade gezeigt, das geht mit dem Pferden von Frank Fuhrmann. Andreas Tietke hat Ihnen ja auch zu Beginn der Übertragung gesagt, dass er heute mit dem einen oder anderen Fuhrmann-Treffer rechnet. Er hat Recht behalten. Schon nach dem zweiten Rennen. Mal schauen, was gleich geht. Wir gehen in den Führring. Und Pan, du hast deine Favoriten natürlich schon mal zurechtgelegt. Wir blicken jetzt auf die Chancenreichen ganz klar für das Kurzstreckenrennen. Dritte Prüfung, die 1200 schnellen Meter im Ausgleich vier mit allen elf Startern. Maschianna von Uwe Schwinden habe ich mir rausgesucht. Die Dezember-Siegform noch in Erinnerung über diese Strecke. In Frankreich war es schwerer danach, auch im Ausgleich drei in Dortmund über weiteren Weg. Man geht auf die Strecke zurück, wo man gewonnen hat. Und mit Schuichi Teraci, der satte fünf Kilo in Anspruch nehmen kann. Erlaubnis also ist Maschianna für 10,40 Euro. Zwar eine lange Quote, aber für mich eine Top-Chance im Rennen mit der Eins. Der Start aus Beckingen von Uwe Schwinden. Für mich auf jeden Fall vorne mit dabei. Zweites Pferd. Schauen wir auf Sasek Solo von Regine Weißmeier mit Esther Ruth, der Tochter. Fährt ist im Winter prima in Form. Haben einige gute Ergebnisse gesehen. Man war hinter Hotana zuletzt, die auch heute gewettet ist, die heute zum Hattrick ausholen will. Dazu gleich mehr. Die sieben von Mareike Bär. Sasek Solo aber immerhin heute 3,5 Kilo besser vom Gewicht, als Hotana zuletzt gewonnen hat. War der Abstand genau. Schauen wir mal eben rein. Zwei, drei Viertel Länge. Also da hatte man die Niederlage. Keine Chance gehabt. Aber man steht dreieinhalb Kilo günstiger heute. Sasek Solo will heute die Partie drehen gegen Hotana. Also die Auswahl zunächst. Die Eins von mir, die Zehn und Hotana holt zum Hattrick aus. Aber kann eine siebenjährige Stute einen Hattrick schaffen? Klar geht das. Musst heute nur gewinnen. Infos weiter zu diesem Thema aus dem Führing mit Steffi und Thorsten. Dankeschön. Und meine Interviewpartnerin ist schon auf dem Weg. Und ich kann Ihnen sagen, Körpersprache ist alles. Sie freut sich wie ein junges Frühlingsreeh. Ist sie auf dem Weg zu mir? Moin Nadine. Geht's dir gut? Ja. Guten Morgen. Ganz ehrlich, der Sieg gerade eben. Da darf ich nochmal gratulieren. Dankeschön. Habt ihr damit so gerechnet? Oder der ein oder andere Wetter ist überrascht worden? Ja, wir haben darauf gewartet, dass es endlich funktioniert und gewinnt. Dass es wieder losgeht mit den Fuhrmann-Treffern. Jetzt muss man ja sagen, ihr habt ganz viele in diesem dritten Rennen. Vielleicht gibt es uns mal so eine persönliche Rangliste. Also wen beachten wir wie? Oh, wen haben wir? Wir könnten ja mal beginnen, wenn wir mal jetzt kurz drauf schauen auf zum Beispiel Bombay's Charm. Bombay's Charm hat heute den Champ im Sattel und wir gucken. Also wir gucken heißt, ihr wisst es selber nicht? Nein. Okay, dann lassen wir uns da mal überraschen. Pusher darf auch gleich nochmal ans Mikro kommen. Dann wollen wir natürlich gleich mal weitermachen und zwar mit Gabriela Laura, neuer Mann im Sattel. Da wisst ihr natürlich auch noch nicht, was auf euch zukommt. Wie geht's dem Pferd? Dem Pferd geht's super. Ist gut drauf. Das heißt, mit diesen äußeren Bedingungen genau das Wetter oder wissen wir nicht? Das wissen wir auch nicht. Auch da noch ein bisschen Fragezeichen. Ich sehe Frank schon zu Hause auf der Couch, wie er gerade schmunzelt. So, Jungle Spirit, das ist eine richtig hohe Quote. Macht es das mit Cecilia? Ja, ich denke schon. Oh, das ist eine klare Aussage. Burjan darf mal zu uns kommen. Burjan, du und Steffi, ihr zwei macht das nächste Interview. Nadine, vielen, vielen Dank. Ihr zwei kommt zu mir. Burjan, so viel Zeit muss sein. Geht's dir gut? Moin. Moin. Guten Morgen alles zusammen. Hast du dich gut eingelebt in Köln? Ja, alles schön. Ich bin schon drei Wochen da und alles zufrieden. Sehr gut. Burjan Buzerbaev ist nämlich gewechselt und zwar vom Quartier von Andreas Wöhler ans Quartier von Peter Schirkenstahl, Asterblüte. Und damit habe ich Steffi schon die erste Frage weggenommen. Aber Steffi wäre nicht. Steffi, wenn sie nicht noch drei, vier, fünf andere hätte, ich reiche es rüber. Witzigerweise hat er eben noch gesagt, er möchte kein Interview machen, weil er sagt, sein Deutsch ist nicht gut, aber es ist noch super. Burjan, sag mal, vor drei Wochen bist du hier zurück nach Deutschland gekommen. In Deutschland war kalt. Wie kalt ist zu Hause? Ja, zu Hause ist die ganze Zeit kalt. Ich komme, sage ich, jetzt bessere Wetter, aber ich komme zurück und wieder in Deutschland auch kalt geworden. Aber geht alles jetzt super Wetter. Und ein bisschen warme, dann ist alles toll. Jetzt kommt langsam anfangen. Und wie ist das Team bei Peter Schirken? Hast du schon Freunde? Alles gut. Ja, es ist ein gutes Team und gut arbeiten. Hoffentlich weiter so geht. Okay, eine letzte Frage. Dieses Jahr erste Gruppe einzig? Ja, hoffentlich. Mehr Gruppe einzig. Alles klar, danke schön, heißen Bein. Das war's schon. Wir geben erst mal wieder an Thorsten. Bitte schön. Danke, das ist ein ewiges Hin und Her. Wir müssen mal darüber überlegen, ob wir nicht drei, vier, fünf Mikrofone uns zulegen. Aber da die Steffi nächsten Renntag das komplett ohne mich machen möchte, sie hat gesagt, du bist raus, dann bin ich halt raus. Dann macht sie das alleine. Dann brauchen wir nur noch ein Mikro. Deswegen muss ich jetzt nochmal die Chance nutzen. Uwe, moin, wie geht's dir? Moin, sehr gut. Dann lass uns mal über deine Pferde sprechen. Du hast ja bei uns auf Wetzta schon netterweise ein bisschen was aus deinem Stall quasi eins zu eins berichtet. Aber jetzt wollen wir natürlich die letzten Informationen abrufen. Maschiana, was kannst du uns sagen? Ja, die ist ja eben sehr gut drauf und die kennt gar keine schlechten Formen. Und die sollte auf jeden Fall im Endkampf sein. Also da muss in der Kombinationswette mit gerechnet werden. Auch direkt ruhig mal mit Siegwette probieren? Ich würde auf jeden Fall die Siegwette nicht auslassen. Das ist eine schöne Aussage. Und dann schauen wir logisch noch auf Warrior mit der Programm Nummer 4. Ja, bei dem finden wir leider in Dortmund nicht die Idealdistanz. So 14, 1500 wäre besser. Aber die 1700 sind dann schon wieder zu weit. Und am Ende wird er wohl in den letzten Regionen irgendwo liegen und dann versuchen mit Speed zu kommen. Uwe, dann nutze ich jetzt nochmal die Chance auch für die Zuschauer, die in diesem Jahr noch frisch dazugekommen sind. Wie groß ist dein Trainingsquartier aktuell? Im Moment habe ich 20 Pferde im Training. Das ist, sage ich mal, schon sehr anständig, aber natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit Andreas Wöhler, Peter Schirken und so weiter. Wenn du so viele Pferde wie heute dabei hast, wie bringt ihr die alle hierher? Ein großer Transporter oder wie läuft es? Ein großer Transporter. Und ist dann der eigene? Jawohl. So muss das sein. Und dann ist man auch entspannt. Uwe ist heute so entspannt, den kann ich gar nicht mehr rauslocken. Insofern Frühlingsgefühle? Natürlich. Also dann gehe ich jetzt weg. Hals und Bein, gell? Also Pan, der darf jetzt übernehmen. Wir haben noch ein Pferd hier im Führing und das ist die Programm Nummer 3. Aber auch Montsang wird jetzt mit Lili Marekengels gleich diesen wunderbaren Führing hier verlassen. Wir können sie nochmal schnell einfangen. Und dann, lieber Pan, nutze die Chance. Stell uns nochmal die Formen von allen Kandidaten vor, die dir so ins Auge fallen. Lili, du hörst uns? Liebe Lili, auf Montsang. Lili, wink mal einmal in die Kamera. Die hört uns gar nicht. Schau, die ist hier voll am Diskutieren und ignoriert mich. Jetzt wissen sie auch, wie ich auf Frauen wirke. Unglaublich. Genau so. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Pan. Ja, sie war ja mit Montsang zuletzt ja auch platziert. Und das Pferd hat mal wieder eine gute Form gezeigt. Der Starter von Janine Beckmann aus Versmold. Und da ist natürlich Konzentration gefragt. 13,20 Euro Montsang. Ein Pferd, was sie in die Dreierwette immer einbauen sollten. Man hatte zuletzt ein bisschen Rückstand hinter Hotthana und Sussexfolo. Das sind ja riesige Formpferde. Aber Montsang als Dritter blieb sogar vor Decke den Times und war wirklich stark dabei. Und Lili, Marie Engels ist auch heute wieder im Sattel. Also Montsang, auch ein Pferd, wichtig für die Kombinationswetten, die Startnummer 3. Die 1-Machianer, wir haben da eben mitgehört bei Uwe Schwinn. Der stärkere Starter vermeintlich aus dem Beckinger Quartier. Und während des Gesprächs ist die Quote von über 9 Euro runtergeschmolzen, sozusagen auf 5,80 Euro angekommen. Die Form ist stark. Trainer meinte auch, das Pferd sehr konstant. Die Strecke, die man heute in Angriff nimmt, ist die Siegstrecke vom Dezember. Und Schuichi Teraci mit 5 Kilo runter ist natürlich hier mit dieser guten Chance unterwegs. Also da 5,80 Euro, stark reduzierte Quote in den letzten Minuten. Hotthana aber holt zum Headtrick aus. Start aus Warendorf von Mareike Bär. Die 7-Jährige konnte ja zwei Siege feiern in den letzten beiden Rennen. Man war vor Sussex Solo vor der 10. Das ist auch ein guter Starter in diesem Winter von Regine Weißmeier, der allerdings heute auch günstiger steht. 3,5 Kilo günstiger zu Tortana. Da kann die 10 mal den Spieß drehen. Quote bei 4,60 Euro für Sussex Solo. Ja, vom Rest, wen kann man noch empfehlen? Also Decadent Times ist ja im Moment so ein bisschen unterwegs wie eine Spardose. Immer Platzgelder werden gesammelt. Starter von Petra Blumenauer im Besitz von Michel Blumenauer. Ein Familienpferd also mit Josef Beuko. Und sollte auch wieder heute zumindest auf die Platzränge laufen können. Hätte aber auch mal einen Treffer verdient, würde ich mal sagen. Ist ja Bahn- und Distanzjäger hier auch. Dieser 7-Jährige Decadent Times für 10 Euro. Auch der ist für meine Kombi-Wetten auf jeden Fall sehr interessant. Also die Auswahl von mir. Habe auch längere dabei von Toto her. Das ist wichtig. Also die 1, Masciana. So stark gewettet in den letzten 5 Minuten von über 9 Euro auf 5,60. Favorit bleibt aber die 7. Hortana, die den 3. Sieg hintereinander möchte mit Sean Byrne. Dann die 10. Sussex Solo 4,40 Euro. Günstiger heute gegen Hortana vom Gewicht, wie besprochen. Sehr interessant finde ich Montesenk auch für 13,80 Euro nach dem starken Ansatz. Und sehr interessant auch Decadent Times zumindest für den zweiten, dritten, vierten Platz hier in dieser Prüfung. Wünsche Ihnen jetzt für Ihre Wetten, Hals und Bein, ganz klar. Vier Minuten haben wir noch. Und melde mich gleich wieder, wenn die Pferde einrücken. In die Boxen. Vier Minuten haben wir noch. So Hinweis nochmal wichtig natürlich die Kappen bei den drei Stahl-Blue-Sky-Pferden. Da ist die Nummer 5 mit Borsan Musabaev mit dem Champion der letzten beiden Jahre. So viele Siege da geritten. Alleine 111, 2019 und 2020. 119 Sieg-Ritte der Borsan Musabaev. Und der hat hier die Orgenal-Kappe in blau-orange bei der 5 Wobbys Charme. Dann Gabriela Laura, Orange-Kappe, die 8 mit Hugo, Miguel, Tavares, Oliveira. Ja, und Cecilia Müller hat dieselbe Kappe auf wie eben im zweiten Rennen. In dieser hellblauen Kappe. Jungle Spirit, die Elf. Cecilia Müller. Lang, lang die Quote. 26,40 Euro. Pferde rücken gleich ein. In die Boxen. Käんな, lang die Quote. Vielen Dank. 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 Warrior wird folgen. Decade Times muss hinein. Sussex Solo ist außerhalb. Gabriela Laura, Bobbi's Charm, Monte Senk noch draußen. Herein geht jetzt das Sex Solo. Die letzten also hier, Monte Senk, Bobbi's Charm und Gabriela Laura. Bobbi's Charm geht hinein. Monte Senk kommt heran. Monte Senk kommt heran mit Lili-Marie Engels. Er war sehr schnell mit Decade times dabei. Und da sind die Pferde jetzt in der Zielgeraden angelangt. Und vorne, da haben wir jetzt Gabriela Laura innen. Gabriela Laura nimmt jetzt die Spitze. Gabriela Laura, aber dahinter kommt Hotana bereits. Hotana holt zum Hattrick aus, übernimmt die Spitze, hat jetzt das Kommando genommen. Dahinter zeigt sich noch einmal Jungle Spirit, aber die Spitze, die hat hier Hotana. Hotana hat sich abgesetzt, Manometer als Siebenjähriger in Hattrick hinzulegen. Das ist nicht so einfach, aber sie packte es. Hotana für Marijke Bär mit Sean Byrne. Holt sich hier den Sieg vor Jungle Spirit auf dem zweiten Platz. Bobbi's Charm, dritter mit dem Champion. Borsan Musabaev, dann Maschiana, vierte vor Sussex Solo in fünfter Position. Von Montesenk, dann Betsy Cohen, Decadent Times, Gabriela Laura, Katie Bouquet und Warrior. Vielen Dank. Der vorläufige Richterspruch aus dem dritten Rennen liegt vor. Es siegte die Sieben, Hotana, auf dem zweiten Platz die Elf Jungle Spirit, drittes Pferd, die Fünf, Bobbi's Charm, vierter Platz die Eins, Maschiana und fünfter die Zehn, Sussex Solo. Vorläufig sieben, elf, fünf, eins und zehn. Ja, Hotana, tatsächlich bringt die Siebenjährige es fertig, einen Hattrick hinzulegen. Es war der sechste Sieg der Lifetime. Fährt in den Besitz von Christine Dohle, wird von Marijke Bär vorbereitet in Warendorf. Und die Siegreiter-Chance, die hat wieder genutzt, der Fünf-Kilo-Mann, Sean Byrne. Und jetzt beim Interview auf dem Geläuf. Sean, congratulations. Did you know that you would win? Ah, yeah. No, not really. Look, because of the snow last week, they were all going steady in the work. And look, we just ran her because she was fresh. And look, this is her third time winning here. So look, we're very thankful of her. and she's just a such a nice filly. Yeah, another topic. You had three weeks or four weeks to practice. When are we going to do your first interview in German? Oh, uh, sometime this year, I'd say. Sometime this year, alles klar. Okay, gut gehen. Dankeschön. Gerne. Ja, ich hab ihn gefragt, ob er denn vorher schon wusste, ob die Stute das Rennen gewinnen wird. Er hat gesagt, er war sich da nicht sicher, weil vor allen Dingen auch in Warendorf, wo das Pferd trainiert wird, war viel Schnee. Der Trainer hat das Pferd laufen lassen, weil es sich frisch angefühlt hat und genauso gut ist er heute gelaufen. Das war sein dritter Sieg. Ich hab ihn auch gefragt, ob wir denn das erste Interview in Deutsch machen könnten. Ja, da war er sich noch nicht ganz klar, aber er sagte irgendwann dieses Jahr. Und mit den Worten gebe ich ihm ab wieder an Pan nach oben für die Rennanalyse. Ja, wir blicken jetzt auf das Rennen, was natürlich wieder ganz klar bei diesen berühmten 1200-Meter-Rennen schnell angegangen worden war. Ja, zunächst mal in Gabriela Laura, einer der drei Blue-Sky-Pferde aus Möser beim Akku. Kurmann Decke, den Times war schnell dabei. Außen Jungle Spirit, zum Schluss zweiter Platz. Und da hatte er das Interview im Führing Aufschluss gegeben. Die Quote ganz lang, aber dabei sein mit Cecilia Müller. Und das war auch der zweite Platz. Hier unterwegs aus dem Vordertreffen. Und dann kam sie, da kam die Hot Hanna, die heiße Hanna und erholt hier den Sieg. Früh schon die Weichen auf Sieg gestellt mit Sean Byrne im Sattel. Also wirklich ein toller Treffer. Dreimal hintereinander als siebenjährige Stute zu gewinnen. Das passiert auch nicht alle Tage. Konnte sich hier locker befreien von den Gegnern und den Hattrick perfekt machen. Drei also. Ong Sweet jetzt gewonnen und stark. Jungle Spirit, kurze Mann, Schwäche im Moment gehabt, Ausgangs des Bogens. Kam aber mit Cecilia Müller wieder. Sichert sich den zweiten Platz. Und der Champion ist da. Murza Busabaev mit dem dritten Rang. Borsan Busabaev, genannt ja Murza von seinen Freunden und Kollegen. Also der holt den dritten Platz. Und das war mal wieder ein Ritt vom Champion. Also Bobbys Charme wird dritter. Da haben wir also zwei Pferde von Frank Fuhrmann, die hier zweiter, dritter sind. Hinter Hot Hanna gefeiert, sicherlich gleich ganz groß. Großer Bahnhof im Absattelring bei der Siegerehrung. Großer Bahnhof im Absattelring bei der Siegerehrung. Großer Bahnhof im Absattelring bei der Siegerehrung. So, und bevor wir einmal zur Siegerehrung kommen, bin ich hier gerade noch mit Erwin Hintzmann. Erwin, du vertrittst hier heute Frau Bär? Ja, genau. Und ich kann jetzt mal so sagen, meine Mutter, die trainiert ja ungefähr in der gleichen Region. Wir kommen beide aus dem Kreis Warndorf. Bei uns war der Schnee also eher schon blizzardmäßig. Wie war es bei euch so angefühlt, die zehn Kilometer weiter? Ja, da war genauso. Da war ja halber Meter Schnee bei uns. Ja, und da haben wir die Woche ein bisschen in der Halle, nur ein bisschen bewegt. Und da kamen die uns in der Halle so frisch vor. Da haben wir gesagt, wir müssen mal ein bisschen im Schnee galoppieren. Und dann sind wir ein bisschen im Schnee Samstag, Sonntag galoppiert. Da müssen sie auch genug arbeiten dabei. Und das sah man ja heute, du hattest ja auch genug Luft gehabt. Ja, da hat er mich schon die Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich sagen, wie könntet ihr da trainieren? Wie kommt es nämlich nicht gut machen? Da haben wir gesehen, wie gut das klappt. Ein bisschen Halle, ein bisschen draußen im Schnee. Unsere Vollbüter haben die Abwechslung, kriegen die Abwechslung. Und wie sie es einem danken, das sieht man hier mit drei Treffern hintereinander. Und wir schauen jetzt mal, ob wir gleich schon fertig sind zur Siegerehrung für das dritte Rennen hier. Kommt noch jemand, oder? Dankeschön für die Infos, liebe Steffi. Und wir genießen einfach noch so ein bisschen die wehenden Fahnen hier an diesem Frühlingstag. Gefühlt haben alle schon ihre Jacken ausgezogen. Aber, was ich gut finde, jeder ist noch unterwegs mit seinen Masken, seien es die medizinischen oder die FFP2. Genauso wie es der Rennverein hier in Dortmund vorschreibt. Wichtig für Sie, nach diesem wunderbaren Hot Hanna Sieg gerade mit der Sieben, dass wir jetzt zur Viererwette kommen. Natürlich auch gleich noch die Siegerehrung, ist ja ganz klar. Aber diese Viererwette, da muss man natürlich auch ein bisschen Vorbereitungszeit haben. Die nehmen Sie sich jetzt bitte. Powered bei Wettstar, 12.000 Euro Garantieauszahlung. Und zwölf Kandidaten, die hier am Ablauf sind. Philipp Riedmüller, der ist schon bereit zur Siegerehrung für das Orchestra of St. Lux Rennen. Aber wir müssen natürlich auch noch auf denjenigen warten, der sich dieses Rennen geschnappt hat, nämlich Sean Byrne. Das hat er wieder mal richtig anständig gemacht. Und viele fragen sich, Steffi, dein Englisch so gut kommt woher? Du hast, glaube ich, auch ein bisschen im Ausland verbracht. Ja, bevor ich Abitur gemacht habe, war ich für elf Monate in Minnesota. Minnesota, da kommt man nicht so unbedingt hin, wenn man so die klassischen Urlaubsdestinationen sich mal anschaut. Also Kalifornien, Florida, das, glaube ich, kennen doch die meisten. Was ist das Besondere an Minnesota? Es ist, ah, kalt. Im Winter hatten wir zwischendurch minus 30, minus 40 Grad. Im Sommer sehr schwül, aber obwohl es nicht so bekannt ist als Urlaubsziel, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Da wird auch der Start der 100 Seen genannt. Es gibt super viel schöne Teiche, Riesenseen, wo man im Sommer seine Zeit verbringen kann. Also, wer mal irgendwo hin möchte, ab nach Minnesota. Und das Schöne ist, dass es natürlich, ja, das war jetzt fast so, als würdest du für die Tourismusbehörde in Minnesota arbeiten. Aber nein, man hört, glaube ich, die Begeisterung raus. Und das Schöne ist, in den Vereinigten Staaten natürlich auch der Galopp-Rennsport. Unglaublich populär. Es gibt so Renntage, da ist gefühlt niemand. Aber dann gibt es auch diese Renntage, wo dann 120.000 Menschen zuschauen. Ja, was ganz cool war, ich habe selber mit einer Familie zusammengewohnt, die Einstallerpferde hatten. Und da habe ich eine gute Freundschaft geschossen mit Leuten, die selbst auch Ex-Kalopper hatten. Wir sind dann mal nach Kentucky in Urlaub gefahren. Und da hatten wir die Gelegenheit, morgens früh American Pharoah vor seinem Triple Crown Sieg kentern zu sehen. Das war ein Erlebnis für sich. Das war super cool. Das wurde da unglaublich riesig publiziert. Das war echt ein Erlebnis da. Und die Gestüter haben wir uns auch angeschaut. Das ist echt unglaublich. Eine ganz andere Hausnummer. Ja, da kommen wir wieder hin. Philipp Riedmüller steht bereit. Das ist der Mann, der jetzt das Siegerfoto in Händen hält mit einem tollen Schimmel drauf. Da gibt es ein bisschen was Flüssiges zum Anstoßen. Orchestra of St. Luke's Rennen, meine Damen und Herren. 1200 Meter. Herzlichen Glückwunsch an die Sieben. Hort Herner hat sich hier nämlich durchgesetzt. Das ist die siebenjährige Helvelin aus der Toy Top. Und wir gratulieren natürlich Frau Dohle sehr herzlich. Mareke Bär, die Trainerin und Sean Byrne, der Siegreiter. Also da kann jetzt schon mal gefeiert werden. Und Sie sehen ja auch immer, wie die Jockeys dann ratzfatz wieder weg sind. Das liegt daran, dass da natürlich das nächste Rennen auch schon wieder die Schatten vorauswirft. Sean Byrne wird da mit Zalinki, der Programm Nummer zwei, unterwegs sein. Hier der endgültige Einlauf mit Pan. Endgültiger Richterspruch. Drittes Rennen liegt vor. Es siegt die sieben Hort Hanna. Zweites fährt die elf Jungle Spirit. Dritter Platz, die fünf. Bobby's Charm, die eins. Platz vier war Masciana. Fünfter, die zehn. Sasek Solo. Sechster war die drei. Monte Senk. Hort Hanna gewann leicht mit zweieinhalb Längen. Weitere Abstände. Ein Dreiviertel, zweieinhalb und ein Dreiviertel. Und die Zeit der Siegerin. Eine Minute, 18,61 Sekunden. Die Quoten, Hort Hanna, die sieben zahlt auf Sieg, 4,50 Euro. Die Platzquoten, 2,20 Euro. 7,70 Euro. Stramme Quote für Jungle Spirit mit Cecilia Müller auf Platz. Und die fünf, Bobby's Charm, zahlt 4,10 Euro mit dem Champion Reiter, mit Borgia Musabaev. Dann haben wir Zweierwette, 7,11, 191,50 Euro. Die Dreierwette wurde nicht getroffen. Ein Jackpot kommt zustande bei der Dreierwette, das ist der Hinweis. Und die Zwei-aus-Vier-Wette zahlt 3,80 Euro. Danke schön, Pan. Die Kandidaten fürs nächste Rennen, für dieses Viererwettrennen, die sind jetzt hier schon am Sattelplatz. Einige sind gesattelt angekommen, so wie wir das schon aus dem Jahr 2020 sehr, sehr häufig kennen. Und andere, die werden jetzt gleich noch gesappelt. Und deswegen wollen wir Ihnen jetzt mal in aller Ruhe dieses Viererwettrennen präsentieren. Es geht um eine Garantieauszahlung in Höhe von 12.000 Euro. Die Wettchance des Tages also über die 1700 Meter. Und das Starterfeld für Sie. Wir haben Knight Rider mit der Programm Nummer 1. Wir haben Zalinki mit der 2. Oriental Princess trägt die 3. Nero D'Avolo die 4. Gio Londa mit der Programm Nummer 5. Ice Club, der hat die Startnummer 6 auf der Satteldecke. I love Shadows mit der 7. Hippocrine die 8. Imbucato ist die Nummer 9. Dann hätten wir Jack Bloin mit der Programm Nummer 10. Matilda Bay mit der 11. Und wir hätten Patronus noch als Startnummer 12. Ein Zwölferfeld mit 12.000 Euro. Garantieauszahlung. Die Wettchance des Tages, die Viererwette, die Königsklasse für alle Wetterinnen und Wetter. Und wir drücken Ihnen jetzt natürlich die Daumen, dass Sie sich für die richtigen Pferde entscheiden hier in diesem Ausgleich 4. Vierge und ältere Pferde sind zugelassen. Und wenn wir dann auch gleich den einen oder anderen zum Interview haben, können wir Ihnen da nochmal die neuesten Informationen nach Hause liefern. Patronus, vielleicht hast du für uns schon mal die ersten 3, 4 Kandidaten. Lass dir ruhig Zeit, weil hier im Führing stehen wir fast noch allein. Ja, ihr werdet sicherlich den einen oder anderen Gesprächspartner finden. Aber jetzt die Vorschau von mir für die Viererwette. Wir wollen die Viererwette treffen. Sie wissen, man kann in 50 Cent in der Reihenfolge schon eine Viererwette tätigen. Man kann ein Stellpferd verwenden. Schauen Sie auch in die Sportwelt. Das ist das Fachorgan für die Rennen in Deutschland und auch international kann man da einiges erkennen. Frankreich und andere Länder werden auch beleuchtet. Aber jetzt die deutsche Viererwette für Dortmund und die Redaktion da mit Guido Göbel, Jörg Humburg, Thomas Adam zum Beispiel heute in der Ausgabe. Die haben schon ein paar tolle Tipps dahin gelegt. Und da bin ich auch bei den beiden. Wenn ich die Viererwette mit höherem Einsatz sehe, da haben wir nämlich zwei Pferde, die man stellen kann. Zalinci und Oriental Princess. Die sind jetzt am Toto auch klar gewettet. Okay, das ist eben so. Weil die beiden haben ja auch richtig Form. Und viele sind hier dabei, die wenig Form mitbringen. Deswegen muss man sich wirklich, ich bin ja auch ein Freund von Außenseitern, hier aber mal auf die gewetteten Pferde konzentrieren. Denn Zalinci war zweimal mit dem zweiten Rang unterwegs. Einmal bei tiefer Bahn auf Gras, aber auch auf der Sandbahn zuletzt hinter dem Überraschungssieger Rainmaker, der als Riesenaußenseiter gewann. War der zweite Platz aber in Ordnung. Da konnte man nichts machen gegen diesen Rainmaker. Der zweite Platz ist aber möglich gewesen. Ja, das Pferd ist mal fällig. Die Vierjährige ist eine der jüngsten Pferde im Feld in den Farben von Gordon Flügge. Zalinci mit Sean Byrne, der er heute schon gewonnen hat. Das dritte Rennen ja eben. Hier in Dortmund konnte er sich für Mareike Bär holen mit Hotana. Also Sean Byrne mit guten Chancen. Zalinci, Oriental Princess, kommt aus einem absoluten Formstall von Elfie Schnarkenberg aus Bremen. Auch 5 Kilo Erlaubnis. Der reitet die 5-Jährige, die prima Form hat, auch in diesem Winter schon gewonnen hat, genau zweimal. Anschließend wieder platziert und zwar hinter wem? Hinter Taurus und der hat ja heute wieder gewonnen. Da ist die Form doch sehr aufgewertet von Oriental Princess. Also die drei auch ein Pferd mit Topchancen. Also Thorsten und Steffi, es ist in diesem Rennen, weil ja viele Außenseiter ohne Form laufen, eigentlich Pflicht, eigentlich für die ersten vier Plätze beide als Stellpferd festzusetzen. Wo auch immer nun, ob dem ersten, zweiten, dritten Platz beide oder auf dem vierten auch mal Zalinci, Oriental Princess. Also das muss doch klappen und dann natürlich ein paar längere Quoten dazu drumherum kombinieren. Von mir auch da gleich noch ein Hinweis, vielleicht auch Fuhrmannpferde interessant. War ja heute schon einmal Sieger und einmal mit einem langen Pferd platziert, der Trainer aus Möser. Vielleicht sollte man die auch einbauen in die Wetten. Aber Zalinci, Oriental Princess sind wirklich Stellpferde für dieses Rennen. Da führt kein Weg eigentlich dran vorbei. Also bin ich mir sicher, dass die hier beide 1, 2, 3, 4 sind. Wo nun genau, auf welchem Platz, da bin ich natürlich auch kein Hellseher. Vielleicht ist Thorsten ja ein Hellseher und kann mir sagen, wo landen die beiden genau, Zalinci und Oriental Princess. Ich sagte ja eins, wenn ich Hellseher wäre, dann würden wir jetzt gerade nicht sprechen, weil dann wäre ich auf irgendeiner wunderbaren karibischen Insel, die mir gehören würde, mit eigener Jacht davor. Aber gut, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht gelingt mir jetzt hier der Treffer in der Viererwette. Christoph Holzspach ist bei mir. Christoph, wo ist deine Frau? Bei ihrem Pferd. Die möchte das schöne Wetter besser dort verbringen. Da muss man ein bisschen dann auch ins Detail gehen. Das heißt, was hat sie privat? Geht es dann in Richtung Dressur oder Springreiten? Dressur, ja. Die sind jetzt auch kurz vorm ersten Turnier und deshalb ist der Fokus dahin gerichtet. Das ist doch auch schön, wenn man dann quasi alles miteinander verbinden kann. Du bist da, du bist für Knight Rider jetzt extra angereist, hast vorhin schon ein bisschen Stress gehabt. Mittlerweile ist das Jackett ausgezogen, ist unglaublich warm. Was sagt dein Bauchgefühl zu dem Rennen? Ja, ich sage mal, größere Siegstanz habe ich mir eigentlich bei Lex Luce am zweiten Rennen erwartet. Knight Rider ist so eine Wundertüte weiterhin. Wenn der will, dann kann der sowas sicherlich gewinnen. Aber der ist ein bisschen launisch und demnach schauen wir uns das einfach mal an. Hast du mit Trainer und Trainerin schon gesprochen? Ja, Knight Rider, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber er sieht immer blendend aus, ganzjährig. Es ist halt wirklich tief bei dem so eine Kopfsache und Lustsache und er hat wirklich einen eigenen Charakter. Aber Trainer sind natürlich, dadurch, dass er gut durch den Winter gekommen ist, auch optimistisch. Klar, wir hatten natürlich jetzt diese Schneepause und Eispause und alles, aber das hatten die meisten anderen auch. Und dann schauen wir mal, wo da die Reise endet heute. Dann drücken wir dir fest die Daumen. Die Jockeys sitzen jetzt auch gerade auf, sie werden es auch im Bild sehen. Das heißt, so allmählich drängt jetzt die Zeit. Da kommt Knight Rider auch noch mal extra an dir vorbei. Lieber Christoph, kannst du noch mal draufschauen, Hals und Bein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Starter, die jetzt hier den Führing gleich verlassen werden. Stefan, ich versuche noch mal ein, zwei Stimmen einzufangen. Pan, hast du noch mal vielleicht irgendeinen, wo du sagst, der könnte es vielleicht werden? Ja, ich habe jetzt auch noch die Fuhrmannpferde im Blick. Wir hatten ja vorhin, wie gesagt, einen Sieger und einen Platzierten schon im Folgerennen, beide mit Cecilia Müller. Und da kann sicherlich auch einer von diesen Startern, sind ja einige wieder, wie Nero de Avolo, Isle of Shadows und auch Matilda Bay, die allerdings noch sieglos ist bei vielen Versuchen. Aber zumindest mal in die Viererwette laufen. Die Fuhrmannpferde würde ich hier nicht auslassen in diesem Rennen. Aber Stellpferde, auf jeden Fall Zalinci, Oriental Princess, aber auch Knight Rider nimmt man mit. Wir haben ja eben den Besitzer gehört, Christoph Holzbach. Trainer hat übrigens gesagt, von Knight Rider die Strecke sollte ihm liegen. Das sagte Hans-Albert Blume beim Gespräch mit der Sportwelt. Und wir haben ja den Reiter Hugo Miguel Tavares-Olivera an Bord. Die Eins nimmt man natürlich auch mit in die Viererwette. Danke dir, Pan. Jetzt wollen wir schnell nochmal mit Joachim Weißmeyer sprechen, denn der hat natürlich für seine Frau hier Gio Donner betreut. Gio Donner, was können wir da erwarten? Wir sind zufrieden, wenn wir ins Geld laufen. Es sind hier drei Pferde drin, die wir wahrscheinlich schwer schlagen können. Startbox Eins, das mag vielleicht ganz gut sein, kommt es darauf an, wie sie sich verhält, bis sie alle geladen haben, weil die Stute ja etwas nervös ist. Und dann werden wir sehen, wir haben eigentlich gut im Winter jetzt gearbeitet. Wir haben eine schöne Halle zum Reiten. Von der Seite her war ich jetzt enttäuscht über das Laufen davor von Sasek Solo. Dann kann die Stute jetzt eigentlich für mich nur überraschen. Also in dem Fall drückt mir die Daumen. Du hast gerade gesagt, drei Pferde davor. Welche drei sind das? Ja, Start Nummer eins, zwei, drei, die sind da so schwer zu schlagen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist nicht euer einziger Starter, der heute noch ansteht. Ihr habt gleich noch einen weiteren, nämlich Luro. Auch da wird Easter reiten. Was können wir da erwarten im nächsten? Ja, ich sehe das mal ganz, das Ganze bei Lurus Sicht ist mathematisch. Er war Achter, er war Vierter, er war Zweiter. Was kommt dann heute? Dann wissen wir es. Okay, ja, so kann man es auch machen. Danke dir. Halt zum Bein jetzt in diesem Viererwettrennen. Und jetzt sind sie gefragt. Auf geht's. Die Königswette, habe ich gesagt. Die Viererwette mit 12.000 Euro Garantieauszahlung. Wetten ist da Pflicht, natürlich auch, um dem Rennverein hier in Dortmund ein bisschen unter die Arme zu greifen. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn man dann auch noch gewinnt, was will man mehr? Also ich drücke Ihnen die Daumen, Steffi drückt Ihnen die Daumen und dann gehen wir jetzt wieder ab an Pan. Der hat nämlich die Bilder vom Aufgalopp. Ja, da sehen wir nämlich die Pferde, Thorsten, beim Aufgalopp. Sie gehen zum Start. Es geht mit der Garantieauszahlung 12.000 Euro. Denken Sie ja, der Jackpot ist mit dabei von 2.000 Euro. Dieser vierte Start. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sie können eine Wette formulieren, komponieren. Ich rate Ihnen, natürlich können Sie selber entscheiden, müssen Sie ja auch. Nicht, dass ich dann schuld bin, wenn Sie nicht treffen. Aber man soll hier Salinci-Oriental-Princess, die muss man hier 1, 2, 3, 4 auf jeden Fall dabei haben als Stellpferde. Ob die jetzt beide 1, 2 sind, ob einer erster ist und der andere vierter oder dritter, das weiß ich nicht. Also mitnehmen in die Kombi. Da sollte man, wie besprochen, Knight Rider. Trainer meint, die weitere Strecke klappt. Sand kann das Pferd auch. Das haben wir auch gehört. Patronus, heute auf der besten Strecke unterwegs, habe ich eben noch mal kurz nachgelesen. Dann sagte Susanne Schwinn aus Honsrad, die Trainerin, also die 12, auch wenn lange Quote, keine Angst vor langen Quoten, mitnehmen in die Viererwette. Und dann alle drei Fuhrmannpferde dabei, auch wenn die Form nicht so top ist, würde ich machen. Isle of Shadows mitnehmen Nero de Avolo und Matilda Bay. Und dann habe ich einen Anfüger noch, nicht vergessen, Eisklapp. Heute wieder ein Versuch, es könnte der letzte erstmal sein für im Moment, sagte Sarah Jane Hellier aus Weilerswist. Auf Gras gefällt er mir besser im Moment, sagte die Trainerin. Und man probiert es heute über die 1700 Meter. Also den nehme ich auch mit, der ist, wenn er kommt, von hinten ja immer gefährlich, Eisklapp. Mit Enki Gambat kommt der Starter hier an den Ablauf. Also Hals und Bein für Ihre Wetten. Jetzt für Sie Gelegenheit, die Wette auszufüllen, den Wettschein also jetzt zu komponieren. Hals und Bein mit Ihren Wetten. Die Viererwette ist powered bei Wettstar. Dieser Ausgleich vier über 1700 Meter. Start in sechs Minuten. 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 Ein Hinweis für Vertreterin Rennstall Frank Fuhrmann bitte kommen Sie nach dem Rennen zur Waage die Vertreterin für den Rennstall von Frank Fuhrmann bitte nach dem Rennen zur Waage die Vertreterin Pferde gehen noch auf den Zirkel meine Damen und Herren für Rennen 4 mit der Viererwette über die 1700 Meter Distanz hat man eben noch mal die Rennfarben angeschaut und hier war es gar nicht nötig eine andere Kappe zu nehmen aber Cecilia hat es trotzdem getan sie hat wieder die hellblaue Kappe auf hier ist es ja nicht möglich oder nötig für den Style Blue Sky ja nur der eine Starter da hätte man auch normal diese blau-orange Kappe nehmen können aber das bringt wohl Mumm denke ich mal Cecilia Müller hat ja heute schon gewonnen mit dieser hellblauen Kappe mit Archie Sister am zweiten und war auch mit Jungle Spirit im dritten Rennen mit langer Quote platziert also sie hat diese Kappe auf jeden Fall jetzt wieder an obwohl es nicht nötig war die Kappe zu ändern müssen wir mal sehen was hier geht bei Isle of Shadows lange Quote 14,90 Euro geht gleich in die Boxen bis zum nächsten Mal 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 So, Hippocrine ist auch einer der langen Quoten. Ich habe da eben nochmal nachgeschlagen, weil die Pferde hier noch auf dem Zirkel gehen. Hippocrine bei 44,30 Euro. Denn da habe ich mich erinnert, wir hatten ja vorhin einen Treffer von Archie Sister. Der Februar ist immer ein guter Monat für Archie Sister. Und bei Hippocrine war das auch in den letzten Jahren öfter der Fall. Und das hat auch der Trainer Martin Schuh, sehe ich gerade nochmal in der Zusammenfassung bei der Sportwelt, auch nochmal betont, dass im Februar und März Hippocrine im Durchschnitt die besten Leistungen gezeigt hat. Also, letzter Hinweis, noch mitnehmen, wenn Sie möchten. Schwer ist es auf jeden Fall, das ist klar. Denn die Elfjährige hat keine Form, aber Hippocrine im Februar, März, in vielen Jahren, wirklich stammgelaufen. Auch in Neuss öfter, da haben wir auch öfter Hippocrine gesehen, aber auch hier in Dortmund. Geht in die Boxen jetzt, hinein. Toi, 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 für die Viererwette mit 12.000 Euro garantierter Auszahlung. Dann gehen die ersten Pferde in Startposition, da ist auch schon Zalinci flott eingerückt. Die nächsten Folgen. Die Außenbox hat Hippocrine beantragt und auch bekommen. Und da ist gerade bei der Nummer 5 Esther Ruth aus dem Sattel bei Joe Donner. Ja, aber jetzt wird sie wieder aufsitzen. Ja, es ist wieder geschehen. Sie ist im Sattel. Die letzten Pferde rücken ein. Joe Donner fehlt, Hippocrine fehlt. Der äußere Startplatz. Hippocrine geht hinein. Alle Pferde jetzt in den Boxen. Preis der Viererwette. Powered by Red Star. Pferde sind unterwegs und kommen in geschlossener Formation gleich am Ziel vorbei. Knight Rider ist an der Innenseite. Schneller Starter. Patronus in der zweiten Position. Oriental Princess. Nero de Avolo. Joe Donner in fünfter Position vor Jack Blaine. Zalinci. Imbiucato ist dahinter. Hippocrine an der Innenseite. Außen daneben ist Isle of Shadows. Dann sehen wir Ice Club und Matilda Bay am Schluss des Feldes. So geht das Zwölferfeld in die Gegenseite hinein. Zwei Längen Vorteil für die 1 Knight Rider. Der Starter von Hans Albert Blume in den Farben der Familie Holzbach. Dahinter innen Patronus. Oriental Princess. Nero de Avolo. Zalinci Platz 5 mit Joe Donner. Dann die Lücke zum siebten Pferd. Das ist aktuell Isle of Shadows vor Jack Blaine. Hippocrine. Ice Club. Imbiucato. Und letztes Pferd ist Matilda Bay. Ausgangs der Gegenseite. Knight Rider kann zulegen innen. Knight Rider. Patronus rückt jetzt heran. Dann Nero de Avolo ist dicht dabei. Zalinci meldet sich. Und hat hier Reserven optisch sieht das im Moment gut aus. Für Zalinci zumindest mal 1-2 zu sein in diesem Rennen. So geht es durch die Kurve. Dahinter ist Oriental Princess. Bedacht ebenfalls noch einmal etwas heranzukommen. Die Pferde nähern sich der Zielgraden bereits. Die wird in der Kürze erreicht sein. Und Zalinci kommt jetzt schön in Position. Knight Rider aber innen vorne. Knight Rider mit Zalinci außen daneben. Und so geht es in die Entscheidung jetzt hinein. Knight Rider mit Zalinci sind die Ersten. Dahinter bleibt in der Mitte der Bahn Patronus auch aktuell. Und außen kommt Isle of Shadows tatsächlich noch ins Rennen. Mit Cecilia Müller und dreht jetzt mal mächtig auf. Isle of Shadows mit Zalinci innen. Patronus mit Zalinci. Isle of Shadows Zalinci kommt. Isle of Shadows Zalinci. Isle of Shadows gewinnt vor Zalinci. Dann Patronus schon der Kampf noch. Dann war dem nächsten Rang Mathilde dabei. Und Neu Diavolo dahinter. Also heißer Kampf um Sieg und Plätze. Wir schauen gleich noch mal auf das Ergebnis vom vierten Rennen. Und das war wirklich ein heißes Rennen. Diese Viererwette heute hier in Dortmund. Dann bitte ich einmal den Bahnelektriker bitte zur Sprecherkabine. Der Bahnelektriker bitte zur Sprecherkabine. Und der Bahnelektriker bitte zur Sprecherkabine. Der vorläufige Richterspruch aus dem vierten Rennen liegt vor, es siegte die sieben Isle of Shadows, auf dem zweiten Platz die zwei Salinci, die zwölf Patronos hat den dritten Rang, vierter die fünf Jodonna und fünftes Pferd die elf Matilda Bay. Die vierer Wette also mit sieben, zwei, zwölf und fünf in dieser Reihenfolge und der fünfte Platz geht an die elf Matilda Bay. Ja, Cecilia Müller hat erneut zugeschlagen mit dieser hellblauen Kappe, das ist ja heute wirklich das Schmuckstück des Tages, das muss man wirklich sehen. Hier war kein Kappenwechsel erforderlich und da möchte ich gerne mal wissen, ob Cecilia mit Absicht jetzt diese hellblaue Kappe aufgesetzt hat. Wir gratulieren zum Sieg, zweiter Treffer Frank Fuhrmann für Stahl Blue Sky mit Cecilia Müller, jetzt im Gespräch bei Steffi. Ja, Cecilia, herzlichen Glückwunsch. Die erste Frage, die ich mal weiterleiten soll, hast du extra die hellblaue Kappe wieder aufgesetzt? Ja, da muss ich die nicht wechseln, ich habe ja alle vier Ritte für Fuhrmann und immer wieder dieselbe Farbe. Ja, das ist jetzt schon der zweite Sieg in den gleichen Farben. Bist du die mit den Frühlingsgefühlen oder sind es ja heute die Pferde des Rehners Fuhrmann? Ich glaube, das von uns beiden zusammen. Wir sind ein gutes Team. Endlich haben wir zwei gemeinsame Siege zusammen und ich danke dem Herrn Fuhrmann sehr. Das sind doch mal schöne Worte. Dann mach dich mal auf den Weg in den Absattelring. Vielen Dank. Ach du, Cecilia hat noch was zu sagen. Eine Sekunde. Und ich danke dem ganz tollen Team, dass sie jedes Mal nach hier nach Dortmund kommen und uns begreiten hier. Das sind meine liebe Worte. Genau, Nadine. Vielen Dank. Am Fürzüge ist nämlich die Nadine Fleischer. Die ist quasi die Reisefuttermeisterin des Trainer Fuhrmanns. Und mit den netten Worten gebe ich jetzt aber ab an Pan für die Rennanalyse. Und mit den Rennanalyse. So, wir sehen noch mal die Prüfung. Die Rennanalyse sind jetzt schon im zweiten Teil des Rennens. Hatte da eben noch was zu besprechen. Was Technisches. Also alles gelöst. Wieder alles in Ordnung mit dem Mikro. Wir hatten eben so eine kleine Störung. Also wir sehen hier die Endphase. Neidrider lange vorne. Hat dem Rennen seinen Stempel aufgesetzt. Dann aber die Attacke von Zalinci. Sie kam und Zalinci war dann auch zur Stelle. Dann an der Innenseite Patronus auf seiner Lieblingsdistanz. Der auch in der Wette war. Immerhin dritter dann zum Schluss. Der Starter von Susanne Schwinn. Ja, und dann kommt Cecilia Müller. Mit der Kappe. Mit der hellblauen. Mit Isle of Shadows. Und schauen Sie sich diesen Speed an. Also der Speed hat mich ein bisschen erinnert an das zweite Rennen, als Archie Sister gewonnen hat. Und hier außen der Vorteil. Zalinci aber hatte sich wirklich lange gewehrt. Sie lief wieder prima mit dem zweiten Platz. Man ist im Moment auf ITER programmiert. ITER heißt ja, wenn man Zweiter wird in den Wettarten. Und Zalinci, Sie sehen hier, die letzten Meter hält lange dagegen. Aber Cecilia Müller mit Isle of Shadows. Mit dem Treffer. Dann war es eng. Platz 3 geht an die 12. Patronus. Vierter Joe Donner. In der Viererwette, da wird sicherlich das Quartier von Regine Weißmeier zufrieden sein. Und die Nummer 11, Mathilda Bay, Platz 5. Also hier eine wieder lange Quote. Mal sehen, ob die Viererwette überhaupt getroffen ist. Wir werden nachher die Quoten betrachten. Also der zweite Treffer für Frank Fuhrmann, für den Stall Blue Sky und Cecilia Müller im Sattel. Schauen wir uns gleich mal an. Die Siegerehrung im Absattelring. Ja, und davor wollen wir Nadine natürlich auch nochmal zu Wort kommen lassen. Die hat gerade ein großes Komplimenten-Dankeschön bekommen von Cecilia. Nadine, das freut einen doch auch, oder? Ja, sehr. Dafür danken wir Sie auch. Und es gibt ja immer auch in den Rennstellen so gewisse Begrifflichkeiten. Die Damen und Herren, die morgens für die Pferde rausreiten. Und dann gibt es das sogenannte Bodenpersonal. Du bist aber, glaube ich, auch im Sattel, im Trainingssattel immer mit dabei, oder? Ja, richtig. Dann wollen wir doch jetzt mal bei I Love Shadows nachfragen. Wer hat denn I Love Shadows vorbereitet zu diesem Sieg? Ich. Dann wird sie nämlich ein bisschen roten, Yvonne auch. Also Gratulation im doppelten Sinn. Was zeichnet I Love Shadows aus? Sie ist in der Arbeit zu Hause ein bisschen schwierig. Stuten halt. Und ich versuche mich immer ein bisschen mit ihr zu arrangieren. Und hoffe, dass das alles immer gut klappt zu Hause. Und dann geht es auch im Rennen. Sehr gut. Ich gratuliere. Und Frank Becker hat noch eine Frage, liebe Nadine. Das heißt, einmal ganz kurz vielleicht mal da hinkommen. Ich mache das mal so. Wenn die Rennleitung eine Frage hat. Komm, die Rennleitung will einmal kurz dich sprechen. Wir führen das Pferd. Steffi führt das Pferd, ja. Und dann kriegen wir das hin. Und freuen uns natürlich auch gleich auf die Siegerehrung, die bei diesem Viererwettrennen in wenigen Augenblicken ansteht. Sie wissen, dass wir heute ja noch ein paar Rennen mehr auf dem Programm haben. Es sind insgesamt acht. Dadurch, dass ein Renntag ausgefallen ist, hat man hier in Dortmund beim Rennverein beschlossen. Werden heute noch mal zwei Rennen drangehängt. Und am nächsten Renntag dann natürlich ebenso. Ich drehe mich noch mal ganz kurz um. Andres Siegke steht schon bereit. Und ich kann ja mal fragen, ob er mit der... Was, ein Treffer haben wir schon? Ein Treffer in der Viererwette. Das heißt, da hat einer mit eher 13.000, 14.000 Euro abgeräumt. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Also irgendwo in Deutschland ist jetzt das Geschrei riesengroß gewesen. Und die Beteiligung, Herr Tietke, bei diesem Rennen der Viererwette war zufriedenstellend? Bitte? Die Beteiligung an der Viererwette war zufriedenstellend? Wir hatten den Umsatz, das einigermaßen gereicht hat, 18.000 circa. Das ist eigentlich ganz gut. Zeigt, dass das eine attraktive Wettart ist. Definitiv. Und es wird nicht zum letzten Mal gewesen sein, dass Sie heute richtig viel Geld hier gewinnen konnten in Dortmund. Denn es gibt ja noch so viele weitere Renntage. Nicht nur im Winter, sondern natürlich dann auch tolle Renntage im Sommer. Herr Tietke, wenn wir mal auf die Sommerrenntage schauen, wenn es auf der Grasbahn auch wieder losgeht. Da muss man jetzt einfach mal sagen, der Dortmunder Rennverein ist derjenige, der mit die meisten Rennveranstaltungen hat. Schrägstrich die meisten überhaupt. Wir haben die meisten überhaupt. Insbesondere nachdem Neues ausgefallen ist, haben wir jetzt ja quasi die gesamte Winterlast übernommen. Wir kommen in diesem Jahr irgendwo auf 18 Renntage. Das ist tatsächlich die meiste Leistung. Wobei wir im Sommer unsere vier bis fünf Renntage halten. Das ist aber auch für die Mitarbeiter mal ganz sinnvoll, dass die auch irgendwann ihren Jahresurlaub nehmen können. Ja, und im Sommer freuen wir uns dann auf Highlights, wie zum Beispiel St. Ledger, das als Klassiker hier entschieden wird. Interessanterweise, das können Sie jetzt gerade nicht sehen, Steffi Storff spritzt sogar noch den Sieger ab, beziehungsweise die Siegerin. Also da macht man hier einfach alles gemeinsam. Und jetzt wird dann hoffentlich Nadine auch gleich noch zusammen mit Cecilia bei der Siegerehrung dabei sein. Wir schauen mal einmal, ob Cecilia kommt. Sie kommt! Na also, heute hat sie richtig Stress. Das heißt, wir kommen zur Siegerehrung. Und der Einlauf also jetzt endgültig. Preis der Viererwetteport bei Wettstar. 12.000 Euro Garantieauszahlung. Steffi Storff hat als Frank Fuhrmann-Dubel heute schon brilliert. Können natürlich alle mit dazu. Ja, komm, mach mal hier eine Frauenrunde zusammen mit Andreas Tietke. Und wir gratulieren also jetzt sehr, sehr herzlich diesen tollen Treffer hier. Einlauf Shadows hat sich durchgesetzt, die 5-jährige Tamayus-Tochter aus der Safiya Song. Stahl Blue Sky, wie soll es anders sein? Trainer ist Frank Fuhrmann. Und Cecilia Müller hat auch heute einen richtig guten Tag erwischt. Steffi, Einlauf Shadows ist eine brave Stute. Ja, die habe ich sogar schon mal geführt. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal schnell abgenommen, abgespritzt. Das ist wichtig nach dem Rennen, vor allen Dingen jetzt an so einem warmen Tag, den Dreck runterzukriegen, mal ein Pferd ein bisschen frisch zu machen. Und das ist eine ganz liebe Stute. Die meisten Fuhrmann-Pferde sind alle ganz umgänglich. Man muss dazu sagen, du hast das vorhin auch mal interessanterweise im Interview einfließen lassen, diese Temperaturwechsel. Wir finden das klasse, wenn auf einmal wieder 20 Grad sind. Aber für die Pferde ist das eine echte Belastung. Also liebe Grüße an meine Familie zu Hause, die sich um meine Isländer kümmert. Mein alter Herr steckt das gar nicht gut weg. Der hat die letzten Tage massive Probleme gehabt. Kein Wunder, wenn es nachts dann minus zwei oder minus drei Grad hat und tagsüber 18 Grad. Also das ist schon ausgesprochen schwierig. Und insofern kann man hoffen, dass es hier und da ohne Kolik vonstatten geht. Das, glaube ich, kennen auch die Freizeitreiter unter uns, die vor allen Dingen vielleicht auch da ein bisschen ältere Pferde zu Hause im Stall haben. Wir warten noch auf den endgültigen Einlauf und natürlich auch die Endquoten. Nochmal kurz als Info für Sie, Steffi, es gibt zwei neue Kanäle bei Wetzlar. Und wer Lust hat, der klickt da einfach mal rein. Wenn Sie bei Wetzlar noch nicht registriert sind, dann wäre jetzt der Moment, es zu tun. Denn unter anderem ist auch der zweite IKIDIA-Channel mit dabei. Das heißt, Sie können 24 Stunden rund um die Uhr internationale Highlights dort sehen, internationalen Rennsport. Und wir wollen Zypern nicht vergessen, auch dort gibt es Rennen. Und auch die sind zweimal die Woche jetzt auf Wetzlar zu sehen und natürlich auch zu bewetten. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch nicht wirklich ins zweite Drittel dieses Renntags eintauchen, sondern im Grunde jetzt noch ein bisschen was auf der Kante haben, weil insgesamt acht Rennen. Das heißt, wir haben die Hälfte gerade erst geschafft. Und gibt es jetzt für dich noch im restlichen Rennverlauf noch irgendjemand, wo du sagst, Mensch, da fieber ich besonders mit, kenne ich besonders gut. Wir haben ja gerade auch schon gehört, dass Joachim Weißmeyer zu Luro ein bisschen was mit auf den Weg gegeben hat, was er sich erwartet. Bei dir jetzt in den nächsten Rennen noch irgendein, ja, sag ich mal, Herzenspferd mit dabei, weil die gibt es ja auch. Auf jeden Fall ganz klar im sechsten Rennen, wer ist die Nummer zwei Keeper, das ist Secret. Trainiert von Uwe Schwinn, ganz sympathischer Mensch, aber bei mir eher wegen den Besitzern. Die Familie Schneider, vertreten durch die Tochter, die Nina Schneider, die ist hier, gute Freunde von uns und da fiebert man immer mit, egal bei welchem Trainer, die ihre Pferde stehen haben. Generell ist sie genauso neutral wie ich in Zukunft, weil wir natürlich jetzt allen fest die Daumen drücken. Und was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass hoffentlich jetzt die Endquoten und der endgültige Einlauf vorliegen. Lieber Pan, hast du schon Informationen? Ich höre gerade, dass dem nicht so ist. Aber Pan, dann könntest du eigentlich mal was dazu sagen, dass wir zwei hier Pärchenlook haben. Ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. So ist es, so ist es, Thorsten. Aber ich habe den endgültigen Richterspruch, soll ich den schon mal durchgeben? Gerne, immer her damit. Ja, Quoten fehlen noch, wie wir hören, aber endgültiger Richterspruch ist da. Die Viererwette, die vierte Prüfung und zwar Sieger, die Nummer sieben, Isle of Shadows. Zweites Pferd, die zwei, Salinci. Platz drei, die zwölf, Patronus. Vierter Platz, die fünf, Jodonna. Fünftes Pferd war die elf, Matilda Bay. Sechster, die vier, Nero de Avolo. Siebter, die eins, Knight Rider. Achtes Pferd, die drei, Oriental Princess. Eil of Shadows gewann, sicher mit einer halben Länge. Die weiteren Abstände ein, ein Viertel und dann wurde es eng. Kopf und Kopf, sagte der Richter. Und dann die Zeit. Eine Minute 59,08 Sekunden. Die Zeit dieser Viererwettenprüfung. Ja, und wir wollen natürlich die Quoten, aber da haben wir noch keine Info. Ich schaue noch mal sicherheitshalber frisch nach. Nein, noch keine Quoten vorhanden. Noch ein bisschen Geduld. Darf aber schon mal darauf hinweisen, die Siegquote habe ich gesehen. Wer sie noch nicht gesehen hat, ich kann sie ansagen. 25,20 Euro, Thorsten, zahlt Isle of Shadows. Ja, Cecilia Müller, das ist die Frau für die richtig großen Quoten. Und wir begleiten sie jetzt weltexklusiv in den Führingen. Sie läuft los und natürlich sind wir dabei. Es ist wieder diese hellblaue Kappe, die ja heute schon so viel Glück gehabt hat. Und natürlich wird die Sportwelt morgen titeln Frau des Tages. Cecilia Müller. Und wir wollen jetzt natürlich auch mal wissen, ob sie den Hedrick jetzt anpeilt. Sie ist am heutigen Tag sowas wie der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga. Und insofern, Cecilia, wir drehen uns noch mal einmal ganz kurz um. Hedrick, ja oder nein? Ich hoffe es sehr. Aber wenn es läuft, dann läuft es halt auch. Das ist wie in allen Sportarten. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt noch mal unter den ersten drei sein können. Ja, du hoffst. Aber wir wollen natürlich jetzt auch wissen, ob dem so ist. Weil man möchte ja mit dem Jockey des Tages auch mitwetten und weiter mitfiebern. Du wirst jetzt gleich in den Rennsattel steigen von Rhythmic Melody. Welche Chancen rechnest du dir jetzt realistisch ein? Hm, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe auf eine Platzierung. Aber es ist halt wirklich schwer. Du hast dich vorhin, ich habe das mit einem Rohr mitgehört, sogar bei einem der Trainer kurz entschuldigt, dass du vorbeigezogen bist. Ja, bei meinem eigenen Trainer. Ich reite die Stute selbst im Training, die Talentschi. Und es hätte mich sehr gefreut, hätte sie gewonnen. Aber leider nicht. Aber Cecilia gibt eben auf dem Pferd alles, auf dem sie sitzt. Und deswegen ist sie schon jetzt so was wie der Reiter des Tages. Vier Rennen entschieden, zwei davon mit Cecilia Müller. Du gehst jetzt weiter rein mit der Glückskappe. Und wir schauen mal, was wir noch an Informationen mitgehen können. Also Hals und Bein, die Kamera folgt dir. Und ich höre, jetzt haben wir die Endquoten auch grafisch und natürlich den endgültigen Anlauf. Pan, du darfst nochmal arbeiten. Auf geht's. So, jetzt haben wir die Quoten, meine Damen und Herren. Etwas später, leider, aber natürlich noch rechtzeitig für Sie. Wollen natürlich wissen, die Quoten, Richterspruch hatte ich nicht gesagt, den offiziellen Quoten. Die sieben Isle of Shadows zahlt 25,20 Euro. Die Plätze bei vier Platzwetten 3 Euro, 1,70 Euro, 3,20 Euro und 2,70 Euro. Zweierwette 7,20 Euro. 208 Euro. Die Dreierwette 7,212, 2,340 Euro und 90 Euro. Die Viererwette, Sie sehen, eine Topquote für einen Euro. 27.486 Euro und 90 Euro. Und die Zwei-aus-Vierwette 14,90 Euro. Also gerade bei der Viererwette eine sehr, sehr starke Quote. Dankeschön, Pan. Hier kommt die Startaufstellung, meine Damen und Herren, für das nächste Rennen. Renn Nummer 5, Orchester at Temple Square Rennen. Viel klassische Musik und natürlich fantastische Orchester, die hier heute geehrt werden mit den entsprechenden Renntiteln. 2.500 Meter, die zweieinhalb Kilometer erwarten uns also. Und wir haben Lucky Punch mit der 1, All Prince die 2. Genghis Dumoulin mit der Programm Nummer 3. Luro D4, Diamond Grove mit der 5, Kunari mit der 6 und Rhythmic Melody mit der 7. Lieber Pan, ich könnte jetzt sagen, gib uns schon mal zwei, drei Pferde. Aber das möchte ich gerne ein bisschen nach hinten schieben, weil ich gerade einen der Besitzer da habe. Marc Hasselbach nämlich, der mit All Prince hier im Ablauf ist. Marc, als Besitzer, was macht dein Puls? Ja, es geht noch. Es ist ein Pferd, der nicht immer die beste Leistung gezeigt hat letztes Jahr. Das liegt vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass er relativ hoch im GAG stand, sich jetzt im Prinzip ein bisschen runtergelaufen hat und jetzt auch in die Klasse kommt, wo er eigentlich hingehört. Hat beim letzten Mal da schon einen guten Start gehabt, wo er auch ein bisschen Pech gehabt hat, wo er ein bisschen angaloppiert ist und aus dem Tritt kam und fast hingefallen ist. Wenn er auf die Leistung heute aufbauen kann, dann sollte er wieder unter den ersten vier sein, was mich auf jeden Fall freuen würde. Wie ist das denn als Besitzer? Bist du bei jedem Start mit dabei, deiner Pferde? Oder nur dann, wenn du dir auch was ausrechnest? Nein, ich versuche eigentlich bei jedem Start dabei zu sein. Das ist beruflich nicht immer möglich. Auch im Ausland, wenn es irgendwie geht, versuche ich schon mitzufahren, weil ich ja auch einige Gruppen betreue als Racing Manager. Und da versuche ich schon, wenn es irgendwie möglich ist, mitzugehen natürlich. Das hat nichts mit dem Erfolg der Pferde zu tun. Also ich komme nicht nur mit, wenn die Pferde auch eine Siegchance haben. Also es ist die Leidenschaft, egal wo die Pferde hinlaufen. Man möchte ja sie sehen, man möchte mit ihnen auch das erleben, egal ob Sieg oder Niederlage. Jetzt hat Micky Kadidu gerade mal, wir kennen das, seine Spießchen gemacht. Er scheint dort gut drauf zu sein. Ja, genau. Ich habe ihn ein bisschen geärgert. Ich habe gesagt, wenn er genauso reitet wie die ersten Ritter, dann wird das ein bisschen schwierig mit Gewinn heute. Ja, aber er ist natürlich lustig und macht das gut, kennt das Pferd auch sehr gut und sollte eigentlich in der Lage sein, Allprinz nach vorne zu steuern, hoffentlich. Wir drücken dir ganz fest die Daumen natürlich allen anderen Teams auch. Dankeschön. Und dann gehen wir ein bisschen hier rüber, denn Steffi Storp, die zeigt jetzt Frauenpower pur. Und ich bin gespannt, was es bei euch zu erfahren gibt über den nächsten Starter. Ja, vielen Dank. Oh, wir waren schon ein bisschen am Quatschen hier. Janine, wie seid ihr so durchs Wetter gekommen? Janine, die trainiert nämlich auch bei mir, bei Lisa Storp, also bei meiner Mutter in der Gegend. Und wie ich eben schon erwähnt habe, sehr schlechtes Wetter gehabt. Ja, definitiv. Was heißt schlecht? Im Schnee ist es mal ganz schön und wir sind tatsächlich auch im Schnee galoppiert. Hat mega viel Spaß gemacht, aber man konnte halt nie so, ja, das Tempo gehen, was man hätte gebraucht. Von daher denke ich auch jetzt könnte ihr ein bisschen was fehlen. Der letzte Start ist schon ein bisschen her. Den trockenen Boden allerdings könnt ihr zugutekommen. Also könnten wir sie heute schon wieder ein bisschen weiter vorne erfahren, weil der vorletzte Start, das war ja auch ein dritter Platz, das war doch ganz nett. Und kann man den neunten quasi auf dem schlechten Boden vergessen, sprich auf dem nassen, tiefen Boden? Genau, wir haben sie die letzten beiden Male auch nicht laufen lassen, weil der Boden halt immer so nass gewesen ist und sie möchte einfach diesen trockenen Boden. Deswegen hoffe ich jetzt, dass sie sich an diese vorletzte Formel wieder erinnert, dass sie einfach auf trockenen Boden wieder ihre Leistung zeigt. Alles klar, dann vielen Dank, Hals und Bein. Bis zum Aufgelopp wird Janine es jetzt nicht mehr nach vorne schaffen. Die Pferde sind nämlich schon alle aus dem Führung und aus unserem Sichtfeld raus. Deswegen gebe ich jetzt erst mal ab zu Pan. Vielen Dank, Hals und Bein. Und ich mache mich auch auf den Weg zum Ziel. Ja, danke Steffi. Und wir schauen noch mal den Wettmarkt an und die besten Chancen im Rennen. Dann Luro vor etwa einer Stunde hatte Thorsten gesprochen mit Joachim Weißmeier. Mathematisch hat der Ehemann der Trainerin gesagt, der Joachim. Ja, Achter, Vierter, Zweiter. Und was kommt dann? Ja, wir werden es sehen. Die Distanz allerdings 2500 Meter, wo man nur Vierter war. Das stört mich persönlich ein wenig. Da war man auch 16 Längen hinter Achondra und Wikileaks, war Zweiter, Old Prinz da übrigens Dritter vor Luro. Und danach dann über 1950 Meter der zweite Platz. Der war durchaus top. Das muss man auf jeden Fall erkennen. Aber heute wieder 2500 Meter. Was auf jeden Fall Fakt ist, der Starter ist gesteigert. Der vierjährige Luro. Und ich denke, der kann auch über 25 heute zurechtkommen. Der steht bei 2,90. Interessant, Lucky Punch. Nach der Platzierung zuletzt hat sich angeboten von Frank Fuhrmann. Frank Fuhrmann wollte ich schon sagen. Frank Maurer ist der Trainer aus Nalbach für den Rennstall Schwarzer Maurer. Kommt Lucky Punch an den Start. Ein Waldparknachkomme. Das Angebot hinter Shai Mun nicht verkehrt. Mit dem zweiten Platz beim letzten Auftritt hier im Januar. All Prinz. Wir hatten eben Besitzer Mark Kasselbach gehört. War ein bisschen unglücklich zuletzt. Unverschuldet wäre man fast gefallen. Michael Kadedu konnte sich im Sattel halten. Und war dann noch in der Lage, den dritten Platz zu sichern. Am 17. Januar. Das war schon ein feiner Schlussakkord. Wenn jetzt nicht der Stopp im Bogen oder Ausgangs des Bogens gekommen wäre. Wer weiß, wo All Prinz so gelandet wäre. Auf jeden Fall ist die Quote hier bei 4,90 Euro für den sechsjährigen Wiesenfahrt-Nachkommen mit Michael Kadedu. Ja, und vom Rest des Feldes Kunari. Wir haben Janine Beckmann gehört. Die Neunjährige bei trockenem Sand. Sagt die Trainerin mit besseren Chancen. Mal sehen, was geht. Bei Kunari 10,70 Euro. Das kleine Feld am Start. Vergessen Sie nicht. Frank Fuhrmann startet heute. Zwei Siege. Einmal platziert. Cecilia Müller. Und immer diese Kappe auf. Die hellblaue wieder. Jetzt auch mit Rhythmic Melody. Pferd hat keine Form. Aber der Stall hat wieder heute Form bekommen. Und ich sehe, am Toto wird auch jetzt gewettet. Das Pferd bei 7,70 Euro. Rhythmic Melody stand bei den Buchmachern. Aber natürlich am Anfang des Tages, wo ja die Form noch nicht verraten war von den anderen Startern aus Möser mit langer Siegquote. Ich habe gesehen, glaube ich, der Trader bei RaceBets hat eine Hammerquote geboten. Und ja, jetzt ist die Quote natürlich geschmolzen. Mal sehen, was geht. Also Cecilia Müller hat ja heute richtig Schwung. Und Thorsten hat sie ja eben auch begleitet in den Führingen. Und sich nochmal die hellblaue Kappe angeschaut. Also jetzt Halt und Bein mit ihren Wetten. Rennen 5. Es geht jetzt in die Boxen gleich hinein. Hier in Dortmund. Rennen 5. 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 Amen. 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 Das Feld drückt ein in die Startpositionen an der 2500 Meter Marke, die 1 Favorit Lucky Punch 92, Old Prince die 2, 3,30 Euro und die 4, Luro 93, die 7,98 mit Cecilia Müller. Diamond Gold von Sebastian Wenz kommt auch gleich heran, einer der Außenseiter mit Concetto Sant'Angelo im Sattel. Ja, die letzten Rücken ein in die Startpositionen und es ist ja wirklich schade, dass keine Zuschauer da sind, leider ist das nicht möglich. 18 Grad haben wir gefühlt wie 18 Grad, habe ich eben mal nachgeschaut, hier in Dortmund Wambel, also das sind ja Top-Frühlingsbedingungen wettertechnisch gesehen. Die letzten Rücken ein in die Startposition, das ist dann Lucky Punch, der die Startposition einnimmt, dann fehlt Rhythmic Melody, alle drin, alle Startler jetzt, auch Luro kam noch heran mit Esther Ruth Weißmaier, alle drin, fünftes Rennen, Orchestra at Temple Square Rennen an der 2500 Meter Marke. Wer ist hier der Schnellstarter? Wir schauen, wer die Führung nimmt und Luro ist hier eifrig, übernimmt von außen kommt das Kommando, wechselt jetzt mehr nach innen, Lucky Punch dahinter, mit dabei ist All Prince, außen ist Rhythmic Melody, Genghis Dumoulin fünfter Position mit Diamond Gold und Kunari am Schluss des Feldes, in dicht gestaffelter Reihenfolge geht es durch den Bogen, zum ersten Mal kommt das Feld gleich in den Einlauf und Luro diktiert hier das Tempo, hat das Kommando mit zweiter Position ist Lucky Punch im Moment bekleidet, dann innen All Prince dabei, Rhythmic Melody übernimmt den vierten Platz, ganz innen Genghis Dumoulin, das sind die Farben von Heike Schreiner, Daneben kommt dann Diamond Gold und letztes Pferd Kunari und so geht es jetzt gleich an den Glastribünen vorbei und gleich am Ziel, in die letzte Runde geht es bald hinein. Luro innen hält das Kommando, aber dicht dabei Lucky Punch auf dem zweiten Platz, All Prince ist dritter, auf dem vierten Rang ist Rhythmic Melody außen, ganz innen Genghis Dumoulin vor Diamond Gold und schließlich Kunari. Im Tribünenbogen ist das Feld, Luro diktiert weiter das Geschehen hier mit Esteruth Weißmeier im Sattel, All Prince rückt etwas näher an Lucky Punch heran, der bleibt aber zweiter Lucky Punch mit Sean Byrne, so ist also Michael Cadedu mit All Prince in der dritten Position, Cecilia Müller mit ihrer hellblauen Kappe, Rhythmic Melody auf dem vierten Platz, dann fünftes Pferd Genghis Dumoulin mit Miguel Lopez, daneben Diamond Gold mit Concentro Sant'Angelo und letztes Pferd Kunari mit Steffi Kojungsü. Die Pferde gleich Mitte der Gegenseite, Luro hat das Kommando. Luro hat seit dem Start hier Führung inne, Lucky Punch zweiter, außen taucht Rhythmic Melody auf, die drei mit Vorsprung, da wird plötzlich Lucky Punch angefangen und schwer gestorben. Lucky Punch gerät hier Luro an der Spitze, Luro führt dahinter, kommen aber jetzt die Gegner näher, also da kann sich noch einiges tun, einige haben die Karten noch nicht ganz aufgedeckt, da kommt dann außen Rhythmic Melody etwas näher heran und so geht es auf die Gerade, Luro führt, Luro vor Rhythmic Melody und Diamond Gold hat hier starke Momente, Lucky Punch an der Innenseite ist vierter, aber Luro innen, Luro im Vorteil, innen kommt Rhythmic Melody, zweites Pferd vor Diamond Gold und innen Lucky Punch, der Rest weit zurück, vorne Luro kann zulegen, ein Startzielsieger für das Quartier aus Issom von Regine Weißmeier mit der Trainerstochter Esther Ruth im Sattel, Luro gewinnt vor Rhythmic Melody, Lucky Punch ist dritter, Diamond Gold hat das vierte Geld, dann Allprince fünfter vor Kunari und schließlich Genghis Dumoulin. Vielen Dank. Der vorläufige Richterspruch liegt jetzt vor aus Rennen 5, Orchestra at Temple Square Rennen. Es siegte die 4 Luro auf dem zweiten Platz, die 7 Rhythmic Melody, drittes Pferd die 1 Lucky Punch und vierter die 5 Diamond Gold. 4, 7, 1 und 5 heißt es vorläufig im fünften Rennen. Startziel gewinnt Luro. Die mathematische Ansage von Joachim Weißmeier hörten wir vor etwa einer Stunde und tatsächlich hat es geklappt mit dem Sieg. Und die Trainerstochter ist jetzt beim Gespräch auf der Sandbühne sozusagen. Esther Ruth Weißmeier wird von Steffi interviewt. Ja, Esther, herzlichen Glückwunsch erstmal. Das sah ja ziemlich locker flockig aus. Wie hat es sich angefühlt? Mega, also kann man kaum beschreiben. Wir haben so viel Arbeit mit dem Pferd hinter uns. Das ist eigentlich so ein absoluter Stinkstiefel. Der hatte nie Lust. Und jetzt die letzten zwei Formen waren schon wirklich mega, wo wir riesig stolz auf ihn waren. Allein das erste Mal ist der vierte Platz und danach der zweite. Und jetzt dann noch so abzustiefeln. So vor dem Schlussbogen hatte ich ein Mordsgefühl und sag so, na komm, zeig mal, was du drauf hast. Und hab noch einen draufgelegt und du merkst, wie er unter dir dann noch einen Gang runtersetzt und Gas gibt. Mega. Ja, zu dieser ausführlichen Rennanalyse habe ich gar keine Fragen mehr. Vielen Dank, Esther. Ich wünsche, mehr Leute würden solche super Aussagen treffen. Macht euch mal ruhig in den Weg in den Absattelring. Danke euch. Und ich gebe direkt mal ab. An Pan ist der Mikro heile. Kannst du mit der Rennanalyse starten? Wir sehen noch mal die jubelnde Ester Ruth Weißmeier auf dem Weg jetzt in den Absattelring und schauen auf das Video, auf die Rennverfilmung, das 7er-Feld an der 2500-Meter-Marke. Sehen wir jetzt gleich startklar. Der letzte, der reinging, war der Sieger. Das ist Luro, der jetzt den Startplatz hier als letzter bezieht also. Und los geht's. Und gleich vorne, es war ja ein Start-Zieltreffer. Luro sofort mit dem Kommando setzt sich hier nach wenigen Metern an die Spitze des Feldes. Der erste Verfolger war Lucky Punch unterwegs und ganz in den Allprints und weiter außen Rhythmic Melody. Und wieder im Endergebnis dann die Fuhrmann-Form am heutigen Tage ja wirklich sehr, sehr stark. Gerade die Blue Sky Pferde. Und hier der zweite Platz hinter Luro war durchaus anständig mit Cecilia Müller, die heute also schon zwei Sieger geritten hat und zweimal einen zweiten Platz geholt hat. Mit einem Starter in diesen Farben. Also hier, er darf auch vorne schalten und walten, wie er möchte. So, bitte nochmal den Techniker, bitte jetzt aber auf den Turm, weil ich bewege mich hier gar nicht am Mikrofon und trotzdem knackt es. Also Luro, wir sehen nochmal hier die weitere Situation in der Rennverfilmung mit dem Kommando, wo es dann gleich in die Schlussrunde hineingeht. Lange war Lucky Punch der zweite, Allprints, Innensicht auf, der aber keine Akzente im Endeffekt heute bewegen konnte und dann gar nicht in der Platzierung war zum Schluss. Hier sehen wir, dass Lucky Punch früh schon ermahnt wurde, er war trotzdem Dritter zum Schluss, also unterwegs hat da Sean Byrne einiges zu tun gehabt für den Starter bei Frank Maurer im Stall. Da hat er also einiges an Arbeit geleistet, der Sean Byrne auf Lucky Punch. Aber Luro vorne, der ist hier munter und frisch an der Spitze. Die Gegnerschaft versucht zu kommen, Rhythmik Melody, jetzt kommt der Vorstoß. Cecilia Müller rückt jetzt auf den zweiten Platz vor, gleich, wenn wir das sehen. Geht da erstmal an Lucky Punch vorbei und wo wieder Sean Byrne kräftig reitet und trotzdem war man hier Dritter, hat sich sein Reitgeld schwer verdient, der Sean, auf dem drittplatzierten Pferd. Aber Luro mit gespitzten Ohren im Schlussbogen voraus, Rhythmik Melody ging optisch auch noch völlig okay. Hier in zweiter Position, Lucky Punch, der Kämpfer, also das Pferd und Reiter, beide haben schwer geackert. Dritter Platz ist immerhin möglich gewesen. Diamond Gold hatte übrigens Momente, war Vierter, der lange Außenseiter von Sebastian Wenz, war auch unterwegs mal auf dem Weg zum dritten Platz, war aber auch in der Endphase. In der Endphase konnte da nichts mehr bewegen. Immerhin hat... Das Headset ist defekt, das Handmikro und es geht erstmal weiter gleich mit der Siegerehrung, also Luro gewinnt Startziel, war gut gewettet und die Siegerehrung in Kürze. Ich bitte jetzt den Elektriker mir ein Handmikro zu bringen für die letzten Rennen, weil hier trotz Nicht-Bewegen das Mikro immer ausfällt. Ja, wie hat der Pan so schön gesagt, er bewegt sich nicht und es knackt trotzdem. Das erinnert mich a. an meinen Rücken und b. an mein Knie, aber egal. Joachim, hast du auch orthopädische Probleme, von denen du der Welt berichten willst? Ja, ich will nicht berichten, weil die Welt weiß, dass sich mein rechtes Knie ist also komplett ersetzt. Da trage ich Metall und bei Gewitter darf ich nicht mehr rausgehen. Und das Linke will ich noch nicht operieren lassen. Sehr schön. Also wenn es blitzt und donnert, dann bitte nicht neben Joachim stehen. Es könnte lebensgefährlich werden. Aber jetzt erstmal Gratulation. Ich glaube, das tut richtig gut. Und du hast es ja wirklich, Pan hat es gerade gesagt, mathematisch hergerechnet, diesen Sieg. Das ist doch eine tolle Bestätigung. Ja, also ich bin aus zwei Gründen sehr zufrieden und sehr glücklich über diesen Sieg. Zum einen, weil der Besitzer, der war ja vor noch nicht allzu langer Zeit zwischen enttäuscht und aufhören. Und er hat sich selber motiviert. Also es bedarf noch nicht mal meiner Redekunst. Und hat dann gesagt, nein, nein, ich probiere das noch. Dann gab es einen vierten Platz. Da haben wir dann, okay, jetzt hat er vielleicht das kapiert, um was es geht. Und hat dann gleich mit dem zweiten nachgelegt. Und meine mathematische Joke, der ist natürlich, der ist heute aufgegangen. Wenn das immer so einfach wäre, dann bräuchten wir keine Pferder, dann können wir würfeln. Stimmt, aber es ist ja schön. Also liebe Grüße an den Besitzer an dieser Stelle. Übrigens, sein Grün passt auch perfekt zum Wetztergrün. Wir machen das mal so. Schauen Sie mal, das passt doch perfekt. Wunderbar. Ihr zwei, ihr dürft zur Siegerjahrung. Philipp Riedmüller nimmt sie vor und Steffi zelebriert die Siegerjahrung. Ja, unser fünftes Rennen, das Orchestra at Temple Square Rennen über 2500 Meter. Gewonnen hat die Nummer vier. Das ist Loro, ein vierjähriger Wallach von Sordino aus der Lady of Boogie. Geritten hat Esther Ruth Weißmeyer. Trainiert wird das Pferd von Regine Weißmeyer und steht im Besitz von Makra Hinnisch Racing. An dieser Stelle herzliche Grüße zu Stefan Brehm, der Besitzer des Pferdes. Und ich sage herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team. So, Pan, hast du jetzt schon mal die Quoten fürs fünfte Rennen für uns? Ich glaube, der Pan kämpft noch mit seinem Mikrofon. Das ist auch schön. Also insofern, lieber Pan, soll ich mal? Loro hat hier gewonnen mit Esther Ruth Weißmeyer. Rhythmic Melody auf zwei. Lucky Punch. Der Punch war schön. Er reicht zum dritten Rang. Diamond Gold wird hier vierter. Und All Prince endet auf dem fünften Platz. Die Reihenfolge haben Sie gesehen. Und jetzt kommen die Endquoten. Und dann schauen wir drauf. Vierfaches Geld. Ja, fast viereinhalbfaches Geld. Für einen Euro gibt es Aufsieg von Loro. 4,40 Euro. Die Plätze 2,40 Euro und 4,80 Euro. Die Zweierwette in der Kombination 4 vor 7 zahlt 7,60 Euro. Und die Dreierwette 34,40 Euro für einen Einsatz. Ich wiederhole noch schnell. 4,40 Euro auf Sieg. Die Plätze 2,40 Euro und 4,80 Euro. Die Zweierwette 67 Euro. Und die Dreierwette 34,40 Euro. Mein Gott, ist das heute schön, kann ich Ihnen sagen. Und ein kleines Geheimnis noch von Steffi und mir. Diese Jacken haben normalerweise passend zum Winter wunderschönes Innenfutter. So eine Vliesjacke ist das. Haben wir jetzt rausgemacht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich so ein bisschen wie der Finne in der Sauna. Ich glaube, ich habe heute auch schon zwei Kilo gemacht. Also insofern könnten wir noch mal im letzten Rennen antreten. Das wäre schön. Ich bitte auf einem Gruppe 1 Pferd und du auf Ausgleich 4. Ja, sehe ich auch so. Chancengleichheit nenne ich das. Aber egal. Steffi, bevor wir zum nächsten Rennen kommen, das 6. Es gibt bei uns ja eine wunderschöne Rubrik. Über die weißt du alles. Deswegen, ich gehe schon mal Richtung Führing. Ja, genau. Und Thorsten sagt, ich weiß darüber alles, weil ich denen auch dauernd selbst Bilder und Videos zuschicke. Und zwar rede ich natürlich über unsere Bilder und Videos der Woche. Ein Highlight jedes Wochenendes und vor allen Dingen auch jeden Renntages. Wer schöne Bilder hat oder Videos jetzt aus dem Schnee oder aus dem schönen Sonnenschein, kann sie an socialmedia.webstar.de schicken. Und ich will gar nicht mehr sagen. Viel Spaß beim Anschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wunderschöne Bilder, unsere Bilder der Woche. Und deswegen freuen wir uns, wenn Sie mit dabei sind. Steffi hat schon gesagt, socialmedia.webstar.de. Da waren jetzt viele Winterbilder dabei, aber kein Wunder. Der Frühling hat ja erst an diesem Wochenende hier Einzug gehalten in NRW, aber natürlich auch im restlichen Deutschland. Jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zum 6. Rennen des heutigen Tages. Cleveland Orchestra Rennen. Das ist eine Partie über 1950 Meter. Und dieses Rennen wollen wir Ihnen mit der Startaufstellung natürlich jetzt noch mal ein bisschen näher bringen. Wir haben ein Pferd am Start, da gibt es eine ziemlich große Besitzergemeinschaft. Das ist Warwick im Besitz des Stahls Just for Turf. Dahinter verbirgt sich die Next Generation. Das ist also eine Organisation des deutschen Galopprennsports, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, jung und alt an den Sport heranzuführen. Da kann man für einen sehr geringen Jahresmitgliedsbeitrag dann auch dabei sein. Und wenn man noch ein bisschen was oben drauf legt, also wirklich nur so ein bisschen was, dann ist man auch Mitbesitzer von einem eigenen Rennstahl, in dem Fall von Warwick. Keep It As A Secret, das ist das Herzenspferd von Steffi hat sie vorhin verraten mit der 2. Little Sam ist die 3. Dann haben wir Sunday Kit mit der Programm Nummer 4. Asifa trägt die 5. Dynamit Gold die Nummer 6. Und Lotaria trägt die Programm Nummer 7. 1950 Meter die Distanz. Ganz so weit ist es Luftlinie von hier nicht bis zur Sprecherkabine von Pan Crispin. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie Houston. Ja, ich höre dich, Thorsten. Sehr schön, siehst du. Wir haben also kein Problem, sondern jetzt kann Pan uns verraten, welche 2 Pferde er besonders gut findet. So, erstmal jetzt noch eine kleine Entschuldigung. Ich kann zwar nichts dafür, aber wir hatten eben so ein bisschen Tonstörungen. Da war irgendjemand auf der Leitung, hat da gestanden. Habe jetzt ein Ersatzmikro, das natürlich blendend funktioniert. Also, jetzt gibt es keine Tonstörung mehr. Mehr, das ist wichtig. Warwick ist Favorit. Der Starter mit der 1 von Markus Klug. Der Starter hinter Julien mit Platz 2 blieb vor Wawara. Das Pferd sehen wir später nachher im Ausgleich 3 laufen. Also, Warwick ist hier schon Outstanding Horse in diesem Rennen. Und in der Verwandtschaft, ja, Sie wissen es, die Derbysieger Windstoß und Weltstar. Windstoß 2017 in Hamburg das Derby gewonnen und Weltstar 2018 in Horn. Also, dieser Warwick, vier Jahre alt, ist nicht ganz so gut natürlich wie die beiden, wie eben Windstoß und Weltstar. Aber hier die bescheidene Prüfung. Der heißeste Favorit des Tages. 1,70 im Moment ist noch eine Quote, die ist akzeptabel. Ich befürchte, 1,50 wird es geben. Ganz zum Schluss für Warwick mit Michael Kadedu. Der ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wawara, wie gesagt, da blieb man davor. Fährt gewann zur letzten Meden. Läuft ja heute im letzten Rennen. Und der da gewonnen hatte, die Stute Jolien aus Holland, ist ja auch kein schlechtes Pferd. Also, Warwick in diesem Rennen erste Wahl. Dann der Champion mit Asifa. Zweimal Grass-Sieg immerhin. Der Top-Monat im letzten Jahr war der Juli. Man hat sich zwei Rennen geholt. Asifa konnte sich durchsetzen in Mannheim und München. Anschließend im Ausgleich vier ist Hauptgegner, wenn man mit Sand zurechtkommt. Das ist natürlich jetzt die Bedingung. Und Lotaria die Nummer sieben mit Schuichi Teraci. Immerhin vierter Platz hier im Oktober auf Sand. Ausgleich vier. Vielleicht geht da auch was für den zweiten und dritten Platz. Aber es heißt ganz klar Outstanding Horse für den Sieg ist Warwick Thorsten. Tja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als das Team, um Warwick zu befragen. Wir gehen einfach mal nach vorne. Und liebe Grüße an dieser Stelle an Familie Klug zu Hause. Die haben frisch Nachwuchs bekommen. Alles Liebe, alles Gute. Und es gibt ein paar tolle Babyfotos, muss ich sagen. Die man natürlich auf Social Media einsehen kann. So, jetzt haben wir ein paar Pferde, die nach uns vorbeiziehen. Da warten wir nochmal ganz kurz darauf, dass wir hier keinen Stirn beim Aufsitzen. Und dann wollen wir Franziska fragen. Franzi Vogel ist nämlich quasi der Ersatz des Trainers. Und die schmeißt jetzt hier Micky Kadedu gleich mal in den Rennsattel von Warwick. Ah, ein schicker Kerl. Franzi, schön, dass ich die Zeit gefunden habe, mit dir ein Interview zu machen. Sehen Sie in diesen Augen, das ist pure Panik jetzt. Und sie freut sich, dass ich den Trainer vertreten darf. Wie geht's, Familie Klug? Ich hoffe sehr gut. Die erholen sich an einem schönen sommerlichen Sonntag zu Hause und genießen die Zeit mit dem Nachwuchs. Und dürfen das auch, denn ich glaube, so eine Geburt, da ist man aufgeregt. Da ist man natürlich sehr euphorisch und möchte jede Sekunde mit dem eigenen Kind verbringen. Trotzdem ist er jeden Morgen im Stall und er kümmert sich um wahnsinnig viele Pferde. Ja, definitiv. Das macht er auch sehr gut. Ja, im Winter ist er jetzt auch bei uns ein bisschen ruhiger. So langsam bereiten wir uns für die neue Saison vor und hoffen, dass sie wieder erfolgreich wird. Jetzt darfst du quasi als Assistant Trainer, ich erkenne dir diesen Titel jetzt mal schnell zu, Warwick ins Rennen schicken. Was können wir warten? Ja, wir müssen schauen. Wir waren witterungsbedingt jetzt auch ein bisschen im Rückstand mit unserem Trainingspensum. Wir müssen gucken, wie viel Kondition er jetzt heute hat und was er zeigen kann. Zuletzt war er noch nicht so ganz fokussiert bis zum Schluss. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt mit der Routine auch ein bisschen besser wird. Wirklich schlecht ist er nie gelaufen. Es hat ihm noch so ein bisschen gefehlt. Richtig, aber der Micky kennt ihn bestens und er weiß, wie er mit ihm umgehen kann und wie er funktioniert. Deswegen hoffen wir weiterhin, dass es zum Volltreffer reicht. Dann wird es in Deutschland laut mit dieser großen Besitzergemeinschaft. Franzi, vielen Dank. Die Macht, das dagegen, ist ja Schreinemarkers gar nichts. Das ist ja Wahnsinn. Und wir werden jetzt mal Richtung Geläuf marschieren, denn die Pferde sind, glaube ich, jetzt schon vorne. Und dann geht es zur Sache mit diesem sechsten Rennen, Cleveland Orchestra Rennen. Sie haben es gehört, bei Warwick, da hofft man auf einen Volltreffer. Aber es gibt eben auch noch sechs weitere Kandidaten, die dieses Rennen für sich entscheiden wollen. Hals und Bein und Wetten nicht vergessen. Pan, du bist wieder dran und zwar rausch und knatterfrei. Und die ersten Pferde sind auf der Bahn beim Aufgalopp. 1,50 die Quote. Warwick ist der klare Favorit im Rennen, der Rechnungsfavorit. Und die letzte Form reicht, um hier zu punkten, ganz klar. Diese zweite Position hinter Jolin und man blieb vor Wawara und sogar vor Flight to Hongkong. Also da sollte eigentlich nichts anbrennen. Borja Musabaev natürlich immer zu beachten mit dem nächsten Ritt nach der Pause. Reitet für Sven Schleppi, Trainer aus Bexbach, Asifa. Zwei Grassiege, ich hatte es schon erzählt. Mannheim zunächst Juli letzten Jahres, dann genau 23 Tage später. München-Riem, Ausgleich vier mit acht Längen überlegen gewonnen. Ist auf Sand heute am Start. Und ist ein Pferd für den zweiten, dritten Platz. Wie Lotteria auch, wie die Nummer sieben sicherlich. Von Elfi Schnakenberg ein Formstall. Schuichi Tirachi reitet. Und wir haben eine gute Oktoberform gesehen. Der vierte Platz in einem Riesenfeld über 2500 Meter. Das Ganze war im Ausgleich vier. Ja, dann habe ich noch ein Pferd für den Stahl Schmeer gesehen. Jasmin Almreder trainierte Mülheim Dynamite Gold. Eine Dynamite Cat Nachkommen. Wenig geprüft mit Alexander Piech. Die Quote ist lang, 28 Euro. Steht Diamond Gold. Erst dreimal gelaufen. Zuletzt hier im Januar. Auch lange Quote, konnte keine Akzente setzen. Und probiert es erneut mal auf der Sandbahn heute. Denke auf Dauer aber, wird man das erwarten können von Dynamite Gold sicherlich. Man kommt ja heute sogar mit einem Kilo mehr Gewicht an den Start. Sehe ich gerade mit Alexander Piech. Ja, 1,50. Die Quote ist korrekt bei Warwick. Der sollte sich hier wirklich dieses Rennen locker an Land ziehen. Wenn man Kombinationswetten tätigt. Asifa Lotteria auf jeden Fall zu beachten. Und vielleicht kann Dynamite Gold heute Steigerung zeigen. Die sechs für den Stahl Schmeer. Geht gleich in die Boxen. Start in fünf Minuten. Mit Blick haben wir in die Boxen. Wie geht es um Dauer? Wie geht es um Dauer? Wie geht es um Dauer? Und wir müssen Dauer. Wie geht es um Dauer? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir warten jetzt noch auf Dynamite Gold, die Farben vom Stalschmeer, Dynamite Gold mit Alexander Peach noch draußen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da sehen wir die Siegerin auch, Lotharia gewinnt das sechste Rennen gegen Warwick, eine stramme Siegleistung der fünfjährigen Stute, trainiert von Elphi Schnakenberg in Bremen für den Stall OTW und der Siegreiter Shuichi Teraci beim Interview jetzt mit Steffi. Congratulations, can you take us to the race, how are the last 300 meters? Letzten mal ein bisschen geserter hinter, aber heute ist schon ganz gut. Vielleicht eher lieber dieser Sand heute und dann der letzte 500 Meter, ein bisschen weiter weiter unter Vorgas an dem Kammerleiter. Vielen Dank, hier wird uns gerade noch der Weg versperrt, sonst hätte ich gesagt, der Trainer darf sein Pferd schon mitnehmen, Richtung Absattelring, aber das könnt ihr dann jetzt direkt mal machen. Das sah aus wie ein super Sieg, wir nehmen uns gleich noch den Moment und fragen den Trainer, Olli Schnakenberg, direkt mal, oder Trainervertretung, direkt am Mikro, aber vorher schalten wir erstmal zu Pan und hören uns die Rennenanalyse an. Ja und während die Stute in den Absattelring zurückwandert, Lotteria, schauen wir auf die Prüfung. An der 1950-Meter-Marke ging die Türen auf, Favorit hatte ja den inneren Startplatz, nahm gleich das Heft in die Hand, aber die anderen setzten hier gleich nach, Little Sam war eifrig dabei, Dynamite Gold auch früh gleich positioniert, Keep it that's a secret, Asifa, Lotteria und hinter dem Feld Sandekit bummelt da hinter der Konkurrenz. Ja, am Ziel vorbei, Warwick führt hier zu diesem Zeitpunkt mit einer Länge Vorteil. In den Asifa, hatte immer kurzen Weg mit Burjan Musabaev, war dann zum Schluss aber auch nur Platz Nummer 5. Also das war nicht so ein ganz guter Auftritt heute von Asifa. Ja und Sie sehen jetzt das Pferd, was ganz hinten ist, das ist Sandekit, da diese roten Farben mit Weiß. Und Sie sehen, dass da Enki Gambat, der hat ja den Kistenritt, da einiges tut. Schauen Sie sich an, was der alles machen muss, um das Pferd überhaupt mal dabei zu haben. Der wird dann zum Schluss noch dritter. Also Sie sehen, es wurde wirklich wenig verlangt in diesem Rennen, dass man hier noch den dritten Platz holt, Sandekit für Helga Dewald. Das war schon eine stramme Leistung, das war der erste, der wirklich so stark geritten wurde und der auch zwischenzeitlich mal in Angriffsposition war außen an der Seite von Warwick. Also Enki hatte einiges getan mit diesem Kistenritt. Zum Schluss, die Belohnung war Platz 3. Also das hätte man eigentlich in der Gegenseite nicht erwartet. Aber Sie sehen, auf Sand reagieren die Pferde manchmal, die einen besser, die anderen nicht so gut. So, Warwick vorne, jetzt kommt aber gleich die Siegerin erstmal. Da schauen wir drauf. Blaue Farben, Weiß und Rot. Lotteria mit Shuichi Terracci. Warwick kommt in den Einlauf. Aber dann kam die Stute heran. Sie ist nach Rechnung unter Warwick in der Skala. Aber manchmal ist eben nicht alles Rechnung immer Gold wert. Und Sie sehen, dass Lotteria den heißen Favoriten hier bezwingen kann. In der Distanz war man schon im Vorteil. Shuichi Terracci hat dann konsequent nach Hause geritten. Michael Kadedu hat gekämpft. Aber Warwick hatte da wirklich nichts mehr dagegen zu setzen, gegen Lotteria. Und dann auch starke Ritten, Sundykit, dritter Platz behalten. Stramme Leistung, der Nummer 4. Und der vierte Rang an Little Sam, die 3 weit vor Asifa. Also der Favorit bezwungen, der heißeste des Tages. Bekam einen sozusagen vor den Koffer, wenn man das mal so formulieren darf. Lotteria hat sich durchgesetzt für den Stall OTV. Immerhin aus dem Erfolgsquartier von Elfi Schnakenberg. Und Shuichi Terracci hat verwandelt. Und gleich gibt es die Siegerehrung aus dem Absattelring. Vorher gratulieren wir dem Olli. Das Trainingsquartier darf sich richtig freuen. Was sind deine Gefühle gerade? Wir haben ein sehr gutes Pferd geschlagen. Und sie hat ihre gute Arbeitsleistung heute auf den Fußboden gebracht. Ich bin sehr, sehr glücklich. Auf den Fußboden gebracht ist das Stichwort. Ich will der armen Lotteria nicht zu nahe treten. Aber das allergrößte Pferd ist sie nicht. Und sie ist eine ganz brave, so wie sie sich hier präsentiert. Also fast schon so ein bisschen wie so ein Pony. Ja, das ist in der Tat jetzt gerade so. Aber im Training sehr, sehr schwierig zu reiten, muss ich zugeben. Das heißt? Ja, nervlich nicht so stark. Sehr, sehr nervös und immer unter Druck. Das heißt, du brauchst ein sehr ruhiges und schönes Händchen dann dafür. Ist es wirklich so, dass manche Pferde mit manchen Charakteren, also zwei Beinern, besser klarkommen als mit anderen? Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und es liegt auch ein bisschen an der Umgebung. Manchmal ist ein Trainerwechsel wie, ich sage mal, wie ein Sechser im Lotto. Manchmal passiert das, dass die Pferde dann sich sehr stark verbessern. Das kann aber auch nach hinten losgehen und genau das Gegenteil passiert. Ihr gebt ein schönes Bild ab hier im Führing. Wir sind mittlerweile auch allein, weil der Einlauf endgültig ist. Dankeschön. Lotharia wird es mir hoffentlich nicht übel nehmen. Aber sie ist wirklich nicht die allergrößte, aber sie hat das toll gemacht. Und sie ist wirklich eine, die sich hier ganz ruhig präsentiert im Absattelring. Jetzt nochmal kurz abspritzen geht. Und ja, man muss sagen, der Olli lässt sich sogar mal eben schnell an der langen Leine laufen. Das ist schon sehenswert hier. Und wir freuen uns jetzt in wenigen Augenblicken auf die Siegerehrung. Schucci ist schon auf dem Weg zu uns und freut sich, dass er seine nächste Siegerehrung hier bestreiten kann. München ist, das darf ich an dieser Stelle mal sagen, offensichtlich für diese Saison 2021 mit tollen jungen Reitern ausgestattet, was uns sehr, sehr freut. So, Lotharia, wenn sie schon so lieb ist, kommt sie mit zur Siegerehrung. Genau das wollen wir sehen. Cleveland Orchestra Rennen, diese Partie über die 1950 Meter. Lotharia siegt die Programm Nummer 7, geht hier also nach Hause. Die fünfjährige Hold'n Roman Emperor-Tochter aus der Treveni kommt zum ersten Treffer für den Stall OTV. Elfi Schnackenberg wird vertreten von Olli hier bei der Siegerehrung, ist die Trainerin. Und Yuchi Teraci am Quartier von Michael Füge zu Hause ist Siegreiter. Wie eigentlich kann man sagen bei all den Renntagen hier in Dortmund, wo er mindestens mal eine Partie mit nach Hause genommen hat. Also es läuft gut für ihn, auch jetzt hat er beide Flaschen abbekommen. Tschüssi, viel Spaß damit. Und jetzt denke ich mir, dass der Endgültige Handlauf und die Endquoten da sind. Lieber Pan, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe den endgültigen Richterspruch natürlich vorliegen, ganz klar. Und da schauen wir drauf. Es gewinnt die sieben, Lotteria. Zweiter die eins, Warwick. Dritter Platz, die vier, Sunday Kit. Vierter die drei, Little Sam. Fünftes Pferd war die fünf, Asifa. Auf dem sechsten Platz, die sechs, Dynamic Gold und siebter die zwei, Keep it as a secret. Lotteria gewann sicher ein Dreiviertel Länge. Die weiteren Abstände, dreieinhalb Längen, ein Dreiviertel und acht Längen. Und die Zeit der Stute, zwei Minuten 17,14 Sekunden. Der Sieg zahlt 8,90 Euro für die sieben Lotteria. Plätze 1,60 Euro, 1 Euro. Zweierwette 7,1, die Reihenfolge 12,50 Euro. Und die Dreierwette 7,14, 151 Euro. Gratulation, wenn Sie die Dreierwette haben. So, Steffi und ich, wir freuen uns jetzt dann gleich auch schon wieder auf das vorletzte Rennen des heutigen Renntages hier in Dortmund. Und an dieser Stelle muss ich Ihnen etwas berichten. Denn Warner Brothers und RTL sind an uns herangetreten und haben gesagt, Mensch, ihr habt doch so einen tollen Livestream, womit ihr ganz Turf Deutschland erreicht. Und wir hätten da eine neue Show, Primetime auf RTL. Du musst aufhören zu lachen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Und diese Primetime-Show geht ums Thema, und jetzt wirst du überrascht sein bei RTL, es geht um Dating. Keine Sorge, Sie müssen nicht nackert auf irgendwelchen Inseln rumspringen. Das war, glaube ich, RTL 2. Sondern es ist wirklich eine ernstzunehmende Sendung von Warner Brothers. Das ist ja eine der führenden Produktionsfirmen weltweit. Und die suchen also Folgendes. Für eine Dating-Show namens Superlove, das ist jetzt kein Spaß, Superlove, sieht folgendermaßen aus. Vielleicht kann das die Regime einmal gerade einspielen. Da sehen Sie also schon weltexklusiv jetzt bei uns die Grafik dafür. Für diese Primetime-Abendsendung suchen Sie, ich zitiere, selbstbewusste, attraktive und erfolgreiche Single-Männer, Ü50, Ü60, die alles haben, also finanziell unabhängig sind, im Rennsport am besten. Jetzt mal Ruhe bitte auf den billigen Plätzen, dass der Herr Weißmeier immer schreien muss. Sie sind verheiratet, Herr Weißmeier, unglaublich. Also, jetzt bin ich raus, ich muss es nochmal kurz sagen. Wir suchen selbstbewusste, wenn du jetzt nicht aufhörst zu lachen, attraktive und erfolgreiche Single-Männer, Ü50 und Ü60, die alles haben, vor allen Dingen bitte ein Rennpferd oder auch zwei, drei, nur eins nicht, eine neue Liebe. Und Sie lernen dann, meine Herren, wenn Sie sich jetzt bewerben bei Warner Brothers, junge Damen kennen, Betonung liegt auf jung. Nein, Steffi will nicht, schade. Und dann können Sie also auf RTL ausgestrahlt werden. Ich habe mir sagen lassen, es gibt sogar Geld dafür, aber wenn Sie finanziell unabhängig sind, interessiert Sie das nicht. Das Ganze wird gedreht circa vier Wochen und zwar jetzt im Frühjahr und Frühsommer, Schrägstrich Sommer 2021. Sie melden sich bitte bei Warner Brothers, International Television Production Deutschland GmbH, bei ninaslotti at warnerbross.com. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, gar kein Thema. Sie schreiben bitte socialmedia at wetstar.de und wir stellen den Kontakt her. Wollen Sie nochmal dieses Logo sehen? Super Love? Oh, schön. Joachim Weißmeier tippt jetzt gerade in sein Handy und ich weiß nicht warum. An dieser Stelle, liebe unabhängige Single-Männer, Ü50, Ü60, bewerben Sie sich bitte. Und dann können wir den Rennsport auch in dieser Primetime-RTL-Abendsendung bestens vertreten. Du willst sicher nicht mitmachen? Nein, aber ich freue mich auf jeden Fall bekannteste Gesichter an der Sendung wiederzusehen. Sehr schön. Das ist jetzt ein bisschen Druck für Sie. Also jetzt schauen wir auf unser nächstes Rennen. Es ist das siebte und das vorletzte Rennen. Es ist das Lincoln Center Rennen. Nicht dabei ist hier die Programm Nummer drei. Wir haben die Startaufstellung für Sie. Und zwar hätten wir Ensign Awards, die Programm Nummer eins. Wir haben Glory Depp mit der zwei. Megan mit der vier. Bahama Moon mit der fünf. Active Adventure mit der sechs. Und Shy Moon, auch den kennen Sie bestens hier aus Dortmund, mit der Programm Nummer sieben. Wetten ist hier wieder Pflicht. Shy Moon ist favorisiert, 2,60. Pan, auch für dich der klare Favorit? Ja, es ist der älteste Teilnehmer, Thorsten Shy Moon, der einzig frische Sieger im Feld. Der 10-Jährige von Uwe Schwinn aus Beckingen mit Miguel Lopez. Mit dem Reiter ja zuletzt erfolgreich, Anna Tablengen hier in einem großen Feld. Und da hat man sich locker durchgesetzt. Leicht, sagte der Richter Anna Tablengen. Shy Moon vielleicht mit einem weiteren Treffer. Amtoto bei 2,60 Euro Favorit im Moment. Aber es gibt Gegner wie Glory Depp zum Beispiel. Aus Weilerswist von Christian Freier von der Recke vorbereitet. Der letzte Auftritt, nicht so ganz glänzend, über 1950 Meter. Da war man nur Fünfter im Mittelfeld, obwohl groß gewettet, für 5,60 Euro. Zuvor in Mons gelang auch wenig. Man geht heute mal über 2.500 Meter über den weiten Weg. Auf Gras hat das nicht hingehauen in Mannheim. Aber man probiert es auf Sand. Gewonnen hat das Pferd ja hier auf der Bahn. Über 19,50 Meter mit 5 Längen einmal Ende November. Das war der Treffer, der so locker ausfiel. Aber danach dann ein bisschen nachlassende Form. Also die 2 in diesem Feld geht natürlich sicherlich was mit Anna van den Troost. Sie sehen auch, die Quote wird immer dünner. Aber Shy Moon hat eben frisch gewonnen, hat die aktuell bessere Form. Also die 7, die 2 zunächst mal von mir sind auch im Moment die Favoriten. Jetzt weiter mit euch erst mal aus dem Führing. Ja, danke Pan. Und Steffi hat sich Marian Falk-Weißmeier schon geschnappt. Und da der Kameramann sieht, so schnell wird man hier gedisst. Das ist fast Mobbing. Ich habe gedacht, mein Kameramann läuft mit mir. Aber nein, der läuft einfach hinter Steffi hier. Dann bitte schön. Ich suche mir jetzt mal einen eigenen Interviewpartner und mache das ohne Kameramann. Ja, wir geben Thorsten jetzt erstmal wieder eine Minute, damit er runterkommen kann. Währenddessen machen wir mit Marian Falk-Weißmeier weiter. Du hast jetzt zwei Starter. Kannst du uns mal schnell sagen, wie so beide einzuschätzen sind und was wir da heute erwarten können? Ja, wir haben im Monat jetzt heute mal die Tochter der Besitzerin im Sattel. Schauen wir mal, ob das gut geht und dass sie ins Ziel kommt. Und Active Adventure hat sich zweimal enttäuscht. Aber sie sieht gut aus. Sie macht sich gut in der Arbeit. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass sie heute ein bisschen die Form gerade stellt. Alles klar. Und wer ist jetzt in der Arbeit? Wer von beiden ist besser gegangen? Wen könnte man so von der Leistung, ganz abgesehen von der Reiterwahl, vorne sehen? Ja, der Kameramann ist schon jetzt ein bisschen eifrig. Zuhause auch und zeigt auch sicherlich mehr, als was er bis jetzt im Rennen gezeigt hat. Die Active Adventure ist so ein bisschen eigen und macht nur das Nötigste zu Hause. Deswegen so von der Arbeitsleistung her würde ich tatsächlich sogar auf den Außenseiter springen. Aber lasst uns überraschen. Alles klar. Dann vielen Dank. Und ich gebe mal an Thorsten. Der hat sich nämlich wieder beruhigt. Der Jamaikaner unter den Moderatoren. Und jetzt machen wir folgendes. 5000 Meter Kameramann live im On, wie wir sagen. Dauerlauf. Wir gehen in diese Richtung. Ja, du darfst sogar vorwärts reingehen. Da bin ich ja jetzt mal ganz nett. Genau. Nicht wackeln, bitte. Das Bild muss ruckelfrei sein. So, und dann gehen wir mal zu Christian Freier von der Recke. Der steht ganz entspannt da vorne. Hat noch mit Anna Fandentroost gesprochen. Die sehe ich nicht mehr. Das heißt, die ist schon im Sattel. Oh, wir springen hier schnell, bevor Miguel kommt. Zack. Christian, schön, dass du da bist. Moin. Moin. Lass uns mal ganz kurz, der Kameramann muss noch ein bisschen vorweisen, sonst haben wir gleich gar keinen mehr, wenn die Pferde da vorbeikommen. Lass uns bitte über eure Chancen sprechen. Glory Depp. Gut, er war letztes Mal hier schon recht ordentlich gelaufen. Jetzt haben wir nur ein kleines Feld. Das sollte ihm entgegenkommen. Der Boden ist auch so, dass er jetzt abgetrockneter ist. Der ist ähnlich wie an dem Tag, wo er gewonnen hat. Und aussehen tut er sehr, sehr gut. Jetzt hoffen wir noch, dass er sehr, sehr gut läuft. Jetzt hat Andreas Zietke zu Beginn des Renntages gesagt, Mensch, diese Wetterkapriolen, das kann natürlich den ein oder anderen Starter auch gekostet haben, weil die Trainer nicht voll durchtrainieren konnten. Was kannst du dazu sagen? Gut, wir waren jetzt mit zwei Pferden Dritter in Chantilly. Wir haben eins gewonnen, waren zweimal Zweiter in Mons. Vorhin waren wir einmal Dritter. Also ich denke, wir haben genug gearbeitet. Daran liegt es nicht. Er hat Ihnen gerade Gründe geliefert, warum Sie definitiv Anna van den Trost und Glory Depp jetzt nochmal ganz genau sich anschauen. Vielen Dank, Hans von Wain, Christian Feier von der Recke. Und jetzt werden die letzten Kandidaten hier den Führing verlassen. Sie dürfen mal raten, wer der Letzte ist, der den Führing verlässt. Es ist natürlich Micky Kadedu. Wer auch sonst? Micky, nochmal einmal in die Kamera winken. Ja, du hörst schlecht. Ist klar. Meine Güte, ich gehe in Rente. Wink du ruhig auch noch, Steffi Strom. So, und jetzt, bitteschön, fahre an Chris Breen. Ja, wir haben hier nur ein kleines Feld, aber durchaus viele Chancen und auch Pferde ein bisschen dunkel. Megan heute zum Beispiel, haben wir ja gesehen gerade, Michael Kadedu für Olga Lasnowska. Pferd ist am Start in Deutschland jetzt bei Olga Lasnowska. Man war ja mal bei Henk Rewe vor langer Zeit, dann bei Stefan Zyridis in Frankreich. Und heute der lange Weg auch, 2500 Meter, ist die Bewährungsprobe, die Nagelprobe auf der langen Strecke. Megan, erster Start für Olga Lasnowska, steht bei 11,50 Euro. Glory Depp, also das Quartier hat Schwung, das hatten wir ja schon besprochen vorhin. Der Trainer hat es nochmal angesagt mit den Frankreich-Platzierungen, mit dem Sieg Donnerstag in Mons und den zwei zweiten Plätzen in Mons-Glin. Und hier ist Glory Depp am Start. Der eine war ja heute von Christian Freier von der Recke auch platziert, Redempturist vorhin am Anfang des Renntages. Und Glory Depp, die Farben von Eugen Andreas-Wahler, haben hier auch nach Toto natürlich Bestchancen bei 2,20 Euro. Trainer sagte eben noch, der trockene Sand besser als der nasse für Glory Depp. Und er findet diesen Sand heute vor. Shai Moon will natürlich den Sieg wiederholen. Steht bei 3,30 Euro. Den hatten wir ausgiebig besprochen. Den Starter von Uwe Schwinn. Die Marian-Falk-Weißmeyer-Pferde aus dem Mühlheim. Da hat sich Steffi mit beschäftigt. Kleiner Nachtrag noch. Baham-Mamun. Wie gesagt, die Reiterin hat seit Juni 2018 kein Ritt mehr bestritten. Alexandra Ulrike Libert heißt die Reiterin mit drei Kilo Erlaubnis. Ist heute mal wieder im Sattel. Baham-Mamun, einer der beiden Starter von Marian-Falk-Weißmeyer. Active Adventure. Persönlich gefällt mir besser, wenn ich mir die Form vom 3. Januar mal zu Rate ziehe, als man hinter Königstern Zweiter war. Man hat das anschließend nicht bestätigen können. Aber nach dieser Leistung sollte Active Adventure gute Chancen haben, vor dem Stallgefährten, vor Baham-Mamun zu sein. Ja, und Ensai Newart, der kennt sich hier bestens aus. Da kommt auch Geld auf die 1 von Michael Alles. Starter war mit Platz 5. Ein bisschen weiter geschlagen zuletzt. Hinter Scheimun steht jetzt vom Gewicht günstiger im Rennen gegen diesen. Wenn ich das anschaue, natürlich haben wir die Erlaubnis nicht. Ja, das ist natürlich störend. Bei Ensai Newart, da steht man dann doch ungünstiger. Aber mit Erlaubnisreiter wäre das besser gewesen. Zuletzt dritt ja Amina Mattoni. Da hatte man 5 Kilo in der Hand. Aber hier heute Josef Boyko. Also da doch nicht besser vom Gelicht. Sehe ich gerade. Hätte eigentlich so sein müssen. Ist es aber nicht. Weil eben kein Erlaubnisreiter. Ja, das sind die Teilnehmer. Ensai Newart, aber trotzdem natürlich ein chancenreicher, der auch Bahn- und Distanzsieger ist in Dortmund. Hals und Bein für Ihre Wetten. Sagt auch racebets.de, die Pferdewette im Internet. Und es geht in die Boxen gleich hinein. Start in 4 Minuten. Start in 5 Minuten. Start in 5 Minuten. Start in 5 Minuten. Start in 5 Minuten. Untertitelung. BR 2018 Die letzte Info kurz vor dem Start, die Quoten nochmal schauen, die Sieg-Eventual-Quoten. Dann Favorit Glory Depp, der Weiler-Svista für 2,20 Euro, die Nummer 2. Dann ist die Nummer 7, 3,30 Euro, Schein Moon, der Älteste im Feld, der 10-Jährige von Uwe Schwind trainiert. Und die Programm-Nummer 1, Ensign Juart aus Mannheim von Michael Alles, 5,10 Euro. Active Adventure dann 7,60 Euro mit Nicole Polli, einer der beiden Starter von Marian Falk-Weißmeier. Und das Comeback, alle Augen auf Alexandra Ulrike Liebert mit Bahama Moon für lange Quote, 31,90 Euro. Die Reiterin lange nicht im Sattel gewesen, seit Juni 2018. Heute wieder live am Start, Alexandra Ulrike Liebert. Heute wieder live am Start. Bis zum nächsten Mal. 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 In der frühen Phase des Rennens, wo es am Ziel vorbeigeht, dann entstand so eine Lücke zu den anderen drei Pferden, von denen aber dann in der späten Phase wirklich ein guter Ritt von Alexandra Ulrike Lieber zu sehen war. Und sie holte sich doch tatsächlich hier mit dem neunjährigen Baham Amun den zweiten Platz noch und konnte noch an Glory Depp vorbeieilen. Das werden wir gleich sehen. Jetzt aber beginnt erstmal die Schlussrunde und zunächst Glory Depp vor der Konkurrenz hier in guter Haltung, wirklich in Front vor Enzai Newart, Chaimun. Und dann sehen wir auch gleich in der Gegenseite, wie Chaimun von den ersten dreien schwer geritten wird. Aber gerade auf der Sandbahn hier in Dortmund, da haben wir gesehen, dass auch Pferde, die früh schon unter Druck gerieten, trotzdem gewinnen können oder zumindest platziert laufen. Und das war hier der Fall. Glory Depp wurde da nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht schwer geritten, aber eben Chaimun, das sehen wir jetzt gleich. Der wird gleich den zweiten Platz übernehmen und dann schauen Sie mal auf die Arme von Miguel Lopez. Wenn die Pferde gleich in der Kurve sind, vorne Glory Depp, Anna van den Troost, hat da kaum einen Finger gerührt, aber dann fängt Miguel Lopez auf den zweiten an, bereits kräftig zu schieben. Sie sehen das hier, da muss einiges schon getan werden. Tja, aber Anna vorne noch sehr bequem und trotzdem hat es nicht gereicht, denn Chaimun unter den starken Hilfen des Reiters mit dem Erfolg. Und dann, ich hatte es angekündigt, der späte Auftritt von Bahama Moon, sie war seit Juni 2018 nicht mehr im Sattel, Alexander Ulrike Liebert, also wirklich starker Ritt. Nach dieser langen Pause mit diesem Bahama Moon, der gehört ja auch nicht zu den Favoriten im Rennen, der war ja lang in der Quote, hat man hier den zweiten Platz gerissen. Also wirklich Kompliment mal an Alexandra mit diesem zweiten Platz. Frau Liebert, das haben Sie wirklich gut gemacht. Und ja, Glory Depp zum Schluss dann nicht mehr zwingend, immerhin Dritter geblieben, der Favorit an der Innenseite. Und dann hatten wir Abstand zu den anderen, zu Megan und zu Active Adventure. Aber vorne, Sie sehen ganz locker, Chaimun, aktueller Doppelsieger und der wird jetzt gefeiert, dieser aktuelle Doppelsieger. Beim Interview, vielleicht der Trainer da, denke ich mir mal, aber das Pferd ist da. Und natürlich Miguel Lopez, ab runter zu Thorsten jetzt in den Absattelring. Danke schön, auf Miguel Lopez müssen wir noch ein bisschen warten, aber ist aber schon ein richtig schöner Haushalt, den wir hier zusammen haben. Also insofern, ich gratuliere euch sehr herzlich. Uh, da haben wir aber gerade richtig viele Herzen, moin moin, viele Herzen für Chaimun geschlagen. Uwe, wie fühlst du dich in diesem Moment? Ja, war doch super gegangen, oder? Definitiv, wir haben gerade schon geredet, wenn Chaimun außen rumläuft, dann ist alles gut. Da, wo kein Sand fliegt, da hat er Spaß. Da ist Chaimun, wo kein Sand fliegt. Das liegt daran, dass er Bayer ist, das ist ein waschechter Bayer, deswegen liebe Grüße an Frau Schwertfeger, die ihn gezogen hat bei uns in Oberbayern. Die weiß genau, den hat sie nie mitgenommen in den Sommerurlaub. Ihr hattet vorher so ein bisschen Bammel auch, wie das im Führing funktioniert, ob er brav ist, aber hat alles gut geklappt? Im Führing alles gut. Ja. Ja. So, Miguel ist jetzt auch mit dabei, ihr kuschelt ja da, das ist ja Wahnsinn, ich gehe da jetzt einfach mal aus dem Bild. Liebe Steffi, bist du vorbereitet für die Siegerehrung? Möchtest du, oder soll ich das Lincoln Center Rennen hier mit Chaimun? Gratulation, zweieinhalb Kilometer, 2500 Meter und der gute Chaimun, dieser zehnjährige Mammulsohn aus der Scheiler, setzt sich hier für Passion Stables durch. Uwe Schwinn, samt Familie, ist der Trainer und Miguel Lopez ist der Siegreiter. Sie können es nicht genau sehen, aber er strahlt unter seinem Mund-Nasen-Schutz. Und jetzt sieht, Gerhard hat auch nochmal das Siegerbild überreicht. Shai darf auch noch mit dazu hinten, das ist richtig schön. Mann, ist das ein tolles Bild. Und Steffi, du darfst klatschen, wenn du klatschen willst, mach mal Stimmung. Läuft bei uns. Und das im vorletzten Rennen des heutigen Tages. Eins haben wir noch. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, lieber Pan, bist du bereit für den endgültigen Anlauf und die Endquoten? Ja, Thorsten, wir haben die Endplatzierung natürlich offiziell. Vom siebten Rennen Sieger die sieben Chaimun, zweites fährt die fünf Bahamamun. Auf dem dritten Platz die zwei Glory Depp, vierter Rang die vier Megan, fünfter Platz die sechs Active Adventure, sechster die eins Anzai Newat. Chaimun gewann überlegen elf Längen, weitere Abstände sechs Längen, neun Längen und fünf Längen. Und die Zeit von Chaimun drei Minuten 1,36 Sekunden. Quoten sind auch schon da. Und zwar Chaimun, die sieben zahlt drei Euro zehn. Und bei den zwei Platzquoten sind die Plätze zwei Euro siebzig. Und besonders lohnend mit Alexandra Ulrike Liebert, Bahamamun zahlt auf Platz sieben Euro fünfzig. Zweierwette sieben, fünf, 15 Euro siebzig. Dreierwette sieben, fünf, zwei, 96 Euro zwanzig. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Rennen des Tages. Das ist das achte Rennen, das www.stallion-best-solution.com-Rennen. Ein Ausgleich drei über 1800 Meter. Am Start sind fünf Ferne, ein kleines, aber feines Feld. Die Nummer eins ist Town Charter. Die Nummer zwei Numerion. Die drei hat Esprit de Corpse. Die Nummer vier Maradon. Und die Nummer fünf, Vavara. Pan, hast du schon Infos zu den ersten paar Pferden, während wir uns hier auf den Weg in den Führing machen? Ja, wir haben ein kleines Feld, aber das wertvollste Handicap des Tages. Ausgleich drei über 1800 Meter. Numerion von Henk Grewe, Champion-Trainer des letzten und vorletzten Jahres. Man hatte letztes Jahr 55 Sieger gesattelt, 2019 62 Sean Byrne reitet. Numerion hat Form, Farben des Stalles Ramon war zuletzt Sieger nach der Platzierung. Hier auf Sand geht man jetzt wieder auf die 1800 Meter Strecke, wo man ja Zweiter war. Und diese Niederlage gegen Kito Success war wirklich nicht so ganz schlimm. Denn Kito Success ist ja ein ganz strammer Sandgalopper. Und ja, anschließend gewann man gegen Town Charter. Den trifft man wieder. Und auch gegen Esprit de Corpse, die beiden Marian-Falk-Weiss-Meyer-Starter. Ja, Town Charter in diesem Winter nicht so dieser Siegertyp, den man sonst von ihm erwartet. Er kann es natürlich auch mit hohem Gewicht, aber in diesem Winter nicht so ganz stark in Form. Ich mag das Pferd gerne, 11,50 Euro, die Quote ist lang. Dann ist Marian-Falk-Weiss-Meyer vertreten mit Esprit de Corpse. Pferd war ja zuletzt, wie schon besprochen, hinter Numerion. Und hatte auch ein bisschen Rückstand, fünfeinhalb Längen. Man steht günstiger vom Gewicht her heute, 3,5 Kilo besser gegen Numerion. Aber der Abstand war ja auch ziemlich groß. Also man denkt, dass Numerion nochmal gewinnen kann. Wenn da nicht die Stute aus Krefeld wäre, von Erika Meder, Wawara mit Josef Beuko. Erster Handicap-Start, zuletzt Medenrennen mit Überzeugung gewonnen. Gegen Dardan und gegen Big Ben Haber. Und Wawara sollte eine Top-Chance haben auch. Denke ich mal für 4,10 Euro ist das sicherlich Hauptgegnerin für Numerion. Das ist meine Ansage. Also klar, die 2 ist Favorit. Aber Wawara, jüngstes Pferd im Feld, kann weiter nach oben klettern in der Skala. Ist im Ausgleich 3 heute unterwegs. Durchaus eine lösbare Aufgabe für die Stute aus Krefeld. Mal sehen, ob ihr was rausbekommt. Infos noch über Wawara oder andere. Steffi und Thorsten, ich rufe euch im Führing. Dankeschön, Pan. Also alles, was du jetzt gesagt hast, dürfte der Trainerin Erika Meder gefallen haben. Liebe Erika, moin. Guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben heute einen Traumtag. Ganz viele, die, glaube ich, das Smartphone am besten mit auf die Terrasse und den Balkon nehmen, um zu wetten und die Rennen sich anzuschauen bei diesem schönen Sonnenschein. Jetzt hast du Wawara am Start. Letzte Rennen mit Josef Beuko hier auch gewonnen. Also insofern, da kommt ja jetzt ganz viel zusammen. Das könnte doch nochmal gehen. Ja, aber sie hat andere Konkurrenz. Diesmal ist ein Ausgleich 3. Und dieser Numerion ist schon ein gutes Pferd. Also ich wäre auch zufrieden, wenn sie Zweiter wird. Die letzten Arbeiten muss man auch ein bisschen fragen. Schnee oder nicht Schnee. Ihr habt sicherlich nicht komplett durcharbeiten können. Ihr habt die Pferde mit Sicherheit an dem einen oder anderen Tag auch mal kurz stehen lassen. Beziehungsweise nur für Maschine gegangen. Und abspringen auf der Koppel auch nicht. Also insofern, macht das viel aus? Ja, macht viel aus. Also wir konnten nur in der Reithalle die Pferde hoppeln, ganz ruhig. Und konnten seit, nachdem der Rennbahnarbeiter die Bahn wirklich den ganzen Tag präpariert hat, bis abends spät, dann wo die Bahn aufging, auf die Bahn und galoppieren. Aber wenn die so, die müssen nicht schnell gehen. Aber die müssen ein gewisses Tempo für Rennen gehen. Und in der Halle können sie nur ganz ruhig hoppeln, leider. Und ja, also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass sie gerade noch genug Konditionen hat. Aber eigentlich habe ich es schon bereut, dass ich sie heute angegeben habe. Nächste Woche wäre, glaube ich, besser gewesen. Alles klar, Erika, wir drücken trotzdem jetzt ganz fest die Daumen, Hals am Bein und gehen einmal ein paar Meter hier rüber. Denn wir sehen natürlich auch die Kandidaten, wie sie gerade hier im Führring sind. Schönen Spatter zum Beispiel am Führzügel, der Programm Nummer 4. Und dann gehen wir einmal drüber und zwar zu unserer Steffi. Die hat Henk Grewe am Start. Henk Grewe, der auf Social Media mittlerweile schon gefeiert wird. Die Sportwärts hat auch was Hübsches geschrieben, fällt mir da ein. Steffi, ihr gehört dir und vielleicht beginnst du dein Interview mit A. Ja, Sie fragen sich, warum kommt so ein blödes Kommentar vom Herrn Kassel. Das ist ein kleiner Insider. Schönen guten Tag, Herr Grewe. Hör mal, Stefanie. Okay, ich muss jetzt mal kurz ins Bilde setzen. Er wäre der Meinung gewesen, ich hätte das letzte Interview mit Hör mal angefangen und deswegen findet er das jetzt witzig, mir das jedes Mal zu sagen. Das hat die Steffi aber gar nicht getan. Ich bin Zeuge, weil wir haben da nochmal reingehört extra, lieber Henk. Also sie hat nicht Hör mal gesagt, sondern das war nur ein akustisches Ding. Also viel Spaß. Ja, naja, egal. Kommen wir mal wieder zum wichtigen Thema und das ist Herr Grewe's Starter. Wie sieht es heute aus? Letztes Mal hat er gewonnen. Können wir das heute wieder erwarten? Ja, ich glaube, das Rennen sieht ganz interessant heute wieder aus. Wir konnten natürlich nicht voll durcharbeiten letzte Woche, aber ich hoffe, es ist ja ein alter Haudegen, dass er es auch so überbrücken kann. Nun war es beim Sieg eher ein ziemlich nasser und weicher Boden. Jetzt ist er ziemlich gut abgetrocknet. Wir haben aber heute schon gesehen, dass viele Pferde trotzdem sehr gut und auch wiederholt gewonnen haben. Ist es ungefähr das Gleiche bei ihm oder wird der Boden etwas verändern? Ja, wird bestimmt was verändern, aber auf Grasmarke eigentlich lieber ein bisschen weicheren Boden. Also hoffe ich, denke ich, dass ihm das heute eigentlich entgegenkommt. Alles klar, da haben wir so schon die Einschätzung. Dann lass dich mal durchgehen zu Herrn Schorn, der steht schon parat. Pan, hast du noch ein paar Infos für uns? Ja, das kleine Feld wird sich gleich aufmachen zum Aufgalopp. Infos haben wir eigentlich alle jetzt gegeben. Steffi hat zwei Infos von Marian Falk-Weißmeier, dann Numerion haben wir gehört jetzt gerade mit dir im Interview mit Henk Grewe. Ja, Maradan, da haben wir noch was zu zu sagen. Die Nummer vier, längstes Pferd, Hugo Miguel Oliveira, hat sich so ein bisschen an die Sandbahn jetzt hier gewöhnt, hat hier den ersten Deutschlandritte ausgeführt. Und der Starter steht lang am Toto aus München. Aber ich habe da mal ganz tief reingeschaut in die Formenkiste und habe da eine Form ausgegraben aus Lyon-la-Soy, aus Frankreich, in einem 18.000er. Und so ganz, so lange ist das nun auch nicht her. Im Dezember 19. In einem Feld von neun Pferden war man immerhin mal mit Platz drei unterwegs. Sandtauglichkeit auf jeden Fall ist vorhanden. Klar, die Pause seit August, die stört ein wenig, ist im Ausgleich drei auf Gras und im Ausgleich zwei gelaufen in der letzten Zeit. Auch 2019 noch platziert in Riem im Ausgleich zwei. Also Maradan ganz auszuschließen sicherlich nicht. Und man fährt hier den weiten Weg von München nach Dortmund. Also ich habe da ein bisschen Mumm, dass der mal dritter, zweiter werden kann, auch wenn der lang steht. Wir hatten ja Baham Amun eben für eine lange Quote im kleinen Feld, auch mit einem zweiten Platz. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Numerion ist schwer zu schlagen. Das hat auch die Trainerin von Wawara gesagt. Sie wäre zufrieden mit Platz zwei. Wenn mehr geht, ist natürlich in Ordnung für die Stute, ist klar. Er steht auch bei 2,90 kürzer. Aber eben Maradan für mich auch mit Chancen. Town Charter, ich sagte es vorhin schon, ist ein Liebling von mir. Auch hohe Gewichte stören ihn nicht. Er ist aber in diesem Winter wirklich nicht der Town Charter, den ich sonst so kenne. Deswegen nehme ich ein bisschen Abstand von der Eins heute. Und Esprit de Core mit Patrick Gibson, okay, 6,30 Euro. waren hinter Numerion zuletzt. Aber ich habe den Abstand nochmal nachgemessen. Es waren 5,5 Längen genau. Das steht ja im Richterspruch. Habe ich nochmal nachgeschaut. Leicht, sagte der Richter, 5,5 Längen. Also Esprit de Core zwar heute vom Gewicht besser. Im Rennen 3,5 Kilo steht man günstiger gegenüber Numerion. Aber denke mal, Numerion ist wirklich das Bankpferd für den Sieg. Wir hatten natürlich Warwick vorhin schon mit einer Niederlage gesehen. Es ist ein Favorit heute nur Zweiter geworden. Der heißeste des Tages. Numerion ist der zweitheißeste des Tages. Also für mich gewinnt er normalerweise. Der Trainer ist angereist auch. Numerion mit Sean Byrne. Aber kleine Felder, große Gelder. Also da kann einiges passieren. Denken Sie auch an Maradan. Halt zum Bein mit Ihren Wetten wünsche ich. Und auch racebets.de. Pferdewette im Internet. Es geht zum Aufgalopp. 7 Minuten bis zum Start. Das 5er Feld kommt auf die Bahn. 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 Das Feld ist an der Startstelle eingetroffen für das abschließende Rennen am heutigen Sonntag hier in Dortmund. 1,70 Euro. Numerion ist klar Favorit. Vavara die 5, 3,40 Euro. Esprit de Corps 6,60 Euro. Die 3 lange Quoten für die anderen beiden. Townsharter 11,70 Euro. Und Maradan der Münchner mit Hugo Miguel, Tavares Olivera bei 14 Euro. Start in dreieinhalb Minuten. Es geht gleich in die Boxen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Training beim aktuellen Champion Trainer Deutschlands, Henk Grewe, Doppelchampionat Jahr 2019, 2020 So, da kommen die nächsten heran, die letzten, kleines Feld, Town Charter wird herankommen, Maradan, der nächste, ist auch jetzt startklar Maradan, wir warten noch auf die Stute Wawara, die hier gegen die vier Wallacher antritt, einzige Stute im Feld, die vierjährige und jüngste. Das noch dazu. Mit Josef Beuko, der auch zuletzt gewonnen hat mit ihr hier im Januar, gegen Datan. Kommt jetzt gleich heran, Wawara. Barbara geht hinein. Und das exakt auf die Planstartzeit, 14.50, also mega pünktlich heute der Renntag in Dortmund. Unterwegs das Feld und alles Verhalten, wie Sie sehen, Maradan, Numerion mit Esprit de Corps und dahinter außen Wawara und Town Charter der letzte. Also keiner will ja richtig nach vorne gehen, Maradan jetzt innen vorne an der Spitze. Also Maradan führt, Wawara zweites Pferd, Numerion auf dem dritten Platz, Esprit de Corps dahinter mit Town Charter, die beiden Stallgefährten von Marian Falk-Weißmeyer, im Moment die letzten im Fünferfeld. Und vorne ist Hugo, Miguel, Tavares, Oliveira mit Maradan, der Müncher mit einer Länge, vor Wawara mit Josef Beuko. Die Fahrt wird schneller. Numerion drittes Pferd mit Sean Byrne, Esprit de Corps, Patrick Gibson, vierter Town Charter mit Esther Ruth Weißmeyer am Schluss des Feldes. Und die Pace wird jetzt anständig in der Gegenseite, weil Hugo, Tavares, Oliveira jetzt einen Gang höher schalten kann. Wawara in zweiter Position, an der Innenseite Numerion, Platz drei mit Esprit de Corps, dann Town Charter, alle schließt wieder dicht zusammen. Ausgangs der Gegenseite ist das Feld. Innen ist Maradan, weiter knapp an der Spitze, aber nur hauchdünn vor Wawara mit Numerion, Esprit de Corps und dann Town Charter. So ist das Feld im Schlussbogen. Maradan legt zu, führt eine Länge vor Wawara. Innen ist Numerion mit Kontakt dritter, vor Esprit de Corps und Town Charter außen. Und der Einlauf wird angesteuert. Maradan wird das Feld gleich auf die Gerade bringen. Esprit de Corps rückt dahinter nach, hat im Moment Momente. Dahinter war Wawara, innen kommt Numerion, jetzt besser auf Tourennen. Und dahinter außen Town Charter im Einlauf. An der Spitze Maradan. Jetzt kommt Numerion auf kurzen Wege durch, ist der erste Angreifer auf den Münchner und greift jetzt schwungvoll an. Numerion zieht vorbei an Maradan. Dahinter ist Pri de Corps und Town Charter, die beiden Marian-Falk-Weißmeyer-Starter rücken jetzt noch nach. Vorne ist Numerion, Maradan bleibt dran. Jetzt kommt aber Town Charter, Town Charter dreht jetzt mächtig auf. Numerion, Town Charter fliegt her an. Numerion, Town Charter kommt. Town Charter, Numerion. Kopf an Kopf geht es über die Linie. Wawara, drittes Geld. Und Esprit de Corps viert davor. Maradan. Aber vorne ganz enges Finale. Zwischen Numerion und Town Charter. So stark lief er in diesem Winter noch nicht wie heute. Und mal sehen, wer hat hier gewonnen. Die Köpfe gingen hin und her. Und wir warten auf das Ergebnis. Sie wissen, von hier oben ist die Perspektive schräg. Deswegen warte ich auf den Zielrichter. Meine Damen und Herren, das Zielfoto ist ausgewertet. Ein Kopfforteil entscheidet für das Höchstgewicht. Town Charter gewinnt die 1 mit einem Kopf vor der 2 Numerion. Drittes Pferd, die 5, Wawara. Vierter war die 3, Esprit de Corps. Und fünfter die 4, Maradan. Vorläufig also nach Foto. Die 1 gewinnt Town Charter mit Kopfvorteil. 1, 2, 5, 3, 4. Vorläufiger Einlauf im achten Rennen. Ja, und da sehen wir auch das Höchstgewicht, meine Damen und Herren. Es war nur ein Galoppsprung. Aber es hat gereicht. Heute mit einem Kopf Town Charter. Jetzt mal wieder Sieger im Winter. Der 7-Jährige von Marian Falk Weißmeier für den Stall Nilan. Es war der 12. Sieg bei Start 64. Der Starter mit einer schönen Siegquote im Übrigen am heutigen Tage. 11,70 Euro gibt es in etwa. Und wir haben Esther Ruth Weißmeier im Sattel. Eine Schwester von Marian Falk. Also, gleich Interview auf dem Sandgeläuf mit Steffi. Ja, genau. Wir haben quasi den nächsten Treffer im größten Sinne der Familie oder mit Namen Weißmeier. Jetzt ist es für den Bruder. Esther, sag mal, das war ein kleines Feld. Aber du hast fast schon das spannendste Finish geliefert. Wie war es? Dankeschön. Ja, also, er braucht einfach diese Order. Er liebt es, von hinten zu gehen. Einfach stressfrei. Ich meine, am Anfang konnte sich niemand entscheiden, wer soll es gehen, wer nicht. Aber man musste einfach Ruhe bewahren bei ihm. Und am Ende, er sagt dir Bescheid, wann es losgeht. Und dann musst du ihn unterstützen. Wusstet ihr, als ihr durch die Ziel fahrt, wer die Nase vorne hatte? Oder wart ihr euch da selber nicht so sicher? Doch, eigentlich war ich mir sicher. Das hören wir gerne. Kimi, dann mach dich mal ruhig in den Weg in den Absattelring. Das ist nämlich schon anstrengend. Der Sand ist zwar trocken, aber es ist trotzdem super anstrengend, hier zu laufen. Dann gebe ich direkt schon mal an Pan für die Rennanalyse. Ja, wir sehen uns noch mal den Rennfilm an vom abschließenden Rennen. Ausgleich 3 über die 1800-Meter-Strecke. Keiner wollte recht früh nach vorne, wie Sie sehen. Alle sind verhalten unterwegs. Ja, und dann geht der Münchner an die Spitze mit Hugo Miguel Tavares-Olivera. Maradan also vorne, Wavara, zweites Pferd mit Numerion. Dann die beiden Marian-Falk-Weißmeier-Pferde in den hinteren Gefilden zu sehen. Und ja, vom letzten Platz Townshard, so kennt man ihn. Wenn er nun mal kommt und richtig auf Touren kommt, dann kann er auch gewinnen. Und das hat er heute getan mit den satten 68 Kilo. Gewicht spielt ja da keine Rolle bei diesem Starter. War ja schon mit Hochgewichten, auch mit 71 Kilo schon platziert hier in diesem Winter, Mitte Dezember hinter Sunderlight, wenn ich Sie an eine Form erinnern darf. Ja, also der kommt jetzt etwas näher an die ersten vier heran. Zunächst aber galoppiert weiter Maradan an der Spitze. Wavara, jüngstes Pferd im Feld, Platz zwei, der Favorit Numerion. Der Ritt war eigentlich nicht verkehrt von Sean Byrne, der lag innen. Hatte keine Umwege in Kauf genommen, kam auch innen schön durch und nahm ja auch das Kommando, wo es dann in die Entscheidung geht. Also da kann man dem Reiter einen guten Ritt auf jeden Fall bescheinigen. War aber gegen den Speedwirbel von Townshard heute machtlos. Machtlos, Numerion, knappe Niederlage erfahren. Hier sehen wir nochmal, wo es in den Einlauf hineingeht. Den Angriff auf kurzem Wege von Numerion, der erstmal leichtfüßig jetzt herankommt. Die anderen beiden davor schon geschoben. Kurz hatte es Prédicor auch gute Momente und dann tauchte eben ganz außen Townshard auf, in seiner üblichen Art, da von hinten schön ins Rennen zu kommen. Und der kam heute wirklich mal sehr gewaltig, hier zunächst in der Distanz, aber Numerion in Front gestoßen worden von Sean Byrne. Aber dann kam, man hatte ja noch fünf Längen Rückstand, Townshard richtig angeschossen und der fuhr hier mal mächtig nach und auf und hat dann zum Schluss den Favoriten bezwingen können. Also Townshard heute wieder mal ein Sieger. Der Schimmel von Marian Falk Weißmeier mit Esther Ruth. So die Analyse. Achtes Rennen aus Dortmund. So, wir sehen die Kandidaten, wie sie hier noch um unseren Kameramann kreisen. Mein Falk Weißmeier ist bei mir. Marian, erstmal Gratulation. Stein Nilan ist auch da und die Besitzer sind, glaube ich, sehr, sehr happy mit ihrem Pferd. Wobei wir sagen müssen, Pferd hat morgen Geburtstag, habe ich gerade gehört. Also vorher gratulieren bringt Unglück, aber wir können jetzt zum Sieg gratulieren. Und wie geht es denn jetzt weiter? Weil ich habe mir sagen lassen, dass da vielleicht sogar Rente irgendwann jetzt mal ansteht. Ja, das hast du richtig gehört. Klar, jetzt nochmal schön, dass er nochmal gewonnen hat. Jetzt ist er aber im Handicap so weit oben, dass es keinen Sinn mehr macht hier, weil es keine Rennen mehr gibt für ihn. Und somit ist jetzt auf jeden Fall die Sandbahn-Karriere beendet. Und wir gucken, beraten jetzt mal dann die nächsten Tage, ob wir auf Gras nochmal ein bisschen probieren. Da steht er noch ein bisschen günstiger. Und sonst ist halt jetzt der Abschluss gewesen. Besonders schöner. Also wenn man mit dem Sieg abtreten könnte von der aktiven Karriere und dann die zweite Karriere in Angriff nimmt, nämlich irgendwo als Freizeitpferd oder vielleicht auch als Sportpferd dann noch, umso schöner. Townshater, was zeichnet ihn denn aus? Ja, er ist schon ein ziemlich einzigartiges Pferd. Er hat auf Sand enorm sich gesteigert, hat enorm Präsenz gezeigt, aus allen Lebenslagen geschossen und Rennen gewonnen. Egal mit wie viel Gewicht. Und er hat halt immer sein letztes Hemd gegeben. Zu Hause ist er ein total ruhiger, entspannter Zeitgenosse, genießt die wöchentlichen Besuche seiner Besitzerin und Betüttelung und dankt es halt eben in dem Rennen. Ich höre so ein bisschen raus, dass es auch für dich etwas besonders Schönes ist, so ein Pferd im Stall zu haben. Ja, also auf jeden Fall. Er hat jetzt, ich glaube sogar das war das zwölfte Rennen, was er jetzt für mich gewonnen hat. Und das hat man ja leider nicht oft. Und deswegen ist das natürlich eine besondere Sache und sind wir auch jetzt dann happy, dass es so enden kann. Dann sind wir jetzt sehr gespannt, wie die Entscheidung ausfällt, ob wir ihn auf Gras nochmal sehen oder nicht. Auf Sand, wie gesagt, war es, das haben Sie gehört, der letzte Sieg und der letzte Start von Town Charter. Jetzt wollen wir natürlich auch den Besitzern gratulieren mit der Siegerehrung. Mayan geht schon mal rüber vor den weltberühmten Baum hier im www.stallianbestsolution.com-Rennen. Best Solution, wenn Sie den Züchtertreff verfolgt haben 2021, dann wissen Sie, es ist der meistgebuchte Hengst gewesen 2020. Die ersten Fohlen sind auf der Welt und natürlich können Sie auf www.stallianbestsolution.com alle Infos über den Hengst auch nochmal finden. Herzlichen Glückwunsch Town Charter im Besitz des Stahls Nilan. Was für eine wunderschöne Geschichte für diesen siebenjährigen Lonro aus der Summerfett. Der Trainer ist Mayan Falk Weissmeyer und Isserud Weissmeyer saß im Rennsattel. Gratulation zu diesem wirklich tollen Erfolg. Da schwingen auch hier im Absattelring vorm Sekretariat und der Waage noch viele Emotionen mit. Und apropos Züchtertreff, da habe ich noch eine kleine Info für Sie. Wir hoffen sehr, dass Sie den genossen haben, den Züchtertreff 2021. Wenn Sie ihn nochmal sehen wollen, Sie finden ihn natürlich auf dem YouTube-Channel von VETSTAR, aber Sie finden ihn genauso auf dem YouTube-Channel von Deutscher Galopp. Drei Stunden, da war ein bisschen Zeit da durchzuklicken, aber ich hoffe, Sie werden es genießen, wie viele Tausende auch schon zuvor. Und wenn Sie den Züchtertreff genau verfolgt haben, während jetzt Steffi Storb und Frank Crispin zu mir kommen, dann haben Sie vielleicht mitbekommen, dass wir Ihnen versprochen haben, es gibt ein sogenanntes Making-of. Und an diesem Making-of arbeite ich jetzt gerade schon mit Clara Brief seit gut vier, fünf Tagen. Wir müssen tausende Stunden Rohmaterial sichten und kommen da gut voran. Insofern, seien Sie gespannt, an einem der nächsten Renntage wird es dann so sein, dass wir nach dem letzten Rennen hier in Dortmund das Making-of vom Züchtertreff 2021 Ihnen nochmal präsentieren. Pan, du hast die Endquoten, da bin ich gespannt. Endgültiger Richterspruch, letztes Rennen, meine Damen und Herren, liegt vor. Es siegte die 1 Town Charter, 2. war die 2 Numerion, Platz 3, die 5 war Vara, viertes Geld, die 3 Esprit de Core und dann fünfter die 4 Maradan. Der Richter sagte, Kampfkopf war der Abstand zwischen Town Charter und Numerion. Weitere Abstände 2,25, 2 Längen 1,25 und Zeit des Siegers 2 Minuten 10,40 Sekunden. Sekunden. Quoten sind auch da, meine Damen und Herren, wichtig natürlich. Die Finalquoten, das gab nochmal eine schöne Siegquote. Town Charter 11,70 Euro, die 1. Bei zwei Platzwetten 2,90, 1,30. Diese Platzquoten, Zweierwette 1,2, 24,50 Euro. Dreierwette Reihenfolge 1,25, 45,10 Euro. Vielen Dank, Pan. Und an dieser Stelle sagen wir nochmal Dankeschön an alle Aktiven, die mitgemacht haben, die ihre Pferde genannt haben, die heute diese 8 Rennen mit uns bestritten haben. Dein persönlich ist Heile Pan. Ja, die Viererwette, ich habe nochmal genau nachgeschaut, die zahlt ja einen richtigen Klotz, war nur einmal getroffen heute. Und Frank Fuhrmann war heute der Überraschungstrainer, zwei Sieger, zweimal zweiter Platz, Cecilia mit der Helblauen Kappe, Thorsten und Steffi. Das war schon was. Und immer die Kappe auf, die Cecilia. Ja, definitiv. Also Cecilia auch für mich natürlich die Reiterin des Tages. Bei dir dein persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight war das Wetter. Endlich mal wieder schönes Wetter auf der Rennbahn zu genießen. Dass einem nicht mal die Finger frieren, zwar haben wir geschwitzt, aber so muss das. Genau so muss das. Und wenn Sie dann hoffentlich auch an einem der nächsten Renntage, da schielen wir Richtung Grasbahnrennen, wenn wir ehrlich sind, Mai, Juni, dann hoffentlich auch wieder als Zuschauer hier auf einer der wunderschönen Rennbahnen in Deutschland mit dabei sein können, umso schöner. Und dann freuen wir uns alle gemeinsam auf diesen Restart des deutschen Galoppensports, so wie wir ihn kennen, als eine der publikumsträchtigsten Sportarten und natürlich auch traditionsreichsten Sportarten in Deutschland und weltweit. Ihr zwei, vielen Dank an euch. Steffi, du darfst sagen, wann wir weitermachen. Nächste Woche am, das ist der, nein, das ist der, doch, der 28. So viele Tage hat der Februar noch. Sie bleiben live wieder ab 11 Uhr. Ja. Ich schätze auch, Pannen, nicht. 11.20 ist Planstart PMÜ, nimmt der Rennen mit ins Boot nach Frankreich. Also 11.20, denke ich, erstes Rennen. Seien Sie dabei nächsten Sonntag. Und jetzt gibt es, wie gewohnt, unsere Bilder des Tages aus dem frühlingshaften und so wunderschönen Dortmund. Machen Sie das Beste aus diesem Sonntagnachmittag. Ciao. Machen Sie das Beste aus diesem Sonntagnachmittag. Machen Sie das Beste aus diesem Sonntagnachmittag. Machen Sie das Beste aus dem reduzieren Wasser als Blüter des Tages. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020